Helft uns, Obi-Wan, denn ihr seid unsere letzte Hoffnung. Das schwarze Telefon klingelt, Elvis ist dran und erzählt von A Day to Die und von, ja, sehr harten und doch zarten Polizisten. Und dann gibt's noch ein paar wilde Tiere in dem vielleicht erschrecklichsten Film des Jahres. Viel Spaß bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, aber auch ein wenig verschwitzten Ausgabe Kino Plus. Denn draußen herrschen ungefähr 28 Grad. Unsere Klimaanlage brennt auf voller Leistung und trotzdem ist es hier warm. Aber dafür hab ich auch zwei heiße Gäste hier sitzen. Deswegen erklärt sich das vielleicht auch ein bisschen von selbst. Zum einen, Andi ist am Start, mal wieder. Und dann als Premiere, wir hatten ihn ja schon in Amerika getroffen. Jetzt ist er endlich mal hier bei uns zu Gast. Luke von Nordheim. Hallöchen! aka Nerdfactory. Ja, ich freu mich hier zu sein. Ja, freut mich auch, dass du dich so spontan bereit erklärt hast, hierher zu kommen. Das ist richtig spontan. Denn wir hatten eigentlich eine ganz andere Besetzung geplant, aber beide sind leider ausgefallen aufgrund verschiedener Probleme. Und ihr zwei habt euch Gott sei Dank bereit erklärt, mit mir heute ein bisschen über ein paar neue Filme zu sprechen, über ein paar neue Bilder zu sprechen. Und ja, gestern lief die letzte Folge Obi-Wan. Und da ich ja schon mit Luke in Amerika auf der Star Wars Celebration ein bisschen über Obi-Wan gesprochen habe, beziehungsweise wir halt anhand von Obi-Wan schon ein paar schöne Sachen erlebt haben, dann aber halt natürlich hier in Deutschland auch wieder ein paar andere Folgen gesehen haben und jetzt das Ende erlebt haben, wollen wir noch einmal Revue passieren lassen, was wir da jetzt ja mit Obi-Wan bekommen haben. Ich habe auch, also generell ist ja, ich wurde ja angeschrieben mit der, willst du vorbeikommen, da haben wir auch mal eine positive Meinung dazu. Das fand ich sehr schön. Sehr gut. Ich habe euch zum Star Wars Thema ein kleines Geschenk mitgebracht, weil wir haben ja in Amerika auch so ein bisschen darüber geredet, ich habe 6.000 Millionen 3D-Drucker zu Hause. Ja, elf glaube ich waren es an der Zahl. Es sind zehn, ne neun, neun, aktuell sind es neun. Und ich habe jetzt nicht zu Obi-Wan mitgebracht, weil ich dachte, die andere Serie mögt ihr vielleicht ein bisschen mehr. Oh! Ich habe euch eine, ich will das mal zeigen, ich habe euch eine Schulterplatte von Mando mitgebracht, die ich letztes oder vorletztes Jahr gedruckt habe. Die hat tatsächlich jetzt in der Tasche ein bisschen an Silber verloren, aber ja, das ist quasi Mandos Mudhorn-Schulterplatte aus Kunstharz, die hat auch ein bisschen Gewicht zu sich. Ich wollte gerade sagen, die wirkte richtig massiv. Die ich gedruckt und geschliffen und lackiert habe. Okay, Aufwand, zeitlicher Aufwand? Wo du sagst, also nicht drucken, sondern schleifen, massiv. Also schleifen und lackieren und das Versilbern mit Grafikenpulver und so waren vielleicht zwei Tage so, also jetzt nicht durchgängig natürlich, aber ja. Und ja, die dachte ich, steht bei mir nur rum und fängt Staub an, vielleicht kann die hier ja irgendwo ein bisschen in der Deko mit einem Platz finden. Ey, die kriegt hier auf jeden Fall einen Platz, ey. Gib mal nochmal. Hammer. Geil. Auf meiner massiven Schulter. Oh! Für mich ist sie zu groß. Guck mal. Geht doch. Bei dir sah das mehr aus, aber du bist ja auch muskulös gerade. Du bist ja durchtrainiert. Ich bin noch nicht durchtrainiert, es ist noch nicht vorbei. Ja, die Rückseite ist nicht so schön, aber das… Aber wenn ich mit dem Ding bei der letzten Folge Foul wird Fit auftraue, dann… Vielleicht hält's ja bis dahin. Sehr geil. Aber genau, wie befestigst du den? Also normalerweise… Den speziell hab ich jetzt so gedruckt, um es wirklich auszustellen, im Regal stehen zu haben. Normalerweise würdest du es aus einem leichteren Material drucken, aus PLA, aus einem Plastik. Das ist jetzt halt wirklich massives Kunstharz. Und dadurch hat es aber dieses schöne Gewicht und fühlt sich ein bisschen reeller an. Ja, ja. Und normalerweise würdest du das nicht benutzen, sondern halt das Plastik und damit Klettverschloss oder irgendwas. Okay. Ich frag mich gerade, wie haben sie das denn in der Serie aufgelöst? Ist das nicht so magnetisch? Wenn das auf dem Boden fällt, könnte es sein, dass es zerbricht. Ja, ja, ja. Aber die klemmen sich das so klackmäßig an, als wär's so ein Magnet oder sowas? Genau. Also in der Serie selbst gibt es diese eine Folge in der zweiten Staffel, wo er Ahsoka auch trifft. Ich glaub, The Jedi heißt die Folge auch. Äh, und da ist ja der ganze Plot, dass sie am Ende dann die Schulterplatte hinwirft und sagt, ich hab deinen Kopfgeldjäger umgebracht, was willst du von mir? Und das ist aber nur so ein Ding. Mhm. Und da ist es magnetisch. Richtig. Da hab ich das. Und dann hat sich so wie alles in Star Wars und dann hat das so... Aber, ja. Sehr schön. Vielen Dank. Geil, vielen Dank. Geiles Ding, ne? Ja, gerne. Da finden wir. Musst du dich ja nicht jetzt entscheiden. Aber guck mal. Guck mal noch hier, oder? Schwarz auf schwarz. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Aber eine kurze Frage, wie lange hat denn das effektive Drucken selbst gedauert? Das Drucken, dadurch, dass es einzelne Teile waren, auf einem Kunsthaltsdrucker, auf einem kleineren, waren, glaub ich, pro Stück waren's so zwei Stunden pro Teil. Mhm. Also insgesamt war ich, glaub ich, bei 8 oder 9 Stunden. Ich hab auch ein Video dazu gemacht, wo ich das gedruckt hab. Ah, okay. Ist auf meinem Kanal zu finden. Wie heißt das nochmal? Wie heißt das nochmal? Nerd Factory. Was wir ja eh nicht eingeblendet hätten. Kommt mir irgendwo vor. Ja, das kennt man doch. Ähm. Ja. Ja, geil. Geil. Sehr geil. Hast du da... Deswegen hab ich viel gemacht. Ich hab so viel Zeug zu Hause. Ah, okay. Äh, ich hab auch noch die Dolche von Loki aus der Loki-Serie, äh, und, äh, ja, noch, noch diverse Helme, ich hab ne komplette Boba-Fett-Rüstung gedruckt. Alles auf, auf CAT-Grundlage aus dem Netz, oder hast du selber das dann designt? Genau, also ein paar Sachen hab ich selber gemacht, ich hab, in meinem Set hab ich einen Tesseract, einen komplett leuchtenden, der auch so glüht und so, den hab ich komplett selber designt. Oh, geil. Äh, ansonsten aus dem Internet, ja. Abgefahren. Ja, denn du bist auch begeisterter Cosplayer, neben allem anderen. Das, noch, würde ich mich nicht so bezeichnen, aber ich hab sehr viel Spaß an 3D-Druck. Oder angehender Cosplayer. Also, angehender, könnte man sagen, ja. Ja. Wie lange hat das jetzt gedauert? Neun Stunden? Ich sag mal, irgendwas zwischen sechs und acht Stunden, glaub ich, der Druck nur, und das Lackieren, also da ist halt schwarzer Glanzlack drunter, von dem man jetzt ein bisschen mehr sieht als von dem Silber, äh, und dann obendrauf, der wurde, den hab ich dann poliert, dass der auch wie so, dass so ein Auto lag, dass der halt richtig glänzt, und dann halt noch mit Grafitpulver bestäubt. Aber jetzt mal neun Stunden, das heißt, du schmeißt das Teil dann morgens oder nachts an, und dann ratterst du die Nacht durch? Nee, das sind die Einzelteile. Das waren die Einzelteile, inzwischen hab ich einen, der das wahrscheinlich komplett verdrucken könnte. Und dann sind's wahrscheinlich insgesamt zwölf Stunden über Nacht, ja, und dann ist's fertig. Geil. Geil. Und, ähm, ähm, Materialkosten? Gar nix. Ist einfach nur ... Ein paar Euro. Viel mehr ist es nicht. Also, eine Flasche kostet, glaub ich, 16 Euro oder so. Saugeil. Nee, oder 30 Euro. Weißt du, als es damals hieß, es gibt was Neues, jetzt kommt der 3D-Drucker. Wann war das? Vor 20 Jahren oder so? 15 Jahren? 15 Jahre. Und wir alle so, yeah, right, genau, 3D-Drucker. Das hat sich wieder jemand einen lustigen Namen ausgedacht. Und dann kamen die ersten Geräte, die waren noch total langsam. Ne, diese Schichten. Funktionen das immer noch schichtweise? Oder da gibt's ja auch diese anderen, die sich dann so von unten was ... Ja, das sind die, die aus der Flüssigkeit raustauchen, sind die Resin-Drucker. Ah, okay. Geil. Ja. Nicht schlecht. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Kriegt hier auf jeden Fall einen schönen Platz. Den müssen wir dann irgendwann mal da oben schön im Regal, wo's dann ... Genau, mit irgendwas hellen glänzen kann. Äh, werden wir denn da ... Vielleicht kriegen wir so einen kleinen Ständer noch dann dafür, dass wir ihn so aufstellen können. Ich kann nur einen drucken. Sehr gut. Das gibt wieder komische Kommentare gerade, aber egal. Lass uns einen Ständer drucken, möchtest du? Nein, ich krieg einen kleinen Ständer. Ey, ja, aber lass es einfach weitermachen. Ja, halt. Weißt du ... Sollten wir uns nicht so lange aufhalten? Daniel hat Ständer gesagt. Ja, ich hab letztens schon ... durfte ich wieder meine Vergangenheit mir irgendwie ankreiden lassen, weil ich halt ein Thema über Penisse geführt hab. Beziehungsweise ein Gespräch in Richtung Penisse gelenkt hab. Ja, muss auch mal sein. Gut, da werden wir heute wahrscheinlich auch nochmal hinkommen bei dem ... Okay. Ja, so, liebe Freunde. Was habt ihr denn zuletzt gesehen, Luke, abseits von den Dingen, die ich dir in Auftrag gegeben habe? Abseits von meinen Hausaufgaben, die du mir ... Ja, genau. Abseits von den Hausaufgaben. Also ... Und halt Obi-Wan. Genau, das war halt ... Ich hab gestern Obi-Wan im Kino tatsächlich gesehen, das Finale. Wir haben uns einen Saal, quasi der Malder Nativ vom YouTube-Kanal Malder Nativ, hat uns einen Kinosaal organisiert, dass wir zu acht quasi in dem Kinosaal sitzen konnten. Ach, das war nichts Offizielles? Das war nichts Offizielles. Oh. Die finale Folge gucken. Man kann sich Kinosäle mieten im UCI. Ja, stimmt. Da haben wir dann halt Disney Plus angeschlossen und haben das geguckt. Und davor das Letzte, was ich geguckt habe, im Kino direkt, war Maverick. Maverick? Das hab ich dann, nachdem du in Amerika meintest, so, ja, ich könnte ihn doch zehnmal gucken, hab ich dann gesagt, okay, ja, gut, dann guck ich den jetzt auch. Maverick? Ist das eine Verfilmung von dem Maverick? Also ein Remake von dem Maverick? Ach so, wir reden über Top Gun. Top Gun Maverick, ja. Ich dachte, den Cowboy-Film ich da so ... Haben die Maverick neu nachverdreht? Na gut, den alten kann man sich auch angucken. Ja, klar. Aber er hat jetzt Top Gun 2 gesehen. Ja, Top Gun, mein ich. Und? Warst du zufrieden? Ich fand's fantastisch. Ja. Ich find's lustig, dass der Film, weil die Machart, wie der Film gemacht wurde, fühlt er sich sehr an, als ob er aus der Zeit kommt, wo der erste herkam. Ähm, nur halt in ein bisschen crisper und alles ein bisschen cleaner. Ähm, und hat einfach mega Spaß gemacht. Also natürlich, du siehst, ich hab vor Ewigkeiten den ersten Teil geguckt, das ist schon sehr lange her, aber du sitzt da drin und merkst dann, okay, ja, das kenn ich schon. Der Anfang ist eins zu eins. Ja, ja, und jetzt spielen sie Football statt Volleyball, okay, alles klar verstehe. Ja, ja, genau. Hauptsache nackter Uberg. Ja, ja, ja. Eingeölt. Eingeölt. Das hatte ich dir auch gesagt, der erste Teil ist ja insgeheim eigentlich eine Geschichte darüber, wie er seine eigene Homosexualität verarbeitet. Sagt Tarantino. Das sagt Tarantino. Aber ich mein, Jerry Bruckheimer sagt ja inzwischen, er findet das sehr schmeichelhaft, dass der Film auch, sag ich mal, gerade in der queeren Szene dann irgendwie so einen gewissen Stellenwert hat oder irgendwie so verstanden worden ist. Also das findet er gut. Klar. Er glaubt aber nicht, dass es beabsichtigt war. Nee, aber Tarantino sagt auch, und das sagt er seit 20 Jahren schon, lässt das immer mal in Interviews nebenbei fallen, sagt so, jeder Film wird durch einen Homosex oder einen schwulen Subplot besser. Also ein Meta-Subplot quasi, dass du das auf andere Weise auch noch lesen könntest. Ich hab lange nicht verstanden, wie er das meint, aber ich, wenn wir mal ein bisschen auf den Topgang nachdenken. Jeder Film? Er meinte, für sich, in seiner Welt, wenn er was macht, und ich glaub, er hat das auch angesprochen auf einen seiner Filme, aber ich weiß jetzt nicht mehr, welcher das war, wo er das auch gemacht hat. Django? Möglich. Und ich glaub, er hat's auch nochmal hier beim letzten gesagt. On the Pond? Hm? On the Pond, The Time in Hollywood? Ich glaub, da war das auch so. Ich mein, ehrlich. Und wenn man so achtet, ich so, ja, okay, wenn man das so liest, funktioniert das auch. Also, könnte man ja zu Rick Dalton und, und ... Genau, die haben sich ja lieb. Genau. Inwiefern jetzt, ist ja wieder eine andere Frage. Genau, aber trotzdem existiert da eine gewisse Beziehung und Ebene zwischen den beiden, die auch nur die beiden haben und niemand anderes so. Ich mein, beste Freunde, das sind ja letzten Endes auch Liebesbeziehungen auf psychischer Ebene. So, wenn ich jemanden hab, der ist mein bester Freund, dann lieb ich diesen Menschen. Dann freu ich mich, wenn der zur Tür reinkommt, dann nehm ich ihn gerne in den Arm. So, ähm. Ja, oder auch, wenn du ihn, sag ich mal jetzt, keine Ahnung, nehm mal an, du hast ihn drei Jahre nicht gesehen. Ja. Und du triffst ihn dann wieder. Ja. Und du redest halt, als hättest du ihn gestern das letzte Mal getroffen. Das sind auch sehr interessante Freundschaften. Genau, also dann weißt du, okay, das ist jemand, der dir sehr nahe steht, beziehungsweise mit dem du irgendwie ein Verhältnis hast, das nicht vergleichbar ist mit sehr vielen anderen Freunden oder Freunden. Ja, genau. Ja. Ja, und, ähm, ich hab da im Zuge des Monologs aus diesem Film, ja, ich vergesse den Namen jedes Mal wieder, äh, auf jeden Fall, äh, Tarantinos Monolog, der muss das wohl auch so ein bisschen in Bezug auf, sag ich mal, seine gute Freundschaft zu Tony Scott oder seine Bekanntschaft zu Tony Scott, sag ich mal, immer weiter entwickelt haben, denn wohl Tony Scott hat schon verstanden, dass es ganz hilfreich ist, was er da macht. Klar. Ja. Und halt auch die Szene, das ist ja das Ding, die Szene mit Kelly McGillis im Aufzug, wo sie da in, in, äh, sag ich mal, Jeans, Lederjacke und dieser Kapper, die Szene, die ihn eigentlich, die sie ja erst interessant macht für, für Maverick. Da sieht sie aus wie ein Mann in Anführungsstrichen. Genau, da sieht sie aus wie ein Mann. Sie ist gestylt wie ein Typ. Das Ding ist aber auch, genau, aber das Ding war, ich glaube, das war nämlich ein Nachdreh, wenn ich das richtig verstanden hab, das war ein Nachdreh, weil Kelly McGillis zu dem Zeitpunkt schon in einer anderen, äh, Produktion drinsteckte und sie mussten halt kaschieren, dass sie halt schon längst nicht mehr die Haare hatte und sonst irgendwas. Und deswegen haben sie genau das so gemacht. Ob das jetzt nur mit der Begründung war, ja, wir versuchen da jetzt eben diese homoerotische Ebene noch mit reinzubringen. Nein, 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 ich glaube nicht, das ist unterbewusst, das macht man unterbewusst. Ja, denke ich auch. Aber ich glaube schon, dass sich Tony Scott, ähm, dass der schon, sag ich mal, eine gewisse, also schon irgendwo sich was dabei gedacht hat und gesagt hat, äh, ja gut, das könnte vielleicht noch ein Aspekt sein, der dem Film irgendwie was gibt oder irgendwas bereichert oder etwas bereicherndes hinzufügt, was jetzt nicht so verkehrt sein kann für den Erfolg. Erfolg. Und apropos Erfolg, ne, Maverick? 900 Millionen weltweit? Ja, total durch, ne? Finde ich voll geil. Können wir uns auf den nächsten Teil befasst machen. Aber absolut bereichert. Also das ist halt auch so, wo ich ihn dann gesehen habe, auch, ich kann absolut verstehen, was du meintest, du kannst ihn ja zehnmal hintereinander gucken. Es ist halt so, der ist halt, ich würde jetzt nicht sagen simpel, sondern halt, der ist leicht zu gucken. Ja. Es ist halt so, du guckst ihn und er läuft und er fühlt sich nicht so lang an. Passiert ja auch nichts. Und das, was passiert, genau, es passiert nicht so viel, aber das, was passiert, ist halt trotzdem spannend und interessant. Und du hast halt diesen Aufbau und so. Keine Ahnung, also ich fand das Ende, hat es ein bisschen gezogen, dass ihr dann von jedem einmal so einen Schatz, hm, ja. Aber das war halt auch wieder so, das ist halt so 80s dann trotzdem. Aber das ist super lustig, dass wir jetzt gerade darüber und über diese Stile von Filmen sprechen, weil ich, du hattest mich ja gebeten, gewisse Filme zu gucken. Und da war einer bei, wo ich dachte, ja, ja, ich glaub, das passt ganz gut, wenn wir über solche Filme sprechen. Ja, okay. Die Satire sag ich dann noch. Ja, 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 ja. Sehr gut. Ja, Andi, was hast du gesehen? Ja, ich hab das, du hast, ich hab ja erst vor ein paar Tagen erfahren, dass das heute Kino Plus ist, deswegen. Skater hast du dir angeguckt, ne? Ja, das auch, ja, ja. Tom Penny war in der Stadt, muss man da hin, ist klar. So. Ähm. Und ich hab mir die Filme angeguckt, aber über die reden wir wahrscheinlich nachher noch, ne? Ich bin gerade in so einem, wieder mal in einem, sagen wir mal, Analyseserienrausch. Ich guck mir gerade die allererste Twilight Zone Serie an, von 59. Schwarz-Weiß dann, ne? Schwarz-Weiß, ja. Oh. Und zwar hab ich da, ich fand das, jetzt müssen wir direkt weitermachen, ne? Nein, jetzt. Ähm, ich war immer so ein bisschen Fan, aber ich hab, ich wusste zum Beispiel auch gar nicht, dass es eine ganz alte gab. Ich bin aufgewachsen mit der aus den 80ern oder der 70ern oder wann das war. Und die fand ich auch immer toll, weil die halt so böse waren, so schön getwistetes Ende und jedes Mal was anderes und ein bisschen Sci-Fi, ein bisschen Spuk, dann mal wieder hier. So, und dann dachte ich irgendwann mal, guck mal rein, was die Alten, die sollen da, jeder kennt die Folge im Flugzeug mit William Shatner, ne? Ähm, was sie ja dann geremact hatten in dem Film, auch ganz geil, muss ich sagen. Ja. Aber ich dachte mir, da gibt's doch bestimmt noch ein paar andere Geschichten. Und dann hab ich mir immer so Top-20, Top-10-Listen angeguckt und dann hab ich mir ein paar einzelne angeguckt, die waren alle gut. Alle gut. Und einige waren sogar richtig unheimlich. Da gibt's eine Folge, die heißt 22, das ist irgendwie zweite Staffel Folge 17 oder irgend so was. Das spielt einfach nur in so einem Krankenhaus. Hörst du mich noch? Regie? Ja. Okay. Spielt einfach nur in so einem Krankenhaus, wo so eine ganz schöne gestylte Tänzerin gerade wegen Fatigue, ich glaub wegen Erschöpfung wird sie da gerade behandelt. Und die hat immer den gleichen Albtraum. Und sie träumt immer, dass sie nachts im Krankenhaus aufwacht durch so einen total lauten Wecker. Und dann hört sie draußen plötzlich unheimliches Geräusche vor der Tür und geht sie aus ihrem Zimmer und sieht dann plötzlich so am Ende des Flurs, wie so eine unheimliche Krankenschwester gerade in den Lift steigt und in den Lift so runterfährt. Und dann folgt sie ihr bis in den Keller und landet dann am Ende unten im Keller vor der Leichenhalle. Und dieses Zimmer, dieser Raum heißt 22. Und dann geht sie so ganz ängstlich, weil sie so ohnehin schon weiß, was gleich passiert, aber sie kann nicht anders. Oh, das ist ja ein Traum, ne? Genau, das ist ein Traum. Und dann geht sie da zur Tür und macht plötzlich diese Krankenschwester die Tür auf und sagt so, wir haben noch einen Platz mehr für dich, Schatz. Und dann läuft sie schreiend weg so. Und dann geht es darum, ist das jetzt, was ist dieser Traum und so weiter. Das erste Mal habe ich mir das angeguckt, als sie das erste Mal diesen Traum hatte. Und da fand ich so, oh, das ist ganz schön stimmungsvoll, aber noch nicht unheimlich. Aber wenn die Träume dann noch mal kommen und du weißt auch, gleich kommt wieder dieses unheimliche Geräusch und gleich kommt wieder diese Frau. Ich meine, ich habe mir den abends um elf angeguckt in meiner dunklen Wohnung. Ich hatte richtig ein bisschen Angst. Ja, ist doch gut. Ja, ja. Die alten Folgen sind doch noch dafür so berühmt, dass sie einfach schon so grenzwertig für die damalige Zeit waren, dass das auch so ein bisschen immer in Kontroversen stand, ob das gut ist, das den Leuten zu zeigen und so was. Ja, ja, die hatten, also auch der Macher, weil ich auch totaler Fan von dem bin, das ist ja der, der am Anfang immer in die Kamera spricht, ne? Der hat das ja alles geschrieben und der hat super viele Kämpfe mit den Studios und mit den TV-Produktionen ausgetragen, weil er das alles noch ein bisschen härter wollte, weil er halt diesen Sozialkommentar überall reinbauen wollte und so, was er auch gemacht hat. Also, ich kann nur sagen, die erste, ich bin jetzt immer noch in der ersten Staffel, das kennt man ja auch nicht, das sind 35 Folgen oder so oder 40 Folgen pro Staffel. Und da sind ein paar dabei, das ist auch ganz spannend, die sind live on tape gedreht. Da haben sie einfach, da haben sie diese drei Sets im Studio und filmen das in einem Rutsch durch. Und das merkst du manchmal ein bisschen, aber manchmal denkst du auch so, den Aufwand würde ich mir aber, da wäre ich aber nervös an deren Stelle so. Also, erstes vielleicht noch ein bisschen schwierig, aber da gibt's mindestens 20 richtig tolle Folgen drin, muss ich sagen. Gut, da hast du ja. Und wer Bock hat auf kurze, knackige Geschichten, die wie in einer anderen Welt wirken, weil Schwarz-Weiß-Filme aus den 50er Jahren sind mittlerweile für mich zum Beispiel nicht mehr, das sind die alten Filme, die man als Kind nicht sehen wollte, die blöden Schwarz-Weiß-Filme, sondern heute ist es, oh, das ist eine komplett andere Welt. Die sind doch nicht so lang, wie lang sind die? 25 Minuten. Also Standard. 25 Minuten. Die sind am Ende, in der letzten Staffel haben sie ein paar längere versucht, aber haben sie dann wieder abgebaut. Das ist ja geil. Ja. Die kannst du so wegkommen. Und das sind ja immer nur fünf, das sind ja auch dann immer nur fünf Szenen oder so. Und das sind immer nur vier Darsteller oder drei Sets oder so. Das ist total super minimalistisch. Ich dachte immer schon so, warum machen wir eigentlich sowas nicht? Das ist so billig produziert. Die haben einfach nur drei Wände und zwei Leute, aber die haben halt die guten Geschichten und die waren ganz okaye Darsteller, muss ich sagen. Ja. Und wahrscheinlich die richtigen Autoren. Da werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja. So, das habe ich zuletzt indirekt gesehen. Gut. Dann. Habt ihr vielleicht auch die Bilder gesehen, die jetzt gerade frisch rausgekommen sind? Die haben wir nämlich zusammengesammelt für Billig oder Willig. Ja. Ich dachte, das Bild kommt. Zum einen gab es tatsächlich schon erste Bilder von Furiosa. Man hat per Twitter wurden ein paar ... Vom Set, oder? Vom Set ein paar Bilder rumgereicht, beziehungsweise rumgezeigt, wie jetzt hier so die ersten Sets aussehen oder beziehungsweise was es da für Fahrzeuge gibt. Das Kamerafahrzeug. Ich meine, es ist sehr überraschungsarm, ne? Es spielt halt in einer wüsten, kargen Wüstengegend, apokalyptisch, wie wir es von Mad Max gewohnt sind. Tja, muss ja ... Wird gerade in Australien gedreht. George Miller hat schon in den ersten Interviews irgendwie gesagt, dass der Start sehr gelungen ist. Ich muss sagen, dieses Tor da, das macht mich schon ... Ja. Genau. Ein bisschen an. Schon ... Also, die schießen dann wahrscheinlich von hier, ne? Ja, ja. Das ist wahrscheinlich der Eingang. Und hier wird dann vergrößert alles. Ja, da ist irgendwas groß. Irgendwas hoher oder irgendwas. Genau. Aber sie machen es trotzdem genauso wie im ersten Teil, dass das Zentrum des Bildes immer real ist. Und am Rande bauen sie dann was dazu. Allein wenn du an Mad Max denkst, überall wo Bäume stehen, ist schon mal nicht mit dem Bild. Das ist ... Davon können wir ausgehen, glaub ich auch, ja. Aber ist denn Max dabei oder ist es nur Furiosa? Das ist die Vorgeschichte oder jetzt die Entstehungsgeschichte von Furiosa. Ah. Und wie er gesagt hat, entstreckt sich diese Gestichte nicht wie bei Mad Max Fury Road über drei Tage, sondern halt über 15 Jahre. Oh. Ja. Hat sie dann mehrere Darstellerinnen? Ne, Anja Taylor-Joy ist die Darstellerin von Furiosa. Charlize macht das nicht? Charlize ist nicht dabei. Oh. Ist wahrscheinlich zu alt. Ne, aber die wird wahrscheinlich dann in der Fortsetzung dabei sein. Wasteland. Ich wollt grad sagen, das endet also nicht, das endet ein ganzes Stück vorher. Oder wie ist das? Ich weiß nicht, ich glaube, das endet kurz bevor, ja, Fury Road losgeht. Aber das sind halt so diese Gerüchte und Details, die halt irgendwie dann mit denen spekuliert wird. Da weiß man natürlich jetzt nicht, wie viel Wahrheitsgehalt da dran ist. Aber wir können wahrscheinlich von einer Sache ausgehen, dass irgendwer im Rahmen dieser Entwicklungsphase dieses Films in einem Büro reingelaufen kam und gesagt hat, Leute, ich weiß, was wir machen. Wir müssen auf jeden Fall erzählen, wie sie ihren Arm verliert. Wir müssen erzählen, wie sie ihren Arm verliert. Ja, ich denke mal, das wird man sehen. Ja. Und alle so, ja, wir wissen. Wir wissen. Aber Chris Hemsworth als Gegenspieler, als Bösewicht, als Antagonist, Dementus, beziehungsweise Doktor Dementus, glaube ich, könnte auch noch interessant werden. Und wenn der halt die Härte und auch dieses, ja schon dieses ekelhafte, kann man das so sagen, dieses widerwärtige Endzeit-Feeling, was die Mad Max-Filme ja alle so ein bisschen begleitet, dann ist ja alles unfreundlich. Aber glaubst du, dass Hemsworth das gut darstellen kann? Ich weiß nicht, also gerade in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, der ist immer so ein... Weißt du, so... Er hat darauf Lust. Er hat auf jeden Fall mehr Lust als... Jetzt in Spiderhead oder der Spinnenkopf auf Netflix, da spielt er auch einen Antagonisten. Ja? Ja. Und da hat er auch sichtlich Bock drauf. Hast du den schon gesehen? Ich hab den schon gesehen, ja. Ist er gut? Nö. Ist mittelmäßig. Ah, gut. Also Netflix, mittelmäßig. Er ist gut, aber Netflix hat jetzt auch Hustle gehabt, zum Beispiel mit Adam Sandler. Den kann ich empfehlen. Ja. Der ist gut. Aber... Spiderhead fand ich halt medium. Aber das lag jetzt nicht unbedingt an Chris Hemsworth, sondern halt an den, sag ich mal, Möglichkeiten, die sie halt unausgeschöpft gelassen haben. Auch so ein Thema. Aber das wir uns gleich noch mal beschäftigen. Wann kommt der denn? Ende nächsten Jahres oder später? 24 soll er kommen. Oh. 24 war's? 20, 24. Mai. 24. Mai, 24. Mai, 24. Mai, 24 ist der bisher angepeilt. Lass sich so viel Zeit mit der Pusse im Schnitt, ne? Ja, gut. Aber das hatten sie, glaube ich... Seine Frau schneidet das ja immer alles, ne? Ja. Also zumindest hat sie die letzten Filme gespielt. Die letzten 40 Jahre hat sie das, glaube ich, gemacht. Ähm... Worauf wollte ich hinaus? Die Nachbearbeitung? Ne, ich meine auch, dass das vielleicht einer der Gründe ist, weil die macht das ja richtig, richtig toll. Ich meine, das haben wir bei... Beim letzten Mad Max haben wir das alle gemerkt, wie toll das geschnitten ist, ja? Ähm... Und die ist auch schon Anfang 70, glaube ich, ne? Oder sowas? Die ist auch schon relativ alt, ja. Also voll abgefahren. Aber die, worauf ich hinaus will, ist, das ist natürlich eine unfassbare Menge an Material. Guckt euch nur eine von diesen Verfolgungsmassenschlachten an oder so. Da laufen wahrscheinlich irgendwie zwölf Kameras parallel gleichzeitig rum. Äh... Die... Das ist ja auch nicht so wie früher. Die sagen so, jetzt machen wir mal Start. Und dann läuft die Kamera und jede Sekunde ist Geld, ne? Und... Auto fällt um und fertig, ne? So machen die das ja heute nicht mehr. Die sagen Start und lasse sie laufen. Und wenn nichts passiert, ja, lass mal laufen. Vielleicht passiert ja nochmal irgendwas. Und dann hast du dann Unmengen an Rushes und Material. Und das dann zu verarbeiten... Ja, 350 Stunden sollen es wohl gewesen sein. Echt so viel? Das ist echt viel. Das ist echt viel. Also es gab mal irgendein Artikel, da stand glaube ich 350 Stunden an Rohmaterial. Ich hab mal... Mein Maximum war mal 120 Stunden. Ja. Das war auch kein Spaß. Aber eine Freundin von mir, die ganz viel TV, also nicht TV, aber Filme schneidet, meinte zu mir, das ist mittlerweile tatsächlich so, trotz digital, das ist ja der Haken, ne? Ja. Weil es kein Geld kostet, ne? Und ich pro Rolle irgendwie, ich weiß nicht wie viel, die meinte, das sind tatsächlich eher so ein paar Stunden, so 30 Stunden oder so, 40 Stunden manchmal, was da angeliefert wird. Gut, vielleicht sortiert er ja vorher auch schon aus. Da gibt's ne gewisse Auswahl, also klar, Sachen die definitiv nicht reinkommen oder die kaputt sind oder so, klar, die lassen sie außen. Aber das hat mich schon überrascht, muss ich sagen, dass sie so fokussiert arbeiten, ist vielleicht öffentlich-rechtliches Arbeiten. Ich weiß nicht, ob die das überall so machen, aber... Ich würde eher sagen privat. Aber dementsprechend könnte ich mir denken, guck mal, sie ist seine Frau, die arbeiten ewig zusammen, sie macht immer einen guten Job. Vielleicht macht sie einen guten Job auch, weil sie länger arbeitet und nicht die berühmten zweieinhalb Monate hat, sondern vielleicht eher fünf oder sechs. Und dann willst du deine 70-jährige Frau vielleicht auch nicht unbedingt in die absolute Crunch-Phase packen. Oh ja, das auch? Ja. Genau. Aber es könnte natürlich sein, ich könnte mir vorstellen, bei einem Film, der eine Zeitspanne von 15 Jahren umfasst, obwohl ne... Sind mehrere Shooting-Termine, meinst du? Naja, nicht das, sondern halt eigentlich, dass da schon irgendwie zielgerichtet gearbeitet wird, weißt du? Also ich mein, bei, bei, bei... Also, dass du da nicht dieselbe Situation hast, dass du halt zwei riesengroße Verfolgungsjagden irgendwie aus allen möglichen Perspektiven, mit allen möglichen Aktionen... Und das waren ja fast nur Storyboards, die sie da hatten und die sie dann umgesetzt haben, so. Das gibt es ja. Manche, äh, Regisseure machen ja trotz der... Ich weiß gar nicht mehr, war das... Ich weiß nicht, ob es Nolan war, aber irgendwer macht es doch immer noch so, dass er sich daran hält, er dreht, als ob er auf Film drehen würde. Ich glaub, das war auch... Oder Rian Johnson? Äh, also ich hab's auch gehört, ich weiß nicht. Irgendeiner, der in den letzten Jahren so, ähm, bisschen größer in der Presse war, hat irgendwie mal gesagt, dass er versucht, so zu drehen wie früher, damit er auch den Effekt kriegt und nicht... Weil er dann auch nicht so viele Filler-Szenen dreht, die dann potenziell eh runtergeschnitten werden müssen. Ähm, und versucht sich daran zu halten, nicht daran zu denken, dass er halt Unmengen an Gigabyte aufnehmen kann und Terabyte aufnehmen kann. Ähm, und das gibt's ja auch immer noch. Sollten vielleicht einige andere sich auch mal überlegen. Wäre sehr angenehm. Einfach ein präziseres Arbeiten. Alles in allem. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass durch ein Skript, was vielleicht einfach deutlich mehr Geschichte beinhaltet und nicht so über die Hintergründe Geschichte erzählen will, dass da halt schon vielleicht das ein bisschen leichter ist, dass alles irgendwie zielgerichtet... Also, oder zumindest, dass gewisse Teile dieses Films leichter, äh, sowohl zu drehen als auch zu schneiden sind, weil sie halt eben einem deutlich, ähm, erzählerischerem Skript folgen. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Weil bei, ich denk mal, bei dieser Verfolgungsjagd, da wird der auch genug ausprobiert haben und halt geguckt haben, ey, was können wir hier machen, was sieht geil aus, wo... Ganz viele Zufälle, die sich dann ergeben. Genau, wo klappt die Kinnlade runter so, ne? Und das musst du ja auch alles erstmal irgendwie hinkriegen. Ja, klar. Und ich könnt mir vorstellen, dass das halt wesentlich aufwendiger ist. Aber trotzdem, wenn sie jetzt anfangen zu drehen, und die drehen jetzt mein Wegen, die drehen ja nicht wie Kevin Costner, der gerade 220 Tage dreht ab August für seinen viermal vier-Stunden-Epos da. Ne, drei Teile, ah, drei, ne, vier Teile, ah, vier Teile, ah, fast drei Stunden. Die kommen alle drei Monate dann ins Kino. Also, Cowboy-Epos, okay. Ähm, dann heißt es ja, Cowboy-Epos, 220 Drehtage, das ist ein Jahr ohne Wochenende. Der dreht ein Jahr lang diesen, 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 diesen Film, was eigentlich eher... Ne Serie ist. Zehn-Stunden-Film oder ne Serie ist. Ja, mal gucken, was da am Ende mal passiert, weil ich glaub nicht, dass die, äh, ich weiß nicht, welches Studio sagt, ey, wir bringen hier ne Filmreihe raus, wo jeder Film drei Stunden geht, weil es ist ja auch trotzdem für jedes Kino ein Risiko. Mhm. Ich versteh das auch nicht, aber... Scheiße. Und halt für auch den Verleih, weil du kannst ja so einen Film, kannst vielleicht dreimal am Tag zeigen und dann war's das. Ich versteh nur nicht, dass deswegen es jemand finanziert, weil da, ich will nicht wissen, was das ist. Ja, ja, aber ich würde mir, ich würde halt schon vermuten, dass die auch sich die Option offen lassen, zu sagen, okay, wir stückeln jetzt noch ein bisschen mehr und ballern es dann als Serie raus. Jedenfalls, wenn man sich vorstellt, die fangen, die fangen jetzt an zu drehen, sie schneidet vielleicht parallel ein bisschen. Wie lange drehen die? Zwei Monate? Drei Monate wahrscheinlich, bei dem Aufwand vielleicht sogar mehr. So, das heißt, sie fängt im Herbst, im späten Herbst richtig mit dem Schneiden an, dann ist sie, dann ist sie, wenn sie so schneidet, wie ich mir das vorstelle, wahrscheinlich frühestens Frühjahr fertig. Wahrscheinlich eher so Frühjahr-Sommer. Und dann haben sie noch Zeit für die Post und dann hauen sie da nochmal ein Dreivierteljahr Post und Effekte drauf und dann ist der Film fertig. Noch irgendwelche Reshoots hier und da. Ja. Wenn er halt bis 24. Mai 2024 da ist. Wenn, wenn. Das ist ja heutzutage auch nichts mehr. Ich meine, man muss jetzt auch mal sagen, ne, Chris Hemsworth, der hatte auch ein straffes Pensum. Deswegen ist er jetzt auch nicht auf der Pressetour für Thor. Genau. Das hat mich die ganze Zeit gefragt, weil mir das immer gesagt wurde von wegen so, ja, nee, mit Hemsworth ist jetzt nicht so viel jetzt die nächsten Monate, weil der ist schon wieder auf dem Dreh. und ich habe mich immer gefragt, das kann doch nicht, wie viel bringt der denn raus? Weil jetzt hat er hier Spider-Head, Thor kommt jetzt. Danach hat er noch den Hulk Hogan Film gemacht. Ja, genau. Und dann jetzt den. Einen guten Lauf. Und der Hulk Hogan Film, da hat er sich ja nochmal irgendwie für aufgepumpt, so. Ach der, der macht Hulk Hogan? Der spielt Hulk Hogan, ja. Er ist Hulk Hogan, glaube ich. Er ist Hulk Hogan? Er ist Hulk Hogan, ja. Das wird lustig. Gestern, glaube ich, kam das, oder habe ich das zumindest gelesen als News, dass er wohl sagt, er war noch nie so fit wie in Thor Love and Thunder. Und überleg mal, wie der. Extra für den Film und danach auch nicht nochmal. Also er war nur für den Film, hat er sich so aufgefühlt. Und ich glaube, das hängt auch einfach damit zusammen, dass es, glaube ich, einfach ein Gag im Film ist. Ja. Dass er halt von dem Endgame-Thor halt zu dem extrem muskulösen. Und ich glaube auch immer noch, da kann auch dieses Bild raus, wo er so dünne Beine hat und halt nur so. Und ich glaube, dass das Absicht ist und er wirklich absichtlich falsch trainiert hat, weil sie einen Scherz im Film haben, dass er die Beine nicht trainiert hat. Kann gut sein. Also, ich höre nicht drauf hin. Was ich dazu noch sagen wollte, ich finde es geil, dass sie das praktisch bauen. Weil das wäre so auch nicht nötig gewesen. Guck mal, wie groß das ist. Ja, aber das ist überhaupt nicht notwendig, wenn da nicht jemand dranhängt oben oder drauf rum. Selbst das. Oder wenn halt einmal nur ein Auto durchfährt. Aber das ist das, worauf ich, was ich vorhin meinte. Die bauen, die schneiden ja so, die schneiden die Action, ist immer genau in der Mitte. Dass du nie mal kurz woanders hängen guckst, sondern es ist immer da. Und genauso haben sie es auch mit den ganzen Effekten gemacht. Die bauen sowas. Ja. Da guckst du hin. Das ist so die Totale. Und was sie hier dann ranbauen in CGI, fällt dir gar nicht auf. Die Seite ist ja sogar auch ein Set, oder? Ja, das geht bis hier irgendwie so. Die machen so Schräge. Also von hier kommt wahrscheinlich jemand an und was dann hier hinter gebaut wird, keine Ahnung. Aber sowas ist toll. Weil du guckst völlig automatisch immer dahin, was echt ist, was Props sind. Ja. Also ich bin auch guter Dinge, was dieser Film angeht. Ich bin inzwischen auch guter Dinge, was ein weiteres Epos angeht. Ja. Denn jetzt kamen die ersten Bilder der Orks raus. Die bei Herr der Ringe, wie heißt der, die Macht der Ringe? Nee, die Ringe der Macht? Ja, die Ringe der Macht. Die Ringe der Macht. Ja, kam jetzt erste Bilder raus, wie die Orks aussehen werden im zweiten Zeitalter. Das ist nämlich das Ding. Diese Orks hier sind eine gebeutelte Rasse, die ja längst nicht so mächtig ist, wie sie noch in Herr der Ringe oder wie sie schon in Herr der Ringe sind oder wie sie in Herr der Ringe gezeigt worden sind oder auch bei der Hobbit. Sondern die müssen sich erst mal so ein bisschen wieder zur starken Kraft entwickeln. Das heißt, das spielt nach Herr der Ringe? Nein, das spielt weit, weit vor Herr der Ringe. Im zweiten Zeitalter. Im zweiten Zeitalter. Das Herr der Ringe spielt am Ende des dritten Zeitalters. Ah, das fehlt ihm, okay. Ja, und deswegen haben die auch helle Haut, weiße Haut, weil die noch nicht so unter die Erde getrieben worden sind, beziehungsweise weil die noch diverse Probleme mit der Sonne haben. Ja, weil sie noch da gerade erst herkommen. Genau. Weil in der, jetzt kommen wir ja die Nerd-Fact. Jawoll. In der Lore ist es ja so, dass Morgoth, der quasi Chef von Sauron, hat so ein paar Elben verführt und hat die quasi abgezwagt. Da gab's auch keine Orks und hat die genommen, hat die unter die Erde gepackt und hat die so lange gefoltert und irgendwie halt zerschnitten und gequält, bis sie zu den Orks wurden. Die vier? Zu den ersten Orks. Das waren dann vier erste Orks, oder wie? Äh, nö. Also, das wird nicht, es wird ein paar tausend. So. Und es wird tatsächlich nie so richtig erklärt, ob jetzt die Orks, die wir in Herr der Ringe sehen, ob die sich jetzt vermehren, weil du hast ja dann auch Saruman, der welche züchtet. Ich wollte gerade sagen, die werden die nicht da unter der Erde in Blasen geboren? Ja, das sind halt die Uruk-Kai und die werden halt gezüchtet, die von Saruman, die Uruk-Kai, werden halt gezüchtet mit Menschen und Orks. Und das ist ja das alles so ein bisschen, also Tolkien hat ja die Hälfte von seiner Backstory auch nur auf irgendwelche Servetten gekritzelt und dann irgendwo in eine Schublade geschmissen. Ähm, ich hoffe, ich trete jetzt keinen Tolkien-Fans auf die Füße. Aber, ähm, das ist sehr, sehr schön und, äh, ich bin sehr gespannt, wie sehr sie in wirklich diese tiefe Simmerillion-Lore reingehen. Ähm, weil das ist nämlich genau das, dieses Simmerillion, dieses Buch, das hat der Sohn rausgebracht von Tolkien. Und das ist eine Zusammenstellung von irgendwelchen Notizen, die er irgendwo in Schubladen noch gefunden hat und sowas. Wie quasi so die, die ersten Zeitalter in diese, 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 diesen Mythos, den Tolkien sich ausgezeichnet. Ist halt quasi ein Lexiker. Genau, ist im Grunde ein Lexikon, ja. Ein Hälfte-Ringe-Lexikon. Mhm. Und da spielt, äh, quasi diese Serie. Aber auch so ein bisschen wie der Hobbit, die haben schon ein paar Sachen verändert. Also ein paar Charaktere, die da nicht unbedingt gelebt haben oder da waren, gerade zu dem Zeitpunkt. Ein paar Sachen wurden ein bisschen verdreht, ein bisschen verändert. Aber das werden wir dann sehen, wie es ist. Da kann man ja jetzt noch nicht so viel zu sagen. Ne. Machen wir denn irgendwas über die Geschichte? Ich weiß nämlich gar nicht, was… Galadriel macht irgendwas. Und das war… Ja, es gibt ein bisschen was. Aber da sind keine Personen, ich mein, in diesem Universum gibt's auch Figuren, die tausend Jahre alt werden oder so. Genau. Galadriel, Elrond, die ganzen Elben. Ach, die Elben, ja, ja. Ich kenn die Namen nicht. Die spielen quasi mehr oder weniger die Hauptfiguren. Und die Könige der Númenor, die, ähm… Ringgeister. Genau, die die Ringgeister dann später sind. Die sind diese neuen Könige, die sollen jetzt hier immer aufmachen. Also die Vorfahren von Aragorn. Also ich schätz doch mal, ich könnt mir vorstellen, dass die Serie doch darauf hinausläuft, darauf hinausläuft, dass diese Ringe geschmiedet werden. Deswegen heißt es wahrscheinlich so… Also sie heißt die Ringe der Macht, ja, und ich könnt mir vorstellen, dass diese Serie halt dann einfach den Entwicklungsprozess dieser Ringe mitverfolgt und wie diese Ringe dann die einzelnen Gruppierungen, die sie bekommen haben, dann korrupiert. Ja. Also das könnt ich mir vorstellen, dass das die Geschichte ist. Sieben Ringe? Es sind neun Ringe für… Neun. Drei für die Elben, neun für die Menschen. Sieben? Sieben für die Zwerge, glaub ich. Weil sieben Zwerge, haha. Ich hab mit meinen Jungs ein bisschen Tee getrunken. Ja, ja, ja. Wissen wir denn was schon über das Budget? Weil die… Ja, 500, 500 Millionen. Ja, 500. Aber die haben auch direkt drei Staffeln geordert und so. Also die sind auch direkt all in. Oder fünf sogar, glaub ich, ne? Fünf Staffeln. Also 500 Millionen? Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt mit fünf oder drei Staffeln. Aber es sind mehrere Staffeln auf jeden Fall geordert. Aber sie haben auf jeden Fall 500 Millionen bisher insgesamt investiert in diese Serie, was die Rechte angeht und eben halt… Jeff, der hat seine Geldbörse aufgemacht, hat gesagt, hier, mein Taschengeld, macht mal bitte Herr der Ringe jetzt. Ja, nicht mal ein Jahr später hat er gemeint, Amazon wird jetzt Insolvenz anmelden. Also ja, gut. Aber ich find's interessant und die… Das Publikum hat ja auch positiv reagiert nach dem Motto, oh, wir hatten alle Angst. Wir wollten ja um Himmels Willen keine CGI-Orgs oder so. Ja. Und wenn man das dann sieht, kann man das natürlich auch vollkommen verstehen. Ich mein, ich fänd das eh immer besser. Aber in dem Zusammenhang würde mich dann schon mal interessieren, wie das dann am Ende aussieht mit einem klar definierten Budget, wie viel dann in die Posts oder in die digitalen Effekte ging. Weil, da reden wir wahrscheinlich nachher auch nochmal drüber, gerade in den letzten Jahren ist das ja ziemlich abgesackt, die Qualität von Effekten in TV-Serien, in modernen TV-Serien. Na, der erste Teaser, der da jetzt schon zu sehen war, da packen sie immer die besten Bilder ein. Ich fand, das war so ein Mood-Ding. Ja, ja, aber da waren wir auch so, da saßen wir natürlich und waren auch so ein bisschen, hm, das sieht schon aus wie alles andere, was man so kennt. Es war auf einem guten Niveau, das will ich gar nicht sagen. Aber es war halt sehr CGI-lastig. Ich fand, der erste Teaser-Trailer, wie auch immer, von dem, ich fand, der war so nichts sagt. Ja. Also, wenn ich so an Herr der Ringe denke, denke ich halt an so, schon so pompöse, so Paukenschläge. Und irgendwie hatte dieser Trailer halt nicht einen, sondern das waren halt nur so dieses, hier ist eine Schauspielerin, die Galadriel vielleicht spielt und hier ist ein Schauspieler, der vermutlich Elrond spielt, aber du musst nochmal nachlesen, ob es wirklich Elrond ist, weil es gibt nicht ein Merkmal, das ihn als Elrond herausstellt. Ja, und halt, hier ist Fantasy-Serie XY. Ja, das war so ein bisschen das Rad der Zeit. Genau, hätte auch Shania Chronicles, Rad der Zeit oder was weiß ich sein können. Also, es hat noch nicht so den wirklichen, du siehst es und weißt, das ist Herr der Ringe. Touch. Den hat's noch nicht so gehabt, meiner Ansicht nach. Und wir waren da auch ein bisschen unfair. Ich mein, du hast da, was ist das, anderthalb Minuten? Ja. Ja, aus einer dreistaffeligen oder fünfstaffeligen Serie so. Das ist natürlich, klar, du siehst das, bist irgendwie ein bisschen enttäuscht, bist aber gleichzeitig halt unfair, weil du hast halt eine Minute gesehen von insgesamt, weiß ich nicht, fünf Stunden, acht Stunden, zehn Stunden. Und da frag ich mich aber halt auch, warum kommen sie mit den Bildern dann raus? Weil sie ganz früh schon mal Hype ... Ja, aber da kreierst du auch keinen Hype mehr. Genau, das ist der Haken daran. Die Bilder sind nur gekommen, weil sie gesagt haben, guck mal, wir machen nicht das wie beim Hobbit. Ja, ja, genau. Aber die Bilder kriegen eine viel größere und viel bessere Resonanz als der gesamte Trailer vorher so. Aber weil das halt, das hat halt dieses Gritty, dieses Gritty Herr der Ringe Ding, was halt das davor, was du meintest, es war halt so glatt gezogen. Genau, es war so glatt. Das, das, ja. Wann kommt das denn? Ende des Jahres fängt das, nee, doch, an Tolkiens Geburtstag, am 12. Dezember? Also, Weihnachtsserie quasi. Auf jeden Fall werden wir uns gegen Ende des Jahres sehr viel betteln mit einigen Serien, ne? Targaryen kommt ja dann noch irgendwie. Also, die hauen eine Menge raus. Also, das wird ein guter Konkurrenzkampf um eben die Zeit- und Zuschauergunst. Ich will mal wieder zu haben für eine richtig geile Serie. Sowas wie Succession oder ... Hast du dir Winningtime angeguckt? Nee, hatte ich noch keine Lust zu. Ich weiß, ihr sagt alle, das ist super, ja. Ja, guck mal rein. Ich sag dir, nach ungefähr ... Was ist das? Ich sag mal, ich glaub, innerhalb der ersten 20 Minuten wirst du deinen ersten Moment haben. So wie gestern Abend meinst du? Ungefähr so. Gestern ein paar Filme. Achso, wir gucken ja gleich mal, ob wir die gleich gesehen haben. Gutes Thema. Machen wir hier mal mit den Orksfeierabend. Und machen wir jetzt mal weiter mit, ja, den Neustart oder den Kinostart der Woche. Wöchtest du einen Zaubertrick sehen? Ja. Connor! Connor! Wöchtest du? 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 Oh, verdammt gruselige Sache. Ja, sind ein paar ganz gute Filme dabei. Sind ein paar ganz gute Filme dabei. Ich würde mal gerne ein paar Sachen schneller abhaken. Und das ist, glaube ich, das, was anhand der Mediatheken vorhanden ist. Ich glaube, das können wir mal eben schnell kurz erklären. Wir haben hier zum einen, wir haben heute ein bisschen Bruce Willis am Start. Der da, ne? Ja, genau, der. Der ist unter anderem hier mit Once Upon a Time in Venice auf Tele 5 erhältlich. Da spielt er einen abgehalfterten Privatdetektiv, der so mehr schlecht als recht, beziehungsweise halbwegs gut über die Runden kommt. Aber dann entführt ein Drogendealer in Örtlicher seinen Hund. Und er startet quasi einen Rachefeldzug, beziehungsweise eine Rettungswahl. Ausgesprochen originelle Idee. Ja, ist auch halt, wie gesagt, eine dieser Filme, die Bruce Willis jetzt gemacht hat im Zuge seiner Erkrankung. Das war so einer der ersten, wo man sich gefragt hat, Hä? Was ist denn das für ein Film? Von wann ist denn der? 2.14? Ja, ist schon, also ist schon eine... Nein, und Farmke Jansen haben sie auch da. Farmke Jansen, Jason Momoa und John Goodman. Jason Momoa und John Goodman? Ja. Und noch zu diesem Film gehört. Und Thomas Middleditch. Das ist doch hier der aus dieser, aus der Nerd... Silicon Valley. Silicon Valley, ja genau, alles klar. Also ist halt so ein... Also der kam hierzulande nur in die Videotheken, beziehungsweise direkt auf DVD raus oder Blu-ray raus. Deswegen hab ich wahrscheinlich noch nicht davon gehört. Und ist halt einer dieser Filme... Also mit solchen Filmen ging's halt los, wo sich alle gefragt haben, ey, was macht Bruce Willis denn da? Ja, ja, ja. So, und der soll aber tatsächlich noch zu einem der Besseren zählen. Deswegen hab ich... Das heißt, er redet mehr als drei Sätze. Das sowieso, das sowieso. So, dann gibt es zwei herrliche Agentenparodien auf Tele 5 oder in der Tele 5 Mediathek. OSS 117, der Spion, der sich liebte. Und OSS 117, er selbst isst sich genug. Äh, Nest of Spice heißt der eigentlich, Cairo Nest of Spice heißt der Erste und Rio antwortet nicht, heißt der Zweite. OSS 117, Jean de Jardin als französischer... Vollagent. War das dein Durchbruch damals? Also ich bin durch die beiden Filme auf ihn aufmerksam geworden. Ich auch. Ich auch. Ja, und ich hab den ersten damals auf dem Fantasy-Filmfest gesehen, hatte keine Erwartungen, hab nur dieses Bild von ihm gesehen und hab gedacht, der sieht schon Connery in gewissen Momenten, aber schon echt ähnlich. Und ich hab diesen Film gesehen und ich hab so gelacht. Ich hab wirklich so gelacht. Und dann kam der, synchronisiert von Oliver Kalkofer, dann auch endlich nach Deutschland. Und ich muss sagen, Kalkofer macht's echt gut. Und es sind wieder geile, geile Situationen dabei. Und ich weiß noch, wir hatten mit Steven Liebkino mal so eine Jubiläumsfeier oder Jubiläumsfolge. Und dann haben wir den zweiten Teil, OSS 117, den haben wir dann im Kino gezeigt, so mit für alle Anwesenden. Und so viele Leute kannten den nicht. Die haben den dann zum ersten Mal gesehen. Jetzt schnall ich erst. Rio ne va plus. Rio ne repant plus. Und die kannten den halt alle nicht und haben sich weggeschmissen. Weil auch der zweite Teil schafft's halt echt gut, das Gag-Level vom ersten zu erreichen und auch so, was die Story angeht, mitzuhalten. Der dritte flacht jetzt halt ein bisschen ab, aber mit dem hatte ich auch meinen Spaß. Aber allein Jean Dujardin in dieser Rolle des, ja, kolonialistisch völlig überzeugten, von sich selbst völlig eingenommenen und ansonsten halt wirklich alle negativen Eigenschaften der damaligen Zeit auslebenden Geheimagenten ist großartig. Das glaub ich. Das kann ich nicht verstehen. Ist wirklich großartig. Geile Ausstattung, geil gefilmt. Hier der Hazard Navicius, der Regisseur, hat dann später halt mit Jean Dujardin The Artist gedreht. Ach, das ist der gleiche Regisseur? Das ist der gleiche Regisseur. Seine Frau Berenice Brénaud spielt auch noch mit dem ersten mit. Also dementsprechend, die kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Unbedingt anschauen. So was ähnliches nachher nochmal. Ja. Dann haben wir bei ServusTV in der Mediathek das Remake eines koreanischen Skandalfilms, nämlich das Hausmädchen. Hier geht es jetzt in der Neuverfilmung um ein Hausmädchen, um eine junge Frau, die sich aus Geldproblemen hin bei einer reichen Familie als Hausmädchen anbietet. Und plötzlich halt eine Affäre mit dem Hausherren beginnt, woraus dann halt resultiert, dass sie schwanger wird. Über welche Altersklasse sprechen wir hier gerade? Also ist sie 16 oder ist sie 23? Ja, sie ist schon ein bisschen älter. Sie ist eine junge Frau. Okay. Ja. Und naja, und das wollen sich die beiden Damen, die Mutter und die Ehefrau, nicht so wirklich gefallen lassen. Und das endet halt in einer bitterbösen Abrechnung mit der Wohlstandsklasse in Korea. Wie gesagt, ist ein großer koreanischer Klassiker. Das Original, glaub ich, aus den 60ern. Und hier die Realverfilmung ist ein bisschen neuer, aber genauso böse und meiner Ansicht nach auch genauso sehenswert. So, und dann haben wir noch ganz zum Schluss für unsere Arthouse-Freunde in der Arte-Mediathek. Läuft, ob wir schlafen oder wachen. Das ist der, glaub ich, erste oder einer der ersten Filme von, jetzt muss ich den Namen wieder... Ryosuke Hamaguchi. Das ist der Regisseur, der jetzt dieses Jahr mit Drive My Car für den Auslands-Oscar nominiert war, beziehungsweise dann auch den Auslands-Oscar gewonnen hat für Drive My Car. Und hier geht's um eine junge Frau, die stürzt sich Hals über Kopf in eine Beziehung mit einem jungen Mann. Und alles, obwohl sie schon gewarnt wird, ey, mach das bloß nicht. Und dieser junge Mann haut dann auf einmal ab und es wär verschwunden, völlig spurlos vom Erdboden verschluckt. Und dann trifft sie einen anderen jungen Mann wieder, der ihrem Ex-Freund eins zu eins bis aufs Haar gleicht. Und mit dem geht's ihr dann halt auch wieder in eine Beziehung ein. Und davon erzählt dieser Film. Interessant. Ist vielleicht, wie gesagt, für unsere Arthouse-Freunde. Aus welchem Jahr ist der? Oh je. Also was Frisches oder? Nee, 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 der ist schon alt. Klassiker, okay. Kann dir jetzt nicht, müsste ich jetzt einmal nachgucken, welches Datum das genau war oder welches Jahr das genau war. Der heißt im Original Asako 1 und 2, eben bezogen auf die beiden Beziehungen, die sie halt mit diesen unterschiedlichen Männern führt, obwohl die halt komplett gleich aussehen. Weil sie sich halt auch dann wohl anders verhalten soll in dieser Beziehung. Ich hab den auch noch nicht gesehen. Ich werd mir den auf jeden Fall jetzt über Arte mal anschauen. So, dann haben wir tatsächlich zwei DVD- und Blu-ray-Tipps mal am Start. Es gibt zwei schöne Asiatische Filme, die jetzt ins Kino kommen. Der eine ist etwas neu, der andere ist etwas älter. Believer ist ein koreanischer Film, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ich glaub 2018 oder so. Und ist tatsächlich das koreanische Remake von Drug War von Johnny To. Ah. Ja. Und hier hat man nur so ein bisschen mehr die üblichen oder Usual Suspects, die üblichen Verdächtigen-Vibes mit reingebracht. Denn hier ist der Polizist deutlich konzentrierter oder fokussierter auf einen geheimen Drogendealer namens Mr. Lee. Den kennt man überall. Der ist gefürchtet. Keiner weiß, wer er ist. Das ist deren Kaiser Soße. Genau, ja. Und es kam zu einer Explosion. Bei dieser Explosion haben sie einen jungen Mann gefunden. Der hat bei dieser Explosion seine Mutter gefunden. Und deswegen erklärt er sich bereit, den Polizisten, der schon jahrelang hinter Mr. Lee hier ist, zu helfen, Mr. Lee zu fangen. Und das entspinnt halt, wie gesagt, das gleiche Szenario wie bei Drug War. Nur wo ich Drug War echt einfach ein bisschen reduzierter und konzentrierter fand und halt eben auch die Geschichte, was hinter Onkel Bill, glaub ich, so hieß er bei Drug War, die dahinter steckt, fand ich halt wesentlich besser. Und nüchterner und halt auch für das chinesische Umfeld deutlich passender als jetzt das hier. Das ist halt alles, wie gesagt, eine Spur, mehr Actionkino, mehr ... Ich fand das super witzig. Ich hab den gestern nebenbei, ich hab so mein Marvel-Video gemacht und den Film nebenbei geguckt. Und ich fand das sehr, genau das, was du sagst, also einmal hat sich der Twist so angekündigt. Ja, der hat sich leider echt sehr angekündigt, muss ich sagen. Fand ich ein bisschen schade. Schon in dem Moment, wo das erste Mal darüber geredet wird, dass niemand weiß, wer Mr. Lee ist und andere Leute sich halt sehr ausgeben, war schon klar, okay, alles klar, so wird das also dann weitergehen. Und ich fand das so witzig, weil es ist so ... Es ist noch viel plump, als du's grade beschrieben hast, dass Action einfach da reingeschnitten wurde. Es ist halt einfach so, so, jetzt ist hier diese Situation und jetzt hat der halt ne Kalaschnikow. Und dann ballert der halt einfach durch den Raum für zwölf Minuten und alles schießt. Und dann ist die Situation auch wieder gelöst. Und dann ist es wieder so, ah ja, und was machen wir jetzt? Aber so für ... Es ist so dreimal oder so zwischendrin auch in dem Drogenlabor. Aber da waren geile Ballereien dabei. Das waren gute Ballereien, aber das war so dieses so ... Schnitt, jetzt wird geballert und jetzt geht's wieder so in die Thriller-Richtung. Wir versuchen wieder rauszufinden, wer ist jetzt eigentlich der Bösewicht. Das fand ich sehr witzig, dass das so dieses Hin und Her war. Und der Polizist, der Hauptpolizist, legt halt deutlich mehr Lust ... Also er hat halt deutlich mehr Lust, irgendwas zu schauspielen, als es im Original der Fall war. Da war das einfach notwendig, dass man sich halt als jemand anderes ausgeben muss, um einen Undercover-Job zu erledigen. Hier ist es fast schon so, als ob das so ist, so geil, endlich kann ich ... Ja, endlich kann ich hier mal der heimliche Hollywood-Star sein. Also, der ist in allen Ecken und Belangen ein bisschen unrunder und theatralischer und übertriebener, könnte man fast sagen. Aber er macht trotzdem bis zum Ende hin eigentlich Spaß. Zumal das Ende eigentlich auch ganz cool gelöst ist dafür, dass sie halt einfach eine andere Entwicklung in der Geschichte vornehmen. Also es ist kein 1-zu-1-Remake, das finde ich schon immer schön, dass man sich halt da so seine eigenen Gedanken gemacht hat. Aber es funktioniert meiner Ansicht nach nicht so gut wie ein Drug War. Und die Ballerei in Drug War ist halt einfach geil. Okay, dann hab ich mal eine Frage. Das kommt jetzt als DVD raus. Liefen die dann vorher irgendwo anders im Kino? Oder ist es straight to DVD? In Korea war das ... Das ist straight to DVD? Aber weltweit ... In Korea war das ein Riesenhit, geliefert. Ah, okay. Und ja, und dann wären wir beim nächsten Film. Cliff Walkers, den hab ich, glaub ich, letztes Jahr in Citrus schon gesehen. Für Freunde des klassischen Agenten-Suspense-Kinos. Das unbedingt empfehlenswert ist von Zhang Yimou, der Regisseur von Hero oder House of Flying Daggers oder Curse of the Golden Flowers. Es geht hier um eine Gruppe von Agenten, die wird in den 30er Jahren in die Manchurei eingeschleust. Die sollen dort jemanden rausholen, der von den, sag ich mal, Gefangenenlagern und von den Folterzuständen oder von den wirklich unmenschlichen Zuständen der Japaner in China berichten kann. Ja, weil das war damals so, dass die Japaner in China einmarschiert sind und halt so eine Art Marionettenstart in der Manchurei ... War noch ein bisschen grob dabei. Ja, errichtet haben. Und jetzt gilt es halt, einen Mann rauszuholen, der halt so ein Kriegsgefangenenlager überlebt hat. Und das führt halt zu einem Film, der, ja, ich hab's halt gesagt, der, ähm, schon geschrieben, der wirklich fesseln ist, der wirklich geil inszeniert ist, der überraschend brutal dann teilweise ist, ja, was so halt Folterszenen oder halt auch kurze Gewalteskalationen angeht und der halt auch brutal verschneit ist, weil es schneit halt permanent. Es ist wirklich, es ist ... Ich hab noch nie so einen Film gesehen, in dem so viel Schnee irgendwie durch die Gegend fetzt und fliegt. Klingt nach einer teuren Produktion. Ja, klingt nach einer sehr teuren Produktion, zumindest für chinesische Verhältnisse. Und ich war zwischendurch echt lost. Ich hab keine Ahnung gehabt. Die haben alle schwarze Mäntel und schwarze Hüte an. Ja, fahren alle in den gleichen schwarzen Karren durch die Gegend, so, ja. Und dann ist mal der bei dem, dann ist mal der bei dem, dann unterhält sich der mit dem. Und wirklich, ich war verloren. Aber irgendwann findet's dann halt wieder zurück zu nem, sag ich mal, Ende, wo du weißt, okay, da ist die Partei, da ist die Partei, der hat das gemacht. Wann spielt das? Wann, wann ... 1930. Ich wollte gerade sagen, 30er Jahre. 30er Jahre, ja. Und zusammen halt, die Ausstattung ist super edel. Die Kamera, da gibt's ne Verfolgungsjagd, so ne Autoverfolgungsjagd. Echt sehr, sehr geil gemacht. Die Darsteller sind cool. Ähm, die Musik, der Score, es ist wirklich, wenn man sich das anguckt und halt die, sag ich mal, asiatischen Darsteller ausblendet, könnte man halt meinen, das ist echt altes Hollywood-Suspense-Kino. Cool. So richtig altes Thriller-Agenten-Kino. Also fast schon noir. Ja, ja, sowas in der Richtung. Also, hätte auch ein Hitchcock oder sonst irgendwas machen können. Oh, tja, kommt auf die Liste. Ja, ist wirklich, ist empfehlenswert. Der jetzt nicht so, das ist nicht mein Style. Aber ich hab dir auch den Screener geschickt, ne? Ach so, der war dabei? Ich wollte ihn eigentlich auf der Herfahrt gucken, aber ich bin eingeschlafen. Ich wollte ihn heute Morgen. Also, bevor ich gucken konnte. Ich wollte ihn auch heute Morgen gucken. Aber dann hab ich mir nochmal Obi auf Deutsch angeguckt, was, naja, egal. Kommen wir gleich zu. So, jetzt können wir noch ein paar Streamer-Tipps abhaken. Das geht auch schneller. Ähm, unter anderem gibt's jetzt auf Netflix einen Film namens The Man from Toronto. Der stand leider nicht als Screener zur Verfügung. Aber der interessiert mich schon. Ist von dem Regisseur von Killers Bodyguard. Äh, Hughes heißt der. Und ja, Kevin Hart spielt hier so ein, was ist der, ähm, wie wurde sein Name? Sein, ein Verkaufsberater. Keine Ahnung, was das ist. Verkaufsberater? Verkaufsberater. Er ist ein erfolgloser Verkaufsberater. Und ja, jetzt sind wir schon wieder bei Hitchcock. Wie bei Hitchcock wird er plötzlich für einen Profikiller gehalten. Wie der legendäre Man from Toronto. Den alle nur als Man from Toronto kennen. Und er muss jetzt wohl, wenn ich's richtig verstanden hab, auch dann der Regierung helfen. Eben diesen Man from Toronto zu schnappen. Dargestellt von Woody Harrelson. Der dann halt auch auf den Plan tritt, weil er halt feststellt, oh, da gibt's nicht jemand als mich als ich aus. Und ja. Das ist dann wohl die Sache. Und ich glaube, Woody Harrelson zwingt dann halt eben Kevin Hart dazu, ihm zu helfen, gewisse Sachen zu erledigen. Das klingt gar nicht so lustig. Ist das ernst? Ich glaube, das ist ernster. Spielt Kevin Hart da eine Kevin-Hart-Rolle? Ich glaub nicht. Scheinbar nicht. Also, der Trailer wundet nicht danach. Sieht das so aus, als ob er eine ganz normale Kevin-Hart-Rolle spielt? Ja, ein bisschen reduzierter. Aber er ist zumindest nicht so wild. Aber das sieht schon ernster. Oder zumindest nach einem ein bisschen gröberen Fluss. Ich hätte da auch mal Interesse dran, den in einer ernsten Rolle zu sehen. Ja. Ja, ja, ja. Wäre schön. Ich mag das ja, wenn so Comedians, die man wirklich nur albern kennt. War er nicht in dem Remake von, ähm, Beste Freunde? Ziemlich Beste Freunde, ja. Ja. Genau. Das war ja schon ein bisschen ernster zumindest. Da war er, der, er hat, er war der Pfleger? Und Brian Cranston war der. Genau, Brian Cranston. Das verdrängt alles. Aber das Remake war solide. Das war gut, also es war überraschend gut. Als das angekündigt wurde, haben alle so ein bisschen gemeckert. Aber als das dann rauskam, war das wirklich, äh, ein überraschend gutes Remake. Also es ist halt ein sehr recht akkurates, nur halt in ein anderes Land versetztes Remake. Deswegen ist es jetzt nicht unbedingt, wenn man den ersten richtigen gesehen hat. Brauchst du den nicht unbedingt? Ja. Aber es ist gut, der ist, der drückt die gleichen Knöpfe wie das Original auch. Ah. Also wenn du das Original, das Französische nicht kennst, ist halt eher für eine amerikanische Marke. Ja, ja. Wo du halt keine, keine, nicht so eine, so eine. Untertitel. Ja, und du hast ja nur Untertitel. Oder Synchronisation. Ja, genau. Ist Harrison denn wirklich bedrohlich? Oder ist es wieder typisch, ich mach große Augen und die Mundmenge? Ich habe da Harrison nicht gesehen. Immer wenn Harrison böse ist, guckt er genauso. Ich glaub, ich hab schon zehn Filme gesehen, wo er exakt, also, der sieht immer gleich aus. Die Kunst ist nur, dass er ganz schnell, der braucht nur ein paar Sachen ändern. Ja, ja. Und dann ist er lustig. Aber es ist egal, in welchem Film er mitspielt. Er hat immer diese Szene, wo er genau so guckt und der bedrohliche Mann ist. Und das könntest du jetzt auch, das könnte auch einfach ein Steelframe aus Zombieland sein, wo er grad sauer ist, was sie einfach da aufs Booster gepackt haben. Ja, oder hier, äh, Carnage, Venom. Ja, genau, genau. Haben sie ihm einfach nur die Haare weggemacht. Ja. Ja, apropos Marvel. Ähm, ja, wie gesagt, Man from Toronto hab ich nicht gesehen, aber mich interessiert, nach dem Trailer interessiert mich der Film. Ist das ein Exklusiv? Ja, ja. Und ja, es gab leider keine Screener. So, dann, seit gestern ist jetzt schon Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Überraschend früh, ja. Und ich mach die Ohren zu, weil ich hab den immer noch nicht gesehen. Nö, ach du, pass auf, wir haben schon über den Film großenbreit gesprochen, wir beide haben auch über den gesprochen. Äh, ich sag mal so. Eine Sache nur, gib mir einen Daumen. Spontan, aus dem Bauch. Hm. Das hab ich dem gegeben. Ich glaub, ich hab dem drei Sterne gegeben. Das hab ich befürchtet, okay. Ja, aber das Ding ist... Genau damit rechne ich. Ich weiß nicht, warum, aber... Und ich als jemand, der sich ganz, ganz, ganz oft die Marvel-Filme irgendwann nochmal anguckt, ähm, ich versteh mich selber nicht, aber ich hab da überhaupt kein... Ich glaub, unser Konsens war, wir haben eine Stunde lang in Amerika in dieser Einreise-Dings-Schlange gestanden, haben nur über den Film geredet und ich glaub, unser Konsens war, solider Film, gut, aber zu wenig Multiversum für einen Film, der es im Titel stehen hat. Im Vergleich, im direkten Vergleich mit einem gewissen anderen Film, der mit Multiversum sich gerade... Das ist aber auch wirklich der einzige Vergleich, den ich jetzt mit Everything, Everywhere, All at Once irgendwie bringen würde, welcher Film zeigt Marvel die... Ja. Darauf bezogen, dass die der beste... Haben sie gesagt, ja? Die haben den Film beworben mit, das ist der beste Multiversumsfilm, der gerade läuft. Witzig. Ach, wie witzig, okay. Das ist ein bisschen frech, aber sympathisch. Multiverse of Madness hat halt nicht so dieses... Ich hab halt erwartet, dass es vielmehr in ganz viele verschiedene Multiversen geht, so wie What If halt. Ja, ja, genau. Aber das hat er halt nicht gemacht, er hat sich eher auf einen Fokus halt konzentriert, was halt irgendwo anders ist und sowas. Okay. Aber ansonsten ist es ein guter Marvel-Film. Ja. So. Und vor allem schön, dass man sehr viel von Sam Raimis Handschrift sieht. Ja, das auf jeden Fall. Ach, das ist der Sam Raimis Film. Oh, dann gucke ich ihn mir doch an. Das merkst du in den ersten 20 Minuten hast du sofort, das ist ein Sam Raimis Film. Okay, weil ich weiß jetzt auch, warum ich nicht so heiß drauf bin, weil ich den hatte er davor, Strange war nur einer davor, ne? Ja. Der hatte einen Film, ne? Den fand ich nämlich echt ein bisschen langweilig. Oh. Und da hab ich mir ein halbes Jahr später nochmal so angefangen, wieder gemerkt, nee, ist nicht mein Ding. Also das ist einer von diesen, die mir nicht gefallen, aber Sam Raimi da reingeworfen. Der wirklich, der wirbelt durch diesen Film durch, der gibt dem Film halt richtig Schub. Du hast direkt die Sam Raimi-Vibes. Und Dr. Strange-Filme, was ich mir immer dazu gesagt hab, wenn wir über die verschiedenen Marvel-Filme geredet haben, Dr. Strange ist, ähm, auch in seinen Szenen in Infinity War und Endgame, halt, oder generell die Zauberer, die Sorcerer sind halt so ein optisches Ding. Das ist halt, das ist halt, du guckst den Film halt, weil er schon geil aussieht und weil coole, verrückte Elemente sind und irgendwelche komischen Zaubersachen, dieser Kampf zwischen Thanos und ihm auf Titan, äh, so ist halt so eins von den Dr. Strange-Highlights und dann hast du halt irgendwie das, wo er mit Dormammu, wo er 10.000 Mal stirbt und was weiß ich, so diese Szenen. Das ist halt so, die Optik ist bei Dr. Strange teilweise, finde ich zumindest, als Marvel-Film wichtiger als die eigentliche Figur, weil die Figur sich irgendwie auch zu jedem Film wieder zurückentwickelt, wo sie am Anfang stand und dann die gleiche Entwicklung nochmal durchmacht. Scheint so, ja. So, ja. Und halt dann auch, naja, vor allem erstmal in Tony Stark 2 war. Ja, aber das ist halt in den Comics halt auch, also das ist halt, die haben ja nicht umsonst den exakt gleichen Look, also die sehen ja, teilweise gibt es Comics, wo die beide drin vorkommen und beide halt in zivil nebeneinander stehen und du kannst sie halt nur unterscheiden, dass halt Strange halt so einen silbernen Streifen hat und Stark halt nicht, aber die sehen halt fast irgendwie aus. Also, einer meiner größten Kritikpunkte an Dr. Strange, die Friese von Benedict Cumberbatch. Ja, es ist halt so, hey, ein bisschen Perücke aufsetzen. Ja, also wirklich, die Friese ist echt schlecht. Das hab ich auch nicht verstanden, auch der Bart. Ja. So, die haben halt in den anderen Filmen, auch in No Way Home, sehen seine Haare halt aus, ob seine Haare sind, in dem Film nicht. In dem Film sieht das halt aus wie, ah, okay, der musste halt eine Perücke aufsetzen dafür. Genau, hängt halt wahrscheinlich auch in einer anderen Produktion noch parallel mit drin. Aber über den haben wir halt auch schon, ja, wahrscheinlich. Aber ich will auch gar nichts. Der ist jetzt auf Disney, ne? Der ist jetzt auf Disney, der ist halt gestern da. So. Und ein Film, den wir eigentlich schon letzte Woche hätten vorstellen sollen, was ich sehr bereue, ähm, den müssen wir jetzt diese Woche noch hinzufügen. Bei Apple TV Plus ist jetzt erhältlich Cha-Cha Real Smooth. Und ich sag's gleich, es gibt endlich wieder, oder es gibt immer noch Romanzen oder Liebesfilme, die mich zum Heulen bringen und wo ich mich richtig gut bei fühle. Und das ist Cha-Cha Real Smooth. So ist, also wirklich, es ist endlich mal wieder ne Schmonzette, wenn man so will, wenn man so abstrafen möchte, wo ich sage, ja, das ist die Schmonzette, die ich mir in eine reinziehe. Ich find vor allem, weil's halt nicht, weil's halt endet, wie's endet. Weil's so verläuft, wie's läuft. Weil's halt nicht so das Ding ist, dass es so 0815, hier ist jetzt ein schöner romantischer Film, äh, Ding ist. Sondern das hat halt so, ich will jetzt nicht sagen Twists, aber es läuft halt ein bisschen anders, aber hat halt ne grundpositive Einstellung, auch wenn negative Dinge passieren. Ja, also es ist eigentlich ein Film. Das ist manchmal ganz angenehm, ja, finde ich. Es ist eigentlich, es ist ein Film, in dem ne Welt gezeigt ist, die zu schön eigentlich ist, um wirklich echt zu sein, oder zu nett ist, um wirklich echt zu sein. Weil hier Leute sich gegeneinander zu, also sich zuhören, ausreden lassen, aufmerksam sind gegenüber den Problemen anderer, ja, und versuchen das alles irgendwie auch vernünftig zu klären, ja, und mit Verständnis zu klären. Und ey, das ist so angenehm. Es ist so charmant, in diesem Film zu sehen, mit welchen kleinen Sätzen so große Dinge irgendwie essentiell einfach nur auf den Punkt gebracht werden. So, ja. Und ja, kurz zur Geschichte. Es geht hier um einen jungen Mann namens Andrew, der hat sein College gerade irgendwie absolviert, ist jetzt wieder zurück in New Jersey bei seinen Eltern und findet's alles andere als geil, weil die Freundin, die er während der College-Zeit hatte, ist jetzt nach Barcelona abgehauen, wo er eigentlich auch gern hinmöchte, aber er steckt halt in New Jersey fest, muss in so einem Fast-Food-Laden irgendwie arbeiten und gerät halt durch Zufall auf eine Bar Mitzvah, wo er seinen Bruder hin begleitet und schafft es dort so ein bisschen die Stimmung, die eigentlich eher tot ist, richtig anzuheizen, woraufhin er als, ja, Bar Mitzvah-Organisator und Animateur engagiert wird, beziehungsweise so eine Art kleines Business errichtet, als Bar Mitzvah-Anheize. MC. MC, so genau, Master of Ceremony, genau. Und dabei lernt er eben Dakota Johnson kennen, die Mutter einer autistischen Tochter, also die Mutter eines autistischen Mädchens, die halt deutlich größer und älter ist als all die anderen Kinder in diesem Umfeld, aber die halt eben deutlich später erst eingeschult worden ist. Und die freuen sich miteinander an und, naja, Andrew scheint auch mehr für Domino, so heißt sie genau, Domino heißt sie, für Domino zu empfinden. Das Problem ist, Domino ist eigentlich verlobt. Ja. Und seine Freundin ist in Barcelona gerade. Und seine Freundin ist in Barcelona gerade. Und ey, das ist der Cooper Rave, der den Film geschrieben, inszeniert und halt eben auch gespielt hat in der Hauptrolle, ähm, der hat, der ganz links, ja, der hat schon vor einigen Jahren diesen Film gemacht, Shithouse, den fand ich auch schon sehr sympathisch. Da ging's eigentlich darum, dass die gleiche Figur, äh, mit einer jungen Frau die ganze Zeit durch die Gegend rennt, beziehungsweise die Gegend läuft und halt wie so eine Studenten-Romanze sich halt, oder beziehungsweise wie so eine junge Menschen-Romanze sich halt so entwickelt. Und hier, wie gesagt, spielt er eigentlich fast den gleichen Typen, so, der nicht so wirklich weiß, wo er jetzt schon im Leben steht, aber halt schon so ein paar konkrete Vorstellungen hat und einfach ein netter Typ ist. Ich find's vor allem gut, dass seine, seine generelle Lebenseinstellung, egal was ist, also der wird halt richtig hart, so geht der Film jetzt sogar los, so der wird halt, der kriegt halt die harte Kante und er lernt da aber schon quasi von seiner Mutter und das ist ja das, was sich dann auch so durchzieht. Leslie Mann. Ist jetzt scheiße, jetzt gerade scheiße, aber geht weiter. Ja genau, immer weiter, es geht immer weiter. Es gibt auch positive Sachen schön und dass es so ein bisschen seine generelle Lebenseinstellung ist und das ist einer meiner Lieblingssätze aus dem Film ist, wir alle haben Seelenverwandte, du hast ungefähr vier und ich hab so 1200 und wir haben mehrere, wir haben nicht nur eine und das ist halt so ein bisschen auch so dieses Thema, wie sich das dann eben weiter durchzieht, dass halt, du kannst halt heartbroken sein und dich fühlen wie absolute Scheiße und halt heulen und total im Eimer sein, aber dann hast du halt irgendwie deinen kleinen Bruder und dann musst du dem halt auch helfen, seiner Freundin und so weiter und so fort. Also so schöne Elemente drin, wie dann einfach dieses so, okay und jetzt machen wir weiter und es ist alles zwar scheiße, aber das Leben geht weiter. Gott, mir war es so peinlich, ich dachte wirklich gestern noch die ganze Zeit, ich guck ja immer nicht nach, wenn er mir einen Film schickt, guck ich nicht nach, was ist der Inhalt oder so, sondern einfach nur clean und ich war mir so sicher, dass das ein Tanzfilm ist, ein wenig Cha-Cha, real smooth und ich so, Cha-Cha-Cha-Film, real smooth, muss ich mir jetzt nicht angucken. Aber wenn, wenn du wirklich mit einem absolut schönen Gefühl aus dem Film rausgehen willst und du merkst, du wurdest jetzt nicht groß, also so völlig ins Blöde manipuliert, sondern halt irgendwie mit einer Geschichte, die sich echt anfühlt, die die richtigen Entscheidungen trifft oder also nicht irgendwie auf Teufel komm raus, dem Zuschauer ein gutes Gefühl oder ein Happy End mit auf den Weg klatschen möchte, sondern halt ein vernünftiges Happy End, ein reales Happy End, wo du sagst, ich freu mich für alle Beteiligten, ich find's gut für alle Beteiligten, ich weine oder trauere auch mit allen Beteiligten, aber ich blicke positiv in die Zukunft mit allen Beteiligten. Das fand ich echt stark. Und dann halt so geile Momente. Der, der hat die ganze Zeit einen Beef mit seinem Stiefvater, ja, der halt, wo, weil er halt den Stiefvater einfach nicht leiden kann. Ich weiß, man weiß auch gar nicht richtig, warum so, ja, aber er weiß es ja einfach so. Manchmal, also wie gesagt, die dissen sich halt ständig die ganze Zeit und dann irgendwann gibt's eine Situation und, ähm, dann sagt der Stiefvater nur einen Satz, niemand schlägt deine Mutter. Außer mir. Nein, guck's dir an, warum er das so sagt. Okay, okay. Und, und in dem Moment ist sowohl für Andrew als auch für mich alles klar gewesen. Ja. So, wo ich gedacht hab, okay, vergiss, was vorher war, ja, jetzt ist alles cool und es wirklich, es wird alles so down to earth und echt entspannt gespielt, es gibt keine großen Ausraster oder Dramatik und so. Und ich muss auch mal sagen, ne, ich fand sie ja in Fifty Shades of Grey, fand ich sie ja wirklich einfach unerträglich, furchtbar und scheiße. Wie die da gespielt haben. Wirklich, es war einfach eine schlechte Leistung. Ich bin spätestens jetzt durch diesen Film Dakota Johnson Fanboy. Hm. Wirklich. Ey, sie macht das so toll. Ja. Sie macht das so toll, sie macht das so reduziert. Man kann sich fragen, was ist bei der Frau los und ist es vielleicht nicht eher schon eine Fantasie, die hier ausgespielt wird. Aber nein, fand ich nicht. Ich fand, das war alles recht vernünftig. Und vor allem, weil sie halt später auch richtig vernünftig ihm gegenüber argumentiert, was ihre Motivationen und ihre Beweggründe sind. Und das fand ich so gut von ihr gemacht. Also Dakota Johnson mittlerweile, muss ich sagen, ich seh sie echt sehr gerne. Hm. Ich glaub, dass der Film so gut eben funktioniert, weil genau das, was du halt gerade auch meintest, weil's halt so ein Ding ist. Normalerweise würdest du so ein Skript oder so ein Thema eben in irgendeinem großen, in einer Prügelei-Schlägerei zwischen zwei Fronten, zwischen zwei Typen dann irgendwie die Testosteron-Geladen-Sinn-Enden und dann gibt's den großen Drop und dann funktioniert das nicht mehr oder so was. Oder eben die andere Richtung, die halt, ich will jetzt halt nicht zu viel über den Film sagen, aber ne, wie es halt gehen könnte, so würdest du's normalerweise machen, aber gerade weil sie's halt nicht machen und wie du sagst, miteinander reden und fast schon so utopisch. Wie bei Star Trek. Wie bei Star Trek. Sachen ausdiskutieren. Einfach so dieses so, wir, jetzt beruhigen wir uns mal alle und wir reden jetzt mal drüber so und das ist so erfrischend, dass der Film halt, obwohl er ne Story hat, die man per se kennt, so viel besser ist als die meisten anderen in diesem Feld. Ja, weil er halt auch dann, sag ich mal, sich auch auf Sachen abseits davon konzentriert, ja, bei so Romanzen ist ja meistens immer die Romanze im Mittelpunkt. Dann gibt's dann dieses große, den großen Bruch irgendwo am Ende vom zweiten Drittel. Und dann kriegen sie sich doch noch. Und dann irgendwann kriegen sie sich doch noch so oder beziehungsweise irgendwann passiert irgendwas Entscheidendes, was die Liebe dann nochmal festigt, beziehungsweise dann nochmal auf den Punkt bringt, so, ja. Und hier gibt's aber so viele andere Layer, weil hier geht's auch und zum anderen, ja, um die Mutter, hier geht's unter anderem um den Bruder, hier geht's um ein autistisches Kind, hier geht's um ne Ehe, ja, die irgendwie auf wackeligen Füßen steht, es geht um ne Ehe, die, ja, fast schon zweckdienlich erscheint, aber dann doch so viel mehr ist, so. Also, da sind so viele schöne Ebenen auf diesen Film verteilt, ohne dass es sich überfrachtet oder vollgestopft anfühlt. Also sehr ausgewogen. Also, aber ich frag nur eine Frage, wir hatten mal so vor sechs, sieben Jahren hatten wir eine Phase, wo ganz viele Feelgood, aber sehr, also sehr positiv, also Feelgood-Filme, die nicht cheesy waren, sag ich mal, die kamen so, A Song Saved My Life zum Beispiel, oder Chef, ja, Chef, sagen wir mal Chef als ganz einfaches Beispiel, wo einfach überhaupt keine Juno, genau, wo es kaum große Hindernisse gibt, wo man einfach nur jemandem folgt, der ein schönes Erlebnis hat. Ne, bei Chef, Favreau will Koch werden, will Streetfood-Car werden, dann macht er das und seine Freunde helfen ihm und am Ende hat er seinen Streetfood-Car und alle sind happy. Und nicht so, oh, ist das mal angenehm, dass einfach mal so ein normaler Film ist, wo man nicht das Gefühl hat, dass alle zehn Minuten das nächste Hindernis vor der Tür steht, sondern einfach nur ein bisschen positiven Vibe abgreifen kann. Cha-Cha, Real Smooth, kann ich nur wirklich empfehlen. Gut, darauf wollte ich hinaus. Also, wenn das die Richtung ist, dann würde ich mir den auch einstellen. Das Ding ist, weil ich jetzt halt auch kurz hintereinander eben diese beiden Filme gesehen habe, wo ein anderer Film mir den Glauben an die Menschheit genommen hat, ist das ein Film, der einem den Glauben an die Menschheit wieder so ein bisschen zurückgibt. Oder zumindest die Hoffnung darauf, dass es halt doch irgendwo gut ist. Also, dass Gutes entstehen kann, Gutes weitergetragen werden kann, Gutes sich entwickeln kann. Ohne Gutes. Ohne Zynismus, ohne Ironie, sondern einfach, ey, die haben auch Spaß, die erzählen auch scheiße, die dissen sich auch, die drücken sich auch Sprüche. Aber trotzdem ist das alles nicht so ätzend, gemein oder sonst irgendwas, sondern irgendwo dann halt nett, einfach nett in seiner reinsten Form, wie man nur nett sein kann, ohne dass es die kleine Schwester von Scheiße ist oder irgendwie in, weiß ich nicht, man sich nicht traut, das irgendwie noch höher zu loben oder noch irgendwie, weiß ich nicht, noch bedeutungsvolleren Aspektiven auszuschmücken. Wir sollten nett wieder dem wahren Wert des Wortes nett zuführen und nicht diese sarkastische Herangehensweise. Genau. Nett. Ein wirklich, wirklich netter Film. Wirklich total nett. Du bist nett, Daniel. Danke. Du auch, Andi. Ja, danke. Ich bin euch auch sehr nett. So. Du bist auch nett. Gut, und damit wären wir bei den Kinostarts. Und bei zwei Filmen, die wir nicht so wirklich, also die ich nicht gesehen habe, ich weiß nicht, warst du bei Elvis? Hast du Elvis gesehen? Ich habe vergessen, Dominik zu antworten. Dominik Borchardt hat mich eingeladen, ich habe vergessen, ihm zu antworten und dann war ich nicht. Ja, also diese Woche startet unter anderem Elvis, der neue Film von Buzz Lerman in den Kinos, der die Lebensgeschichte von Elvis aus Sicht von seinem Manager erzählt, dieser Colonel Parker, wie er heißt. Tom Hanks. Dargestellt von einem sehr entstellten Tom Hanks, also den haben sie halt irgendwie in so ein Fetsuit und Make-up reingesteckt, dass man ihn kaum erkennen soll. Sieht ein bisschen aus wie der Pinguin. Ja. Und der erzählt halt wohl auf seinem Totenbett, versucht er einmal klarzustellen, dass er nicht derjenige war, der schuld an Elvis Niedergang ist. Und dieser Film hangelt sich wohl, das habe ich gelesen, an drei größeren Stationen ab, in denen Elvis jedes Mal versucht hat, irgendwie gegen Parker zu rebellieren und das aber nicht wirklich geklappt hat. Also Steve Jobs Struktur. Ja, aber Steve Jobs Struktur würde ich jetzt nicht unbedingt vergleichen, weil das ist ein Buzz Lerman Film, der wohl aus allen Rohren feuert und gerade in den ersten 60 bis 90 Minuten einfach nur ein brutaler Rausch ist. Kriegt man denn als Otto Normalverbraucher? Nein. Der wir, wie wir zum Beispiel, nie direkten Kontakt mit Elvis hatte. Ich vermute mal, wir alle sind aufgewachsen in der Welt, als Elvis entweder schon tot war oder nur noch ein Witz oder kurz davor war zu sterben. Ich habe den Hype, ich habe das nie verstanden. Für mich war Elvis immer so eine etwas zu belächelnde Figur in der Welt, die angeblich mal irgendwann mal interessant war oder mal wichtige Dinge für die Musik gemacht hat und so. Aber ich war nie so, dass ich dachte, oh wow, das ist der Elvis, cooler Typ und so. Ich würde ganz gerne verstehen, was Elvis damals cool gemacht hat und was ich verpasst hätte. Er war halt rebellisch. Also das, was ich habe Elvis auch kennengelernt als einen Las Vegas Gag, eher irgendwie aus den Simpsons. Das war so mein erstes, aber ich bin halt auch, ja, wie du halt sagst, ich habe gar keinen Kontakt irgendwie damit gehabt. Aber wenn man so ein bisschen später, gerade in der Zeit, in der jetzt das auch so hauptsächlich spielt, wo er noch relativ jung war und halt angefangen hat, er hat halt, ich glaube, es gibt im Trailer davon auch so eine Szene, wo ihm halt ganz explizit gesagt hat, hey, so darfst du dich nicht bewegen, weil das ist zu sexuell. Und er hat das trotzdem gemacht. Hüftschwung. Und genau, er ist halt so ein bisschen gegen diese Norm gegangen, obwohl er halt in einem musikalischen Bereich war, der noch zu dem Anfang der Zeit nicht skandalös war oder der halt noch nicht so war, dass es halt, das war halt der Anfang von dieser Rock'n'Roll-Bewegung, von diesem, ja, wir zappeln ab und sowas. Und das hat er halt so ein bisschen mit eingeleitet. Und deswegen war er halt wichtig für gerade diese Generation damals, ist halt die Frage, für wen ist jetzt der Film gemacht? Ist der jetzt für die Generation von damals gemacht, die sich da irgendwie noch entfernt dran erinnern? Im besten Fall für alle. Für die, die ihn noch von damals kennen und das nochmal ein bisschen Revue passieren lassen wollen und für Leute wie uns, die keine direkten, ich meine, auch als ich fünf Jahre alt war in den 70ern, habe ich nicht im Fernsehen Elvis auftreten sehen. Ich meine, das war alles schon vorbei. Ich habe Elvis auch nie live irgendwo auftreten sehen. Und ich habe den halt vor allem als über die Filme kennengelernt, ne? Blue Hawaii und hier Acapulco, wie er in die Clips springt. Wann ist er gestorben? Ich weiß es auch gar nicht. Wann ist Elvis gestorben? Ach scheiße, das Logo wollte ich mal klauen für meine Firma, TCB, Taken Care of Business. 77 ist er gestorben. 77? Ja ne, da bin ich raus. Da war ich ein Jahr, da war ich ein Jahr alt. Also, ich habe den, ich habe den kennengelernt als den King of Rock'n'Roll. Ja, oder den King halt. Und dann habe ich die Filme gesehen, da war er immer der coole, der Begehrenswerte, der Typ, der, ja weiß ich nicht, der hat sich... Der mit der Tolle. Der mit der Tolle. Und ich muss auch sagen, ich fand ihn cool. Echt? Ich fand ihn cool. Ich konnte den Hype nicht so richtig verstehen. Erst den dicken Gag Elvis. Ne, ich habe den dünnen Elvis. Danach den dünnen, coolen Elvis. Ich habe den dünnen Elvis kennengelernt und deswegen war der Typ schon für mich cool. Also, ich habe schon verstanden, warum der cool war. So, und dann habe ich die Musik kennengelernt, die Stimme ist ja nun einfach cool. Das muss ich auch mal überlegen zu der Zeit. Ich meine, heute hast du irgendwie, was weiß ich, wie viele hundert junge, energetische Stars, irgendwie so einen Harry Styles, der da irgendwie auf einer Bühne hat und fast schon so eine ähnliche Fankultur hinter sich herzieht. Aber damals hattest du halt nicht so viele Leute, vor allem nicht Leute, die das angesprochen haben, was Elvis angemacht hat. Das ist genau wie Charlie Chaplin. Ja doch, du hattest ziemlich viele Leute, die das angesprochen haben, was Elvis gemacht hat, weil der ist ja zum... Nein, 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 ich meine, die, das, also nicht Künstler, die, die, die das ausgestrahlt haben, das meine ich. Ja, ja. Die Welt war so klein, die Medien waren so klein, dass wenn ein paar sich auf eine Person eingeschossen hätten und dann zum Beispiel... Dann war der riesengroß. Und dann hast du so einen Chaplin, einen Filmstar, da gab es ja dann zu dem Star... Ich meine, da gab es noch drei andere, aber das war Chaplin. Das ist die Chaplin-Welt, das sind Filme. Die ganze Welt guckt das und dann passiert das, dass der nach Amerika kommt und dann plötzlich ist die halbe Stadt da am Hafen. Also meine Frau war nicht so begeistert von dem Film. Nee, ach schau nicht. Die hat den gesehen. Sie sagt halt, ey, nach 90 Minuten war bei ihr halt auch irgendwie der Punkt erreicht, wo sie gesagt hat, ja, das könnte auch zu Ende sein. Wie ist der Film? 260. 200? Nein, nicht 260. 160. 160. Aber es... Ah. Filme sind jetzt so lange immer. Ja. Es sind so wenig. Ich war so... Ey, und ich hab... Dass die Filme, die du mir geschickt hast, alle so um die 100 oder 90 Minuten lang waren. Also ich hab jetzt alles gelesen. Ich hab Leute gelesen, die völlig begeistert sind von eben dem überbordenden Stil von Buzz Lerman und dass er halt sich da darauf konzentriert, dieses Wilden, diesen Exzess irgendwie zu schildern so. Ich hab aber auch schon echt viele Verrisse gelesen. Wolfgang hat gemeint, ey, das ist kein Song, das ist länger als ein TikTok-Video irgendwie zu hören. Und man erfährt auch über die Figur Elvis relativ wenig wohl. Das ist schade. Das hätte mir... Ich hab gehört, oder ich hab von einem Kumpel gehört, der den gesehen hat, hat gemeint, ja, ja, also, dass er da irgendwie Priscilla küsst, während sie noch in der Schule ist. Das ist ja sowieso nicht... Und dass halt irgendwie nicht ansatzweise vom Film hinterfragt wird, war auch ein bisschen merkwürdig zu beobachten. Ich kann's nicht sagen, ich hab den Film nicht gesehen, ja. Ich hab, wie gesagt, ich hab von Begeisterung, wo der Rausch, der Exzess, die Bilder, die Kamerabewegung, wie wild das alles ist, wo das alles gelobt wird. Ich hab auch Kritiken gelesen, die gesagt haben, naja, der Film versucht halt schon einfach diesen Wahnsinn, den Elvis ausgelöst hat, irgendwo zu repräsentieren und das halt irgendwie zu kanalisieren. Aber dann, ja, ich weiß es nicht. Mit Priscilla ist ein guter Punkt, weil das, ich meine mich daran zu erinnern, dass da Leute das auch schon im Vorhinein so ein bisschen kritisiert haben, bevor überhaupt irgendwas großartig klar war zu dem Film. Weil sie war ja eben in der echten Welt 13 Jahre, als er sie geheiratet hat. Ups! Und er fand's wohl cool. Ja. Und er war Mitte 20, Ende 20, irgendwie sowas. Und ich glaube, dass der Film das auch so ein bisschen näher aneinandergerückt hat. Also ich glaube, ich glaube sogar R. Kelly war älter als er, Aliyah, ja. Wie alt war die? 14, glaube ich. Und er war, naja. Ja. Ey, wie gesagt, ich hab den Film nicht gesehen, er läuft jetzt im Kino, macht euch selbst gerne ein Bild, ich werd mir auch noch ein Bild von machen, aber es ist auf jeden Fall nicht, was ich... Ich hab noch eine Frage, Bess Lerman. Reden wir da von Roman, Julia und Great Gatsby? Ja. Das heißt, oder andersrum, nächste Frage. Heißt das, ich weiß, worauf ich mich einstellen kann, visuell und inszenatorisch? Mensch, weil du eben sagst, das wilde Leben... Alter, du hast den Trailer gesehen? Ja. Du weißt, es ist Bess Lerman? Also ja. Ich erwarte nichts anderes. Achso, du hast ihn ja nicht gesehen, Herr Ashton. Ich hab ihn nicht gesehen, also ich kann's ja nicht sagen. Also ich find auch, visuell sieht der Trailer sehr vielversprechend aus. Ja. Aber willst du das wirklich zweieinhalb Stunden, zwei Stunden, vier Stunden, vier Stunden, vier Minuten und so, wenn du halt irgendwie das Gefühl hast, dir entgeht halt alles? Ja. Ich weiß es nicht, ey, ich kann's nicht sagen, ich hab keine Ahnung. Aber stört ihr euch, als letzte Frage, stört ihr euch einem Darsteller? Weil das ist natürlich, damit steht und fällt ein Film, wenn sie da irgendwie falsches Casting haben. Da ich diesen Darsteller noch nicht wirklich in Aktion erlebt habe. Doch hast du? Der ist bekannt. Ich kenn ihn irgendwoher. Er ist bei Once Upon a Time in Hollywood dabei und ich wüsste jetzt grad nicht, welche Figur hat er da gesehen. So ganz schm... Ja, ich hab den häufiger mal gesehen. Aber ich hab den halt jetzt nicht so im Bewusstsein. Und ich hab jetzt keine Szene gesehen, in der ich irgendwie irgendwas mitnehmen kann, wo ich sagen kann, oh, das passt aber. Weil ich seh nur den Trailer. Und anhand des Trailers hab ich keinen Bock auf diesen Film, weil ich halt diesen Trick, den Buzz Lerman macht, nicht mehr sehen kann. Ja. Also mich interessiert das nicht so. Ich werd mir den irgendwann mal, glaub ich, zu Hause angucken. Ja, wirklich auch. Aber ich werd dafür nicht ins Kino gehen. Nee, ins Kino werd ich auch nicht gehen dafür. Ja, weil es interessiert mich halt dann einfach nicht so. Ja, dann guckt ihr euch doch an im Kino und, äh, fremd doch mal wie irgendwas. Ja. Ähm, ein Film, der dann auch ins Kino kommt, da interessier ich mich eigentlich für, beziehungsweise da bin ich schon fast davor zu sagen, okay, den guck ich mir im Kino an, wenn er denn irgendwo gezeigt wird, ist A Day to Die. Ist einer der letzten Bruce Willis Filme. Ich dachte kurz, dass es tatsächlich ne Stublangsame Fortsetzung ist. Ja? Ich hab den Trailer so angeguckt und dachte so, ist das Stublangsame? Und dann musste ich googeln, ob der Hauptdarsteller so heißt oder nicht. Und dann hast du gesagt, nee, tut er nicht. Aber er sieht aus wie, ah ja, es ist doch mal Stublangsame. Ja. War das Johnny Drama eben im Auto? Ja, das ist Johnny Drama. Kevin Dillon spielt hier Mitglied einer Ex-Spezialeinheit, bla bla, die irgendwie auch schon in Konflikt geraten ist mit dem Charakter von Bruce Willis, der damals irgendwie, äh, ein Unterhändler bei der Polizei war oder sonst irgendwas. Und jetzt ist er halt Polizeichief und Kevin Dillon hat irgendeinen anderen Polizeijob und dabei erschießt er irgendwie einen Drogenhändler. Und der Bruder vom Drogenhändler oder der eigentliche Drogenbaron will sich jetzt dafür rächen, er entführt die Familie von Kevin Dillon. Und jetzt muss Kevin Dillon sein altes Team zusammenstellen, weil er halt in kürzester Zeit sehr viel Geld braucht, um seine Familie da freizupressen. Fragt mich nicht, warum er nicht sein altes Team nimmt, um seine Familie zu befreien. Also ist es ein Film, also Kevin Dillon ist der Hauptdarsteller? Kevin Dillon ist der Hauptdarsteller. Und Bruce steht dann nur in dem Raum da mit Bart und sagt mal was? Ich hab ihn leider nicht gesehen, ich kann's dir nicht sagen. Okay. Was mir als erstes aufgefallen ist bei dem Trailer, ist, der ist gegradet wie Bad Boys 2. Das könnte auch der Fernseher sein. Nee, das ist wirklich, also ich hab den auf dem Handy und auf dem Fernseher angeguckt, weil ich das so irritiert hat. Der sieht, der ist so übersättigt. Das ist ganz schön grell, ja. Und so extrem viel Kontrast und extrem übersättigt und hat so diesen Bad Boys 2 90s Action-Film-Vibe. Ich glaub, deswegen hab ich auch diese Verbindung dann mit Bruce Willis zusammen auf Stirb langsam gezogen. Weil's halt so, es sieht halt aus wie was, was absolut einfach, ich weiß nicht wie lang der ist, aber noch anderthalb Stunden rumgeballert und ein bisschen Action hier und da und dann ist fertig. Was ja nicht schlecht ist. Nee, ist nicht schlecht, aber ich bin, ich hab das gleiche Gefühl. Ich hab auch ganz zu Anfang gedacht, das sieht ja alles aus, als hätten sie's mit DSLR-Kameras gedreht. Ich wette, der wär normalerweise auch direkt auf DVD oder Streaming-Dienst erschienen. Ich glaube, hier der Verleih wollte nochmal so ein bisschen jetzt die, ja, den Abschied von Bruce Willis auskosten beziehungsweise halt vielleicht auch sagen, okay, ist der letzte Film, den er jetzt gemacht hat oder alle letzten Filme, dann bringen wir den nochmal als kleine Ehrerbietung ins Kino. Warum auch nicht? Es ist ja auch, einmal kann es ja das sein, andererseits ist natürlich auch, das zieht ja auch Leute an. Zu sagen, es ist der letzte Film von diesem Schauspieler und das wird, danach kommt nichts mehr, dann hast du ja auch Leute da. Ich bin halt, also ich glaub nicht, dass das, auch das ist keiner, den ich mir im Kino angucken würde, glaub ich. Das ist so ein, er wirkt wie so ein ProSieben-Samstag-Morgens-Film. Genau, normalerweise würdest du diesen Film nicht im Kino schauen, weil du würdest ihn wahrscheinlich auf einem Streaming-Dienst schauen oder würdest dir die DVD in der Videothek ausleihen, wenn's noch welche geben würde oder wenn ihr noch das Glück habt, eine in eurer Nähe zu haben. Aber das wär jetzt kein Film, wo du sagst, geil, da will ich jetzt unbedingt, das ist der neue große Samstagabend-Blockbuster, auf den wir alle gewartet haben. Nein, ist er nicht. Das guckst du so, wenn du deine Brötchen isst morgens am Wochenende. Auf der anderen Seite, wann kommst du nochmal in die Gelegenheit, so einen Mid-Budget-Action-Film irgendwie im Kino zu sehen? Muss, ja, aber muss man das? Muss man nicht, nö. Aber ich wär's. Der sieht auf dem TV schon, wie wir gerade bemerkt haben, nicht besonders gut aus. Ich will nicht wissen, wie das in den Augen schmerzt, wenn du deinem Kino das Ding dir anguckst. Weiß ich auch nicht. Ich werd's aber vielleicht rausfinden, wenn ich die Gelegenheit hab oder beziehungsweise wenn ich irgendein Kino finde, wo der gezeigt wird. Und glaub mal nicht, dass Bruce, dass die da Bruce nochmal ein bisschen größer jetzt in der Post gemacht haben. Zur Not mit dir in den Saal und guck hin. Zum Beispiel. Zur Not kann ich das ja auch machen. So, ähnlich, ja, aber gut, wenn das nicht der Polizeifilm ist, auf den ihr Bock habt, habt ihr vielleicht Bock auf einen anderen Film. Oh, ich hab da ein Gefühl, was jetzt kommt. Ja, Cop Secrets. Cop Secrets ist der erste Film. Da muss, da seht ihr schon alles. Das hat schon gereicht, das Reikia-Schild. Ja. Und dann erhofft das Flugzeug da drüber. Ja, Cop Secrets ist der erste Langfilm des isländischen Nationaltorhüters. Hannes, ich weiß nicht, wie der zweite Name ausgesprochen wird, ich kenn diesen Buchstaben nicht. Hannes Björn Haldorsson. Ist das einer der Darsteller auch? Nee, der spielt nicht mehr, also zumindest hab ich ihn jetzt nicht gesehen. Der spielt auf jeden Fall, der war früher halt, wie gesagt, Torwart der isländischen Nationalmannschaft. Ist, glaub ich, immer noch Profifußballer, hat aber irgendwie zu Beginn seiner Karriere auch schon gerne mal Filme inszeniert und hat damals auch den, hat einen Werbeclip für den Eurovision Song Contest gemacht für Island. Der hat so ein Island-Werbevideo gemacht, was wohl ziemliche Kreise geschlagen hat. Man merkt immer wieder, das ist auch immer, wenn irgendwie Fußball, EM oder WM ist, merkst du auch immer so, dass da irgendwie so der Finanzminister irgendwie mitspielt oder sowas. Island hat halt nicht viele Leute. Ja. Und die, die da sind, machen alles. Ja, das ist völlig abgefahren. Und ja, hier geht es um einen sehr knallharten Macho-Polizisten namens Bussi. Der halt in Reykjavik die absolute Nummer 1 unter den Cops ist, wird jetzt halt nur, ja, hat jetzt nur so ein bisschen Konkurrenz bekommen durch Hördur. Das ist der Top-Polizist des benachbarten Bezirks. Genau, das Gegenteil, der ist fit, der ist durchtrainiert, der sieht gut aus, er ist panosexuell. Genau, eine, was sagt er, eine schöne Seele macht ihn sexy. Ich hab's halt halt, sie fragen ihn und seine Antwort ist, a sexy soul turns me on. A sexy soul turns me on. Immer wenn ich gelacht habe, habe ich mir das aufgeschrieben. Sowas wie, so was wie, Reykjavik, this goddamn city. Die kleine Dorfstadt Reykjavik. Ja, und es geht darum, dass in letzter Zeit mehrere Banken überfallen worden sind, aber die Bankräuber haben nie was geklaut. Und Bussi und Hördur müssen jetzt wie der Willen miteinander arbeiten und rausfinden, was hinter diesen Überfällen steckt. Und dabei kommen sie auf die Spur von Florida Rikki, der mal früher zusammen mit Hördur gemodelt hat. Ja, und wer das Ganze irgendwie ernst nimmt, ist auf verlorenen Posten, denn das ist alles andere als ernst. Es ist eine wirklich schöne Parodie auf, ja, das Michael Bay Buddy Cop Kino. Vielleicht sogar noch ein bisschen früher, das Bruce Willis Action Kino der späten 80er, frühen 90er. Stirb langsam 3, wird direkt referenziert. Ich habe mir so oft geschrieben, ich so, wie bei stirb langsam am Ende, dann sagen sie da sogar, wie in Die Hard 3. Spätestens wenn sie dann nach China, wenn dann einer sagt, ich weiß, wo wir jetzt hin müssen. Und wir sind immer noch in Reykjavik, Leute. Das ist eine kleine Stadt auf einer kleinen Insel und dann sagt er, wir müssen nach Chinatown. Ich war ja mit meiner Frau in Reykjavik, weil wir so eine Game of Thrones Tour in Island mitgemacht haben. Und es ist halt lustig, weil der Film fängt an mit einer Verfolgungsjagd, wo sie halt über die Hauptstraße von Reykjavik lang jagen. Und an dieser Hauptstraße sind wir damals mit dem Bus ausgestiegen und zu unserem Hotel gelaufen, was halt wirklich am anderen Ende der Stadt ist, das aber nicht wirklich weit entfernt ist. Und das Geile ist, wenn sie dann schon mit der Kamera fahren, irgendwie der Drohne irgendwie über dieses Auto und sie rasen diese Straße lang. Und das muss für Isländer noch viel geiler sein, aber ich fand es schon lustig zu sehen, okay, die versuchen hier gerade Reykjavik als riesengroße Metropole zu verkaufen. Ich wollte gerade sagen, das ist der ganz große Pluspunkt. Es ist nicht nur so, dass sich irgendwer da hinsetzt und sagt, ich mache jetzt mal eine Satire auf die ganzen Action-Tropes der letzten 30 Jahre oder so. Das ist ja auch theoretisch schnell gemacht. Nein, sie machen es in Finnland, in Island, in Reykjavik und spielen das alles so straight, als wäre das wirklich die fetteste, coolste, härteste Stadt der Welt, was sie einfach nicht ist, ja. Und ich meine, das mündet darin, dass sie am Ende übertreiben sie es komplett und sehen wir so Szenen in so einem vollen Fußballstadion. Und es ist so fette Soundakustik und Kulisse und Musik und aufregende Gesichter, weil es da gerade um ein wichtiges Fußballspiel geht. Und dann siehst du immer wieder zwischendurch einen Schuss von außen und du siehst, das ist einfach nur ein Stadion mit, ich weiß nicht, so 20 Rängen an den Seiten. Winzig klein, aber sie spielen es halt so, als wäre es riesengroß und das macht den Film so unfassbar witzig, weil in dieser Form gibt es ständig irgendwelche Anspielungen oder Gags. Und auch so die ganze Ästhetik, ne? Also wenn man so Close-Ups hat oder irgendwie so Over-Shoulder-Perspektive, wie halt Action-Szenen in Szene gesetzt wird, wenn nochmal durchgeladen wird und so. Diese ganzen Mechanismen, diese ganzen Klischees, diese ganzen typischen Bilder, die wir so kennen, werden alle in diesem Film aufgegriffen. Und dann, ja, endet das Ganze tatsächlich noch in einer sehr schönen, queeren Botschaft. Das ist so witzig. Ich hab so lacht dabei, ich muss mich ganz ehrlich sagen. Ich hab stellenweise sehr gelacht, ich hab mich nur dann stellenweise aber auch gefragt, okay, ihr wollt jetzt hier pro Queerness irgendwie gehen, aber haut ne Frau halt auch voll in die Fresse rein. Der Film ist eigentlich schon recht, dass die Frauen feindlich, obwohl er so, ne, was. Die Chefin ist doch ultra tough. Ja, die Chefin ist ultra tough, aber die kommt ja auch nur so am Rande vor. Aber egal, was mit Frauen teilweise da geschildert wird, fand ich schon ein bisschen heftig so. Wo ich nicht ganz sicher war, ob das im Einklang ist mit der Botschaft, die sie eigentlich transportiert hat. Daniel, du guckst einen Film, in der nach dem Anfang, nach der Anfangsexsequenz, der Hauptdarsteller zu seinem Chef zitiert wird und der ihm vorhält, das geht so nicht mehr weiter, sie haben das und das und das kaputt gemacht, das ist ein Schaden von 700 Dollar. Und dann ganz am Ende, da hab ich mich, ich hab eine Minute, glaub ich, geheult vor Lachen von diesen 700 Dollar und dann wieder im Kopf. Ach ja, das ist ja regt ja weg, da ist ja nichts, was soll man da kaputt machen? Und dann ganz am Ende kommt sie rein, jetzt haben sie es übertrieben. Schaden, 2000 Dollar. Ich bin wirklich fast vom Sofa gefallen, ey. Also, überraschend, ich fand den echt gelungen für so eine Cop-Parodie. Der arrangiert technisch ein bisschen und damit sag ich nicht kreativ. Kreativ ist das ganz, ganz, ganz großes Kino, find ich. Da gibt's im Grunde genommen fast keine Fehler. Aber technisch, sagen wir Kamera, ein bisschen Schnitt. Ich glaub, die haben den auch selbst geschnitten, wenn ich das richtig gesehen hab, teilweise. Ist das, hat man eher so das Gefühl, ah, das ist einer von diesen YouTube-Filmen. Ja, ja, ja. Wo so ganz viele Leute mitspielen aus YouTube, aus dem YouTube-Gefüge und dann wird daraus irgendein Film gemacht. Ähm, aber, das stört überhaupt nicht, dass der so billig aussieht. Das sind Explosionen, da würden wir uns normalerweise hier Hände auf den Kopf schlagen und sagen, wie kann man diese Special Effects einbauen? Also, der macht Julian Bam besseres, ja. Nee, die haben da einfach Artbeats, ne? Die bauen da einfach Artbeats rein, Explosion verschwanden. Hast du gerade den Julian Bam gedisst? Nein, 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 ich wollte das wahrscheinlich... Dann machst du das selbst Julian Bam? Nein, also, ich wollte eigentlich damit die Qualität von Julian Bam irgendwie hervorheben. Ja, das ist ja alles erwertig ausgenutzt. Also, ne, das soll, bitte, also. Und vor allem Sean, ne, ich hab das, die letzte Bohne hab ich gesehen. Also, bitte. Nee, äh, ich wollte nur sagen, also... Also, selbst für YouTube-Verhältnisse, wo man sagt, YouTube-Verhältnisse ist... Ich fand die Kamera halt ein bisschen unruhig, unnötig unruhig. Der hat sehr gezittert, hin und da. Gibt's noch eine andere Serie, wo die Kamera auch sehr unruhig ist, aber da reden wir auch gleich nochmal dran. Ja, und dann, und dann halt, äh... Ey, das Product Placement, ist euch das aufgefallen? Wie lustig das Product Placement im App war? Da gibt's ne Einstellung, eher so, völlig sinnlos, Ding Dong, Tür auf und kommt ne Pizza. Und dann stellt die Pizza auf den Tisch und da gibt's ne Einstellung von vorne. Hier steht ne Frau, er steht vor dem Tisch. Und dann macht er so, so den Pizzabox, diese Dominos-Pizzabox auf, so. Und dann reden sie, äh, da hält er das die ganze Zeit hoch und denkt so, oh Gott, wie lustig, wie lustig. Das ist so Meta teilweise schon. Und dann, wie gesagt, wenn dann am Ende, wenn es heißt, wir müssen nach Chinatown, ich hab mich tot gelacht, ey. Und am Ende jagt er ganz Chinatown in die Luft. Und alles, was heißt, ist diese Mini-Stadt. Wie gesagt, wir reden von Rekia-Wieken, das hat so ne Größenordnung, ich vermute mal, das ist kleiner als Bremen. Ich hab so, mein Bauch sagt mir, das ist so ein bisschen Lübeck von der Größe, ja. Und dann siehst du so ne Totale und dann gibt's eine Explosion, als würde so ein Haus kaputt gehen. Und ihr habt Chinatown in die Luft gejagt. Ja gut, Chinatown besteht halt auch aus drei Asia-Restaurants oder so. Also es ist halt wirklich klein. Ja, aber Cop Secret, wenn ihr die Gelegenheit habt und der Film läuft bei euch irgendwo in der Nähe, gebt dem gerne mal ne Chance, der macht schon, der macht schon Spaß. Ich hab ja als Fazit geiler Heimatfilm. Gut. Ist ein isländischer Heimatfilm, der Schaden beträgt 2.000 Euro. Ja, aber das, im Grunde genommen ist es... 128.000 Einwohner hat Rekia-Wieken. Ja, siehst du? Bisschen weniger als Rekia-Wieken. Also 129, wenn man das mal aufrundet. Ich glaub, Lübeck hat's, glaub ich, 200. Ja. Oder hat den mal. Gut, so. Machen wir weiter mit einem, ja, weiß ich nicht. Noch einem Entführungsfilm. Können wir ja, können wir ja so sagen. The Black Phone. Sprich nie mit Fremden. Also du hast Cop Secret noch nicht geguckt? Cop Secret noch nicht geguckt, Black Phone noch nicht geguckt. Okay, Black Phone ist der neue Film von dem Regisseur, der auch schon Doctor Strange gemacht hat. Ja, das hat mich überrascht. Scott Derrickson, der hier eine Kurzgeschichte von Joe Hill, dem Sohn von Stephen King, verfilmt hat. Fühlt sich auch an wie eine Stephen King Story. Ja, und man muss, das hat man, glaub ich, auch schon im Umfeld oder beziehungsweise im Zusammenhang mit dem Film öfter mal gehört, diese Kurzgeschichte vereint schon so ein bisschen das, was man als Stephen King best of bezeichnen kann. Ja. Obwohl die Geschichten von Joe Hill normalerweise versuchen eigentlich die typischen Trademarks des Vaters irgendwie zu vermeiden. Aber hier hat er halt dann schon mal so ein bisschen im, wie soll man sagen, in der Schatztruhe vom Papa ein bisschen rausgekramt. Und wir, ja, lernen hier zwei junge Kinder kennen. Finn zum einen. Finny. Oder Finny. Ähm, und seine Schwester Gwen, die leben mit ihrem Vater allein. Vater ist... Das ist nicht der Vater. Ja, Vater ist dem Alkohol sehr zugewandt und, äh, ja, ist sehr streng zu seinen, äh, Kindern. Ist mild ausgedrückt. Also er packt auch mal den Gürtel aus. Er packt auch schon mal den Gürtel aus. Und ja, mir fast schon die Schmerzgrenze unter normalen Umständen erreicht ist, aber die Kinder sind halt sehr tough und sehr smart. Genau, wir finden uns Ende der 70er und in der Kleinstadt, beziehungsweise in der Stadt, in der wir hier uns befinden, geht ein, ja, sogenannter Grabber um. Ein Serienentführer, ein Kidnapper. Mehrere Kinder sind schon entführt worden, unter anderem jetzt auch, so erfahren wir am Anfang, mehrere Kumpels oder Jungs, die auch Finny schon kennt oder mal kennengelernt hat. Und, ja, eines Tages wird Finny, mach mal den Trailer jetzt weg. Ja, mach mal lieber weg. Mach mal den Trailer weg, bitte. Und eines Tages wird Finny halt eben von dem Grabber entführt und in einen Keller gesteckt. Und dort hängt ein Telefon, das angeblich außer Betrieb ist, aber plötzlich klingelt es. Und mehr muss man, glaube ich, an dieser Stelle nicht erzählen. Ja. Und, ja, herausgekommen ist meiner Ansicht nach ein sehr anständiger Film. Ich weiß aber nicht, ob man den als unbedingt Horrorfilm bezeichnet. Das ist ein Thriller eigentlich. Eher ein Thriller, oder? Das ist ja auch Thriller, Horror irgendwie so eingeschrieben. Ich glaube, es gibt halt so die drei Frames, die man als Horror bezeichnen kann. Es gibt ein paar Jumpscares, aber auch wenig. Ich weiß, welche du meinst. Ja, ja, aber das ist, das war's auch. Ich muss sagen, ich finde ihn gut, hat Spaß gemacht. Mich nervt, dass diese Art von Film immer in den 70ern, 80ern spielen muss. Aber auch nur, weil das nicht mehr funktioniert wahrscheinlich heute. Also, heute ist wahrscheinlich forensisch einfach nicht mehr möglich, das zu rechtfertigen. Richtig, richtig. Aber irgendwie war das halt so, das ist halt, was du ja auch, oder was du ja auch gerade meintest, so man merkt, dass da so ein bisschen die King-Handschrift drin ist. Und es ist aber, das hat mich fast schon gestört. Weil das so, irgendwie, es kam mir so vor, als ob ich alles schon mal gesehen hätte. Das war so das, was mich irgendwie so ein bisschen gestört hat. Aber ich würde das auch so sehen, normalerweise, wenn es so ein bisschen forciert ist. Ich fand nur dadurch, dass sie diese Welt so wirklich für meine Gefühle und ich als jemand, der in den 70ern gelebt hat und zu der Zeit viele Filme aus Amerika auch gesehen hat, für mich war das endlich mal ein Film, der total überzeugend war. Das fing mit den Frisuren an. Ah, ja, ja. Sonst hast du immer, wir sind in den 70ern, dann haben die eine lustige 70er-Jahre-Frisur oder so. Nein. Oder eine coole Frisur. Nein, das sind ganz normale Frisuren. Ich kenne die alle, die Frisuren. Ich so, ja, ja, so liefen die Leute früher rum. Das fand ich sehr schön. Deswegen habe ich mich nicht daran gestört. Und sie haben auch mit dem Casting des Hauptdarstellers, dieses jungen Finny, finde ich eine richtig gute Hand bewiesen, weil, jetzt wird's komisch, aber vielleicht könnt ihr das ja nachvollziehen, der hat für mich so ein 70er-80er-Gesicht. Ja. Der sieht so aus, als wäre er ein Darsteller in den 80er-Jahren, ein junger Darsteller in den 80er-Jahren. Hat mich so ein bisschen an Tommy Orne erinnert in hier Money der Libero oder so was. Ich hab mich an Florian Harten erinnert gefühlt, tatsächlich optisch. Aber ich muss sagen, gleich zu Anfang dachte ich auch so, ach, schon wieder, ja, okay, sie müssen ja in die 70er, 80er gehen. Aber dann, das hat wenige Minuten gedauert und das fand ich interessant. Wir können ja darüber reden, oder? Nein. Schade. Sagen wir mal so, ich hatte nicht so, das Bild war nicht so ganz optimal. Naja, es ist halt eine Screener, was willst du sagen? Es ist ein sehr, ja, okay, dann war es halt ein Screener. Aber ich hab gleich nach, ich hab, glaube ich, nach 15 Minuten euch schon eine Nachricht geschrieben. Ich so, alter, der Film, der läuft erst seit 15 Minuten, die Qualität ist nicht so geil, aber ich bin voll drin, ich mag jede Minute bisher davon, bin mal gespannt, was passiert. Das passiert mir sehr selten bei Filmen, muss ich sagen. Also, ich muss tatsächlich sagen, dass ich die erste Hälfte vom Film, hatte ich so dieses Feeling, was ich gerade schon meinte. Also, dieses so, okay, ja, es ist wieder irgendwelche Kinder, die mit dem Fahrrad durch die Suburbs fahren, in den 60ern, 80ern, so. Okay, ja, machen wir's halt. Dann wird halt, das wird jetzt gekidnappt, klar. So, aber dann ab der Hälfte, ab diesem einen Punkt, der halt so ausschlaggebend für den Film dann eigentlich ist, ähm, und für den Titel, ab dem Punkt war ich dann hooked. Ja? Aber so, bis dahin war's so ein bisschen, dass ich dachte, hm. Was ich halt schön finde, der Film nimmt sich natürlich oder lässt sich schon eine gewisse Zeit, ja, um, sag ich mal, die Geschichte in Gang zu bringen. Und ich fand's aber cool, dass der sich halt eben genau diese Zeit nimmt, damit er halt nicht irgendwann mal anfängt, in irgendwelchen Rückblenden, mit irgendwelchen Rückblenden zu arbeiten oder zurückzuspringen, um irgendwas zu erklären. Sondern wir haben eigentlich alles an Erklärungen, kriegen wir einmal straight miterzählt, so. Und das fand ich angenehm. Also, ich, ich, wie gesagt, ich halt den auch nicht für den größten Wurf, so. Aber wenn das jetzt zum Beispiel der erste Horrorfilm oder so für jemanden wäre, oder der erste, so, der erste Film aus, aus dem Genre-Bereich, ähm, für jemanden, würd ich sagen, ja, da hast du einen halbwegs vernünftigen Einstand gemacht. Der Film ist auch super. Also, ich find den... Ich find den... Ich find eigentlich nur das Setting. Ich würd grad sagen, handwerklich und vor allem Schnitt ist mir total positiv aufgefallen. Ähm... Ich weiß nicht. Ich hab nur die ganze Zeit gedacht, wie lang ist es her, dass ich einen harten Grusel-Horror-Thriller, wie auch immer, einen Film gesehen hab, mit Kindern, in denen schlimme Dinge mit Kindern auch geschehen. Geschehen. Mhm. Das ist lange her. Entweder, entweder gibt's das nicht, entweder werden die Kinder, werden die Filme mit Kindern gemacht für Kinderpublikum. Das heißt, wir sind mit der ab zwölf Einschränkung im Kino. Und es kommt ganz selten vor, dass du mal einen Rated-A-Film hast, in denen Kinder die Hauptrolle spielen und bei denen's hart zugeht. Ich weiß nicht mal, war It ab 18 oder ab 16? Ich weiß nicht, aber ab 18, glaub ich. Ich mein auch, die waren ab 18. Und ab wie vielen Jahren ist dieser Film? Weißt du das? Der ist ab 16, Mann. Ab 16 auch? Ich mein, der ist ab 16, ja. Ich mein, die Kindesentführung und so. Ja, ja, aber ich mein, die prügeln sich und schlagen sich blutig und ich mein, die sind alle zwischen sieben und zwölf, würd ich jetzt mal so sagen, bis auf den Kung-Fu-Typ. Der ist vielleicht ein Jahr älter. Aber der Kung-Fu-Typ war geil. Der war geil. Alter, da dachte ich das erste Mal, was wird denn das jetzt für ein komischer Film? Was macht dieser Karate-Kid-Typ denn jetzt nochmal in dem Film? Der Look. Aber so sind sie doch rumgelaufen. Ja, ja, ja. Also ich fand das richtig cool, weil, und das meinte ich eben vorhin auch, ich fand das sehr schön, dass dieser Film hätte noch viel härter sein können. Es gibt solche Filme. Das steht und fällt, aber hab ich in den letzten Jahren gemerkt, meiner Meinung nach, mit der Souveränität oder mit der Kraft und dem Mut der Hauptdarsteller, der jungen Hauptdarsteller. Wenn du zwei Kinder hast und die sind zum Beispiel total gebrochenseelisch, ja, und denen geht's ganz schlecht und dann haben sie auch noch schlimme Eltern und die verprügeln sie und dann begegnen sie plötzlich einem Monster so. Dann denkst du, um Gott, dieses arme Kind, was muss da passieren? Hier haben wir sowohl Finny, der irgendwie, der kriegt zwar ständig aufs Maul, auch von seinen Mitschülern, aber der ist irgendwie auch tough auf seine Art. Vielleicht auch, weil seine Schwester ihm das, seine kleine Schwester ihm das immer so ein ein bisschen zeigt, wie sie da ankommen, sich einen Stein greift und erstmal die Typen umhaut, dachte ich so, oh, und das ist total realistisch, stimmt, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, einfach mal einen Stein nehmen und einfach austeilen. Ähm, wenn die beiden ganz soft und weich und weinerlich und schwach und ohne Mut, ohne wir schaffen das oder so, wenn die diese Einstellung gehabt hätten, dann wäre das ein richtig harter, mieser Film gewesen. Dann hast du da zitternde, ängstliche, um ihr Leben bettelnde Kinder und einen brutalen, was auch immer, ich weiß ja nicht, was der mit denen vorhatte, ich konnte das nicht alles so gut verstehen, akustisch. Ähm, das müsstet ihr mir vielleicht auch gleich nochmal aufklären. Dann, ähm, weiß ich auch nicht mehr. Das war eher so eine, leg die, äh... Wollte der hier Uga Uga oder wollte die essen oder... Ja, ich glaub, der hat einfach nur gewartet, bis sie versucht haben auszubringen oder sind kaputt gehauen. Genau. Das war der, die Sache mit der offenen Türsteine, ne? Das war eigentlich nur, genau, sein Punkt war eigentlich nicht, dass er irgendwas mit denen machen wollte. Also es ist schon ein gewisses Spiel, was er da mit denen aufzieht. Genau, führen, halten und dann warten, dass sie strugglen, dass sie strugglen, damit er gegen sie quasi antreten kann, sozusagen. Und dann seine Machtfantasie war halt wahrscheinlich, also ich will jetzt nicht die Charakter psychologisch analysieren, aber seine Machtfantasie wirkte auf mich so, dass es halt so war, hey, ich hab halt sonst nicht so viel erreicht und hier kann ich halt, bin ich halt der Stärkere und kann halt dann, ähm, ich provoziere quasi diesen Konflikt und gehe dann als siegreich hervor und dann hole ich mir das nächste Kind und das nächste Kind und das nächste Kind und das nächste Kind. Okay. Ich war nur, ich war nur irritiert, weil... Ja, vielleicht sollten wir aber auch nicht zu viel dafür. Ja, ja, ja. Ja, das ist richtig. Wie gesagt, meiner Ansicht nach knacke ich anständig, weil er halt auch dann nicht allzu lang geht. Das fand ich auch sehr positiv. Man merkt aber halt schon, es ist halt eine Kurzgeschichte, die hier halt ein bisschen über den Rahmen gestreckt wird. Aber dafür sind es echt coole 90, oder wie viele Minuten? 90 Minuten. Echt coole 90 Minuten. Ja. Also, und ich fand auch den letzten Satz ziemlich cool. Ja, obwohl der, wobei ich mir beim Ende so halt so drauf gefragt hab, hm, steckst du aber schon, wird aber schon locker weggesteckt, so. Ja, ja, er ist gewachsen daran. Mal gucken. Ja, und ich muss sagen, hier noch kurz, Madeleine McRaw, die Schwester, die Gwen, die fand ich super. Gib mir den Zapfen, meinst du? Ja, ja. Wenn die da hier von ihrem Vater, also, da muss ich auch, da hab ich schwer geschluckt. Die hat er, ja, gut gespielt und gute Figur. Ja. Fand ich auch. So, aber es gibt einen Film, der ist noch deutlich härter. Ich weiß nicht, hat ihn einer von euch geguckt? Ne, Tiere, Animals, da? Animals, ja. Ich hab angefangen, aber ich war gestern nicht in der Stimmung. Ja, ey, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich möchte, ja, das... Ja, das ist das erste, was ich davon gesehen hab. Also, na. Und dieser Satz für sensible Seelen nicht zu empfehlen, den möchte ich gerne mit hier aufgreifen. Ich möchte jetzt hier keinen Hype erzeugen, das hab ich auch schon bei uns im Podcast gesagt. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwie Leute anstacheln, von wegen, boah, geil, das ist das neue, das neue, die neue Härteprobe oder sowas. Das ist ein Film, hier geht's um einen jungen Mann. Ähm, Brahim heißt er, wir lernen ihn kennen, wie er auf einer Familienfeier, beziehungsweise auf dem Geburtstag seiner Mutter, glaub ich, äh, zu Gast ist und anhand von ganz wenigen Situationen und Dialogen und Momenten bekommen wir mit, dass irgendwas im Argen ist, denn Brahim ist schwul und möchte eigentlich seinen Freund, den er als Arbeitskollegen ausgibt, mit auf diese Party bringen, was aber halt von vielen, vielen, äh, Leuten, beziehungsweise von einigen Leuten, die halt wissen, dass Brahim schwul ist, halt schon als unmöglich angesehen wird. Wo sind wir? Belgien. Belgien, okay. Belgien. Und, naja, er hilft da halt mit, er glaubt halt irgendwie, sein Freund taucht noch auf und, äh, was weiß ich, aber irgendwann stellt er halt fest, das bringt alles nix, er kriegt, er kann's halt nicht irgendwie beeinflussen, er wird auch nie seine, seine Familie, beziehungsweise, äh, die Kultur und die Tradition dazu bringen, halt das zu akzeptieren, weil für die ist das halt alles eine Schande. Und, ja, dann haut er halt von dieser Feier ab und dann kommt es halt zu 30 Minuten, die wirklich, wirklich schwer anzuschauen sind, denn sie basieren tatsächlich auf dem ersten homophoben Mord, der erste Mordfall, der aufgrund von Homophobie in Belgien passiert ist. Also, man kann nicht sagen, dass vorher schon Morde irgendwie ab, äh, passiert sind, die ebenfalls das gleiche, die gleiche Grundlage hatten, aber der erste, der vor Gericht halt verhandelt worden ist, weil eben ein junger homosexueller Mann tot aufgefunden wurde in einer Wiese, ähm, der wird hier vom Regisseur Nabil Ben Yadir halt eben verarbeitet. Und, ja, diese, also wie gesagt, Brahim verlässt die Feier und möchte einmal helfen. Er möchte nur eine Situation irgendwie ins Reine bringen und landet daraufhin in einem Auto und das ist halt, äh, eine, also hat eine halbe Stunde zur Folge, wo ich wirklich mehrfach davor stand und, oder saß und gedacht hab, nee, schalt jetzt ab. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab wirklich keinen Bock mehr. Ähm, hm. Das ist aber, und das ist das Ding, ich war trotzdem auf eine gewisse Art und Weise gefesselt, weil der Regisseur dann sowieso mit der Kamera dicht dran ist. Der ist ja mit der Kamera schon die ganze Zeit dicht dran und auch in mehreren Plansequenzen verfolgt er halt Brahim und das Geschehen auf dieser Party und so weiter. Es wechselt dann irgendwann in die Täterperspektive und das aber halt konzentriert auf diese Handy, auf dieses Handyformat, auf dieses 9 zu 16 Handyformat, weil es halt tatsächlich dann auch eben mit Handys gefilmt wird und so weiter. Also wir nehmen dann halt plötzlich komplett die Täterperspektive ein und gehen dann sogar noch weiter. Also, und ich kann diesen Film tatsächlich am ehesten, ohne ihn direkt mit ihm vergleichen zu wollen, aber am ehesten hat er mich halt an Irreversible erinnert. Ich wollt grad sagen, klar. Weil bei Irreversible ist es halt auch so, dass, ja, die Taten, die wir zu Beginn des Films sehen, sind alle schrecklich. Feuerlöscher, Vergewaltigung und so weiter. Es ist alles hart mit anzuschauen. Du wirst gezwungen, da drauf zu gucken. Der Regisseur zeigt dir wirklich einmal für drei Minuten Todesangst. Ohne, dass du was hörst, ohne, dass du was siehst. Ja, und du musst, du musst hingucken. Du musst einfach, du musst, wenn du da im Kino sitzt, sitzt du da und schaust dieses, schaust es an und, und hast keine Möglichkeit eigentlich irgendwie da rauszukommen so. Und hast du den im Kino gesehen? Ich hab den nicht im Kino gesehen. Aber ich hab mir halt gedacht, nee, das kannst du nicht machen. Also kannst du nicht ausstalten so, ja. Also ich hab bei Funny Games damals auch ausgeschaltet, weil es mir zu viel war. Ja, Games hab ich auch mal ausgemacht, ja. Und, und, ähm, es ist dann wie bei Irrevisible, danach wird noch was gezeigt, was eigentlich nicht schlimm ist, ja. Aber was dir halt eine neue Perspektive auf das Ganze gibt und was mich am Ende mit einem echten Ach-du-Scheiß-Moment entlassen hat. Ja, guck ich mal an, scheiß drauf. Ich hab so eine Zusammenfassung, auch eine Spoiler-freie Zusammenfassung davon mir durchgelesen und auch, äh, am Ende stand, das war's, ich hab halt so ein bisschen durchgeskippt, ähm, weil du ja auch schon gesagt hast, uh, auf, Vorsicht, ja, ne. Und ich bin überhaupt, also selbst Horror ist eigentlich überhaupt nicht mein, klassische Horrorfilme sind überhaupt nicht meins, äh, weil ich halt super schnell da drin bin und dann nächtelange Albträume hab und was weiß ich. Äh, deswegen zieh ich mich von solchen Sachen eigentlich immer weg. Und dann hab ich nur so durchgeskippt und dann die Beschreibung von dieser Zusammenfassung auf, ich weiß gar nicht mal auf welcher Seite, war irgendwie das, das ein, äh, das, das Ende ein sehr starkes Bild der Entmenschlichung darstellt. Und von dem, was ich gesehen habe, wo ich durchgeskippt hab, hab ich so, ja, okay, ja, das ist auf jeden Fall so, wie, wie eine, eine Person komplett entmenschlicht wird. Ja. Ähm, ich mein, das ist letzten Endes ja auch. Ja, und das, äh, so, weil das ist, weil diese, 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 diese fiese, ich sag schon fiese automatisch, obwohl es nicht, weil es dieses, äh, 9 zu 16 Format, das Smartphone-Format, ähm, ist jetzt ja mittlerweile durch die letzten Jahre Instagram und TikTok und so, so emotional aufgeladen, dass wir, dass wir, also ich stell mir das gerade vor, was du erzählst, was da nachher passiert, oder was passieren könnte in dem Film. Und sobald ich irgendwie sowas sehe und das vielleicht sogar mit echten Handys gefilmt wurde und danach eingebaut wurde, dann bin ich sofort, äh, in den frühen 2000ern, wo es diese ganzen Gore-Seiten gab. Ja, ja, Live League. Live, Live League und, und Rotten.com und so, ähm, wo man dann solche Videos gefunden hatte, da natürlich nicht in dem Format, das kam dann später, aber dann genauso, so, wo echt, wo das mit echten Menschen passiert ist. Und das ist schon, das ist schon, das ist schon hart, aber, oder beziehungsweise, das ist nicht zu ertragen. Deswegen funktioniert das wahrscheinlich so gut auch im Kino. Also es ist dann, also diese Unmittelbarkeit, diese, diese, diese Nahbarkeit, die dadurch entsteht, dieses, dieses Gefühl von Echtheit. Ja. Das ist halt schon echt krass auf diesen Film übertragen. Ich find's halt, wie gesagt, sinnig, dass er's macht, weil er halt wirklich diese Jungs zeigt, äh, wie sie halt, ja, natürlich, wie's, ne, aber wie's halt heutzutage üblich ist, ne, du holst dein Handy raus und, und filmst halt all möglichen Scheiß, den du halt irgendwie erlebst und was weiß ich und die Insta-Stories und was weiß ich so, ja, und, ähm, das gibt dem ganzen Film ne Dringlichkeit, das gibt dem ganzen Film eine, 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 ja, eine, eine, wie soll ich's sagen? Also dieser Regisseur will dir die Augen nicht nur öffnen, er will dir die Augenlider mit so einem Kopfhaut bis in den Nacken reißen, so, ja. Zumal der Film ja an sich schon vorher in, äh, 1 zu 1 oder 4 zu 3 ist, ne? Ja, genau. Genau. Und dann, ah, ah, gute Idee. Und er geht aber auch wieder zurück. Und ich muss sagen, das ist inszenatorisch alles echt gut überlegt. Also ich, ich war am Ende, ich war schon beeindruckt von diesem Film. Ich war auch fertig von diesem Film und ich hab mich halt echt gefragt, wem sollst du das empfehlen und um welchen Preis? So, ja. Ja, das ist halt wirklich, das ist, das sind eigentlich Bilder, die willst du nicht im Kopf haben. Aber, aber bei Irreversibel haben wir ja noch diesen hohen, für meine Begriffe, hohen künstlerischen Aspekt der ganzen Machart. Du hast die verrückte Kamera, du hast die wahnsinnige Musik, du hast die verrückten Schnitte und so. Die abstrahieren das ja alles so ein bisschen. Ich mein, nachher in der Mitte wissen wir das. Hier ist es minimale. Okay, das macht es dann noch schlimmer wahrscheinlich. Also der ist auch künstlerisch oder, oder von inszenatorisch. Wann spielt denn das? Das wird nicht genau benannt. Aber die haben alle Schmerz uns. Aber die haben alle Schmerz uns. Die haben Schmerz uns haben in der modernen Zeit. Und weiß man, wann dieser erste bekannte Mord in Belgien war? Ich hab eben mal was gefunden. Ne, müsste ich gleich nochmal. Ja, okay. Wann hätte nur mich jetzt gerade spontan passiert. Also, es ist halt schwierig. Also, das ist ein kleiner Film. Es ist ein gut gemachter Film. Es ist ein gut gemachter Film. Es ist ein Film, der mich halt wirklich da reingezogen hat in die Situation. Und ich saß da und war fassungslos. Also, ich wollte nicht mehr hingucken. Krieg mich dazu, bei dem Film nicht mehr hingucken zu wollen. Da muss schon einiges passieren. Und trotzdem sag ich, das sollte man schon gesehen haben. Es ist halt auch ein kleiner Film. Der wird nicht groß zur Notiz genommen. Es ist ein Film, der dich halt wirklich in der Seele erschüttern kann. Aber ich hoffe, du hast halt mit Cha-Cha Smooth einen Film, der dich dann wieder aufbaut. Ich hab auch gerade so ein bisschen die Angst. Ich hab mir auch diesen Quatsch da hier Serbien-Film angeguckt und so. Ja, das ist ja alles nicht ernst zu nehmen. Ja, das stimmt. Du kannst es ja nicht ernst nehmen. Das ist ja so absurd. Und du stehst da vor, ich musste teilweise sogar lachen so. Aber bei dem Thema, dadurch, dass es so realistisch ist und dadurch, dass man weiß, dass sowas häufig passiert und dass dieser spezielle Fall vielleicht abgewandelt, aber dass das ebenfalls real war, das ist schon ganz schön... hab ich ein bisschen Angst, dass das ganz schön auf den Punkt begeht. Er ist meiner Ansicht nach der beste Film von unserem dieswöchigen Angebot, den ich neben Cha-Cha Wheels Move gesehen habe. Den hattest du mir geschickt, ne? Den hattest du dir geschickt. Und mir tut's halt wirklich in der Seele... Also, ich fühl mich schlecht, den halt irgendwie weiter zu empfehlen, obwohl ich halt... Nein, mag es, aber sag es unter den Versetzungen. Aber wirklich, es ist ein Film... Bitte, Vorsicht, Vorsicht. Ihr müsst wissen, worauf ihr auf einlasst. Und ich kann nur, ich kann wirklich nur eine Warnung mitgeben, dass es halt kein leicht zu vertragener Film ist. Ich guck die mir nachher an und ich werd berichten. Gut, aber muss mal ab. Also, ich weiß nicht, ich hoffe, der Film kriegt eine breitere Aufmerksamkeit oder wird irgendwo wahrgenommen oder keine Ahnung. Kann irgendwie seine Sporen sich verdienen so, weil er hat sie meiner Ansicht nach verdient. Die Frage ist halt, wo wird er noch in Erscheinung treten und wie lang wird er irgendwo zu sehen sein? Das ist halt so ein bisschen das Problem bei der Sache. Gut, so. Und jetzt kommen wir zu was wirklich Ernstem. Kommen wir zu Star Wars. Das ist übrigens der allererste Punkt, den ich dazu sagen wollte. Das ist uns gestern direkt danach aufgefallen. Das ist die erste Folge, wo ich das Thema von Obi-Wan tatsächlich als Ohrwurm im Kopf danach hatte. Bei allen anderen Folgen nicht, obwohl wir da das sogar von John Williams gespielt bekommen haben. Erst nach der Folge hatte ich es als Ohrwurm drin und ich kann es mir nicht erklären, warum. Das ist auch kein guter Ohrwurm. Das ist so eine schöne Musik, das ist ein schöner Trap, aber es ist nicht so ein Ohrwurm, den man sofort nicht mehr vergisst. Aber egal. Aber nee, nee, nee. Guter Punkt. Den Punkt würde ich gerne mal abhaken. Obi-Wan Kenobi, ich mache jetzt hier eine Spoiler-Warnung, bitte. Das war zu schnell. Spoiler-Warnung? Wir haben ja schon bereits über die ersten vier Folgen gesprochen. Wir werden jetzt über das Ende von Obi-Wan sprechen, über Folge 5 und über Folge 6, weil über die haben wir halt noch nicht gesprochen. Und da werden halt Sachen fallen, wer es noch nicht gesehen hat, ja, das wird vielleicht dann blöd für denjenigen sein oder diejenige sein, weil wir werden auf jeden Fall auf Details eingehen, die ihr vielleicht noch nicht wissen wollt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Aber wir müssen darauf eingehen. Und ein Detail wäre meiner Ansicht nach die Musik. Ja. Nur kurz einmal als Erklärung, Obi-Wan wird aus dem Exil rausgeholt beziehungsweise muss das Exil verlassen, weil Prinzessin Leia von den Inquisitoren Darth Vaders entführt worden ist, um eben Obi-Wan aus seinem Versteck zu locken. Und ja, das führt halt zur Konfrontation zwischen Obi-Wan und eben Darth Vader, aka Anakin Skywalker, während Obi-Wan versucht, Leia, die er zeitweilig aus der Gefangenschaft oder aus dem Kidnapping befreien konnte, wieder verliert und sie wieder befreien muss. Und ja, wir sind jetzt am Ende dieser Serie in zwei Situationen. Zum einen eine Belagerungssituation, dass Obi-Wan im Rahmen oder mit einer gewissen Form von Widerstand oder Rebellion jetzt eingekerkert ist in einen Hangar, wird belagert eben von den imperialen Truppen und eben auch Darth Vader und den Inquisitoren. Und in der sechsten Folge befinden sie sich auf der Flucht vor Vader, der mit seinem Sternzerstörer diese letzte Gruppe an Rebellen oder Widerstandskämpfern irgendwie verfolgt, weshalb sich Obi-Wan dazu entschließt, diese Gruppe zu verlassen, um sich alleine Darth Vader zu stellen. Zack. Ja? Ich habe mich dann doch echt bis zur sechsten Episode fragen müssen, warum zur Hölle? Spielen die nicht mal irgendeine bekannte Musik? Das ist eine der größten Kritikpunkte, die ich im Internet tatsächlich gelesen habe. Neben das Skript des Kacke. Ja. Ja, weil eben Star Wars diese ikonischen Sachen hat eigentlich von damals. Genau. Und ich habe mich wirklich die ganze Zeit immer gefragt, warum verzichten sie die ganze Zeit darauf? Inzwischen, am Ende von Folge 6, bin ich schlauer. Okay, sie wollten es sich aufheben für den einen... Für den Final Moment. Ja, für die feinen... Ja, und auch zu sagen, das ist jetzt der Darth Vader, den wir kennen. Genau, das ist so die Saison. Das Vorwahr noch der Weg dahin und vielleicht Unsicherheit in Anakin. Bin ich Anakin? Bin ich Vader? Was bin ich eigentlich? Aber da am Ende kommt dann halt die jetzt Imperiale March. Weißt du, was was zu schüren ist? Exakt das Gleiche haben sie in Rogue One auch schon gemacht. In Rogue One hat das Imperium ein neues eigenes Thema. Das heißt nicht Imperial March, sondern ich glaube, Fanfare oder irgendwie sowas. Und das ist dieses... Immer wenn Tarkin reinläuft oder Krennic, kommt auch so... Und das klingt sehr ähnlich wie der Imperial March, aber halt ein bisschen anders. Hier halt eher wie so ein... bei so einer Militärfeier so eher. Und erst am Ende, als dann der Anschluss zu Episode 4 gemacht wird, spielt dann wirklich der Imperial March. Das haben sie da nämlich auch schon so gemacht. Das hab ich auch fast erwartet. Jede Woche hab ich das gelesen. Wo ist das Imperial March? Ja, ich mein, darauf wartet man. Ja, klar. Darauf wartet man. Aber man hätte ja zum Beispiel auch hier und da mal angeklickt, dieses... Hätte man ja irgendwo mal... Little Louie oder was? Nee, das Vader... Ich finde auch, dass dieser Song da sehr reingepackt ist. Aber lass mich kurz eine Sache dazu sagen. Mir ist nämlich eines aufgefallen. Ich hatte für mich... Für mich... Das hat mich in den ersten zwei Folgen irritiert, hatte ich nicht das Gefühl, dass das eine homogene Musik ist. Ich finde... Ich weiß, warum auch. Da waren... Ich auch mittlerweile so. Ich finde, da waren ein paar Musikstücke, die überhaupt keine eigene Note hatten, sondern die einfach nur unterstützen, was jetzt gerade im Bild passiert. Also keine Themen oder sonst irgendwas. Und dann gab's Musiken, die ganz offensichtlich von der alten Trilogie zitieren. Das hatten wir besonders jetzt im Finale, wenn der schnellste Störer hinter dem... Und dann hörst du halt die Musik, die wir halt... aus Empire kennen, glaube ich. Dachte ich, okay, das machen sie. Warum machen sie das andere nicht? Und dann ist mir aufgefallen, okay, pass auf, Sie haben den Komponisten John Williams nur für das Thema Obi-Wan. Der hat das aber nicht dirigiert, auch wenn er das bei euch gemacht hat. Eingespielt und dirigiert hat das jemand anders. Und dann hatten sie noch eine Komponistin, die für den ganzen Rest die Musik gemacht hat. Die das von Loki gemacht hat. Und dann bauen sie aber trotzdem am Ende Zitate, musikalische Zitate aus. Es ist ein ganz schönes Mischmasch. Die nachgespielt wurden von einem dritten, glaube ich, sogar noch, ne? Genau. Vielleicht war sogar noch jemand dabei. Das ist nicht gerade die optimale Ausgangssituation, um eine richtig imposante oder sagen wir gefühlvolle oder sagen wir gefühlakkurate Musik für diese Reihe zu bauen, die wir alle erwarten, weil, wie wir alle 100% von überzeugt sind, die Musik ein wahnsinnig großer Teil von Star Wars oder zumindest von den ersten drei Teilen, also von der alten Trilogie ausgemacht hat. Und deswegen ist es jetzt ziemlich enttäuschend, dass man nicht weiß, man hat irgendwie nichts Greifbares. Ich glaube, die wussten nicht so richtig und das fand ich mich auch, das ist mir vorhin aufgefallen, ist das alles andere, was wir von den Star Wars-Serien, jetzt nicht die Animationsserien, wo theoretisch passen die da auch rein, wie wir gesehen haben, aber so Mandalorian und Book of Boba Fett. Wobei Book of Boba Fett wir uns glaube ich alle einig sind, dass da auf jeden Fall strukturell irgendwas ganz schiefgelaufen ist. Aber geile Motorroller haben sie. Ich fand die, egal. Aber ich glaube, das ist die erste Serie, und diese war ja ursprünglich als Film gedacht, Obi-Wan jetzt, wo sie halt nicht dieses Thema gemacht haben, du hast halt irgendwie so die Hürde der Woche wirklich, hier und da schon, die Befreiung aus dem Ding und die Belagerung, wie du gerade gesagt hast, das ist immer noch irgendwie ein Teil von der ganzen Storyline, die sich halt so durchzieht. Du hast nicht so wie bei Mandalorian das Thema, okay, wir müssen diesen Frosch irgendwie zu seinen anderen Froschleuten bringen und auf dem Weg haben wir halt Sidequests. Und machen halt das, weil wir wollen jetzt Informationen, also müssen wir jetzt irgendwie 200 Tiere töten wie in einem MMORPG und kommen dann wieder zurück und machen dann die Story weiter und dann ist die Folge vorbei. Und hier hast du halt das erste Mal das so gehabt, dass sie versucht haben, die Story weiterzuerzählen über die verschiedenen Folgen lang, aber dann trotzdem diese Elemente zwischendurch mit reingeschmissen haben und Charaktere reingeschmissen haben, die neu reinkamen, die irgendwie so eine halbe Story gekriegt haben wie Roken. Und irgendwie die Musik ist so, das ist genau das gleiche Problem ist bei der Musik, glaube ich, auch gewesen, dass sie nicht richtig wussten, was sie jetzt wollten. Wollten sie jetzt was, was halt komplett auf die Nostalgie-Dings drückten, dann hätten sie überall die alten Sachen irgendwie mit eingefädelt, mal so einen kurzen, nur meinetwegen was eigenes komponiert, aber so ein Thema mit reingefädelt, so Twin Suns irgendwo mit reingehauen. Oder wollen sie was komplett Neues? A la Mandalorian mit neuen Instrumenten und alles anders. Und dann haben sie schon Natalie Holt genommen, die ja bei Loki einen fantastischen Job gemacht hat mit der Musik und das wirklich so richtig auch ins Gesicht reingeballert hat. Und dann sind die Sachen aber, also ich kann mich an nichts erinnern. Ich kann mich an den einzelnen neuen Sachen, die in dieser Serie liefen, außer das von John Williams, nichts erinnern. Doch, ich hab jetzt gestern, ich hab gestern fünf und sechs hintereinander weggeguckt. Und ich muss auch sagen, diese Woche Abstand, die ist nicht gut für die Star Wars Serie. Die Fans haben eine Woche lang Zeit, sich über jeden kleinen Scheiß Gedanken zu machen, jeden kleinen Scheiß zu analysieren, jeden kleinen Scheiß zu... Das ist nicht jeder kleine Scheiß, sagen wir ehrlich, das ist nicht jeder kleine Scheiß. Nicht jeder kleine Scheiß, es ist auch großer Scheiß. Ja. Aber das Problem ist ja, wenn du halt aber großen Scheiß verzapfst, wie die Serie teilweise verzapft hat, dann hast du natürlich ein Problem, wenn du eine Woche lang Leute hast, die sich halt an diesem großen Scheiß irgendwie aufreiben. Richtig. Ja, das würden sie nicht machen, wenn sie es wahrscheinlich in einem Ding durchrutschen, also in einem Ding durchballern würden. Dann würden sie sagen, okay, hier, da und da ist scheiße, aber, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss sagen, Folge fünf und Folge sechs sind für mich weit über dem, was wir in den ersten Folgen gesehen haben. Ich glaub, die haben auch deutlich mehr Budget gehabt. Also gerade die letzte Folge. Also die sehen besser aus und sie sind bei weitem besser. Entschuldigung. Entschuldigung dann, jetzt muss ich mal kurz reinspringen. Welches ist die Folge mit den Snowspeedern? Vier. Okay, das war der Tiefpunkt. Das war der Tiefpunkt. Das war der absolute Tiefpunkt. Ich fand die eigentlich echt gut. Ja, aber die, pass auf, es geht nicht um die Idee, dass da Snowspeeder ankommen und ballern, sondern es sah so blöd aus und so schlechtes CGI. Und ich hab vorhin nochmal nachgeguckt. Ich so, wie viel haben die zur Verfügung? 25 Millionen pro Folge. Du hast recht. Das schieben die natürlich dann ein bisschen hin und her, wo sie es brauchen. Leute, wenn diese Serie 150 Millionen Dollar gekostet hat, dann sieht das, dann kann das nicht und darf nicht so aussehen wie ein geiler Fanfilm. Das darf nicht passieren. Die Snowspeeder-Szene, die war erschreckend schlecht. Und ich mein jetzt nicht, dass die, keine Ahnung, die fliegen ja direkt vor die Wand. Du siehst ja, wie sie wirklich auf diese Wand zufliegen und plötzlich sind sie weg. Ja, die können jetzt schweben, also richtig schweben. Ja. Und dann sind sie, dann steht, dann steht, Reva steht da, oder Reva steht da auf dem Boden, Reva steht auf dem Boden und er ist da irgendwie in der Luft und ist halt viel, viel kleiner, als du es irgendwie ... Und es matcht überhaupt nicht, es kommt nicht zusammen. Nee. Du siehst nur da steht Reva und da ist irgendwas CGI und das ballert und schwebt. Ich hätte, ich hab so oft bei dieser Serie gedacht so, oh, wenn das jetzt, wenn sie das richtig vernünftig gemacht hätten, wär das geil. Weil ich lese so oft, dass viele Leute Probleme mit dem Skript haben und bekomme euch häufig die Fragen, was bedeutet denn jetzt eigentlich Skript? Ich sag jetzt einfach mal, wenn wir jetzt vom Skript sprechen, sprechen wir von der Geschichte. Nicht unbedingt von den Dialogen, sondern was passiert da? Nennen wir es wie ein Treatment. Oder wie eine Outline. Wie eine Outline, so. So, das ist, finde ich, alles okay. Ich bin immer noch ganz großer Fan von Reva, von ihrem Werdegang. Einfach, weil ich sie irgendwie auch total überzeugend finde und weil ich das cool finde, so eine taffe, brutale Sith Lordin da oder Dark Jedi oder was auch immer sie ist dann zu haben. Aber ich sehe da keine 25 Millionen Dollar pro Folge. Und das ist Star Wars und das ist Disney und das sind die Leute, die schon Erfahrung damit haben. Ich verstehe nicht, dass da niemand sitzt und sagt, ist noch nicht fertig. Und deswegen habe ich vorhin noch mal ein bisschen recherchiert und bin auf dem Blogbeitrag von einem unbekannten oder einen anonymen Arbeiter in der Postindustrie gestoßen. Und der hat geschrieben zu dem Thema, es ist so, wie man sich's vorstellt, es wird einfach zu viel gemacht gerade in dem Bereich. Du hast nicht mehr die Manpower dafür. Du wirst gedammt an jeder Ecke, ja? Also nicht nur, dass es so wie, was ich neulich mal gesagt habe, dass es zu einem gewissen Zeitpunkt mal gefühlt 3.000 bis 4.000 Flame- oder Inferno-Operator gab. Und die wurden dann plötzlich alle nach Neuseeland verfracht, weil da halt Herr der Ringe gefilmt wurden. Und ganz Europa und Amerika hatte ein Problem in der Werbung, weil keine von den Leuten da war, ja? Die Situation ist jetzt noch mal exorbitant größer. Wir haben diese ganzen Hightech-Filme, wir haben die ganzen Hightech-Serien, die wahnsinnig basierend darauf sind oder unabhängig davon sind, dass die Effekte cool aussehen. Dann hast du halt einen gewissen Anteil von Post-Häusern oder Effekthäusern, die dafür verantwortlich sind. Die dampen sich alle gegenseitig. Und scheinbar reicht das Geld nicht, um das gut aussehen zu lassen. Ich würd sogar noch weitergehen. Ich find halt, ich hab mir die fünfte Folge angeguckt. Und da gab's auch ein, zwei Sachen, die ich blöd finde. Ja, ich fand wie Vader, dass dieses Transportschiff da ... Nein, nein, nein. Nee, dass er das macht, ist geil. Dass er das macht, ist geil. Es sah noch nicht so geil aus. Es sah nicht geil aus, aber warum greift ... Sag mir doch mal, weil du grad so reagierst. Er greift das Schiff. Ja. Ich so, oh, geil. Cool. So, haut das Ding runter, reißt das auf. Einer meiner Lieblingsmomente. Alles aufreißen. Superpower-Wähler. Äh, und dann guckt er, oh, oh, nein. Und dann steigt das zweite Raumschiff direkt dahinter auf und fliegt so. Und er so, hm ... Er so, Alter, mach das doch einfach gleich noch mal aus. Nein, 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 nein. Das, da muss ich sagen, das ist Auslegungssache. Weil er hat's ja ... Er ist auch nicht aufgeladen, oder was? Keine Ahnung, aber das war auch schnell weg. Nee, also, ich würde, ich hab ... Ich persönlich hab das so interpretiert, und das ist halt ein Interpretationsding. Weil du kannst halt ... Du kannst genauso gut fragen, jetzt in der sechsten Folge, warum schickt er nicht die, keine Ahnung, guck auf Wikipedia nach, 10.000 TIE-Fighter, die auf so einem Sternzerstörer sind, irgendwie mal zehn davon los. Äh, warum halten die ihn nicht auf? Dann kannst du auch fragen, der Todesstern, der irgendwie Bataillone von Sturmtruppen, Piloten und was weiß ich hat, warum schickt der vier TIE-Fighter gegen die X-Wings im originalen Star-Wars-Film? Also, irgendwann musst du halt an dem Punkt sagen, ja, ist halt jetzt so. Du siehst nicht, wie viele TIE-Fighter sind am Ende. Es ist so geschnitten, dass du nicht einen Überblick hast, wie viele sind. In Episode 4? Ja. Ich glaub, die sagen sogar, dass es nicht so viele sind. Also, die sind dann noch so ein bisschen überheblich und sagen, ja, bei X-Wings. Ich meine, dass das ... Dann müssen wir sie im Nahkampf vernichten, schicken sie die Besatzung zu ihren Jägern. Das ist alles, was sie sagen. Echt? Und ich weiß, was du meinst, es gibt ... Es sind halt nur ein paar. Also, ich glaube, die wollten damit sagen, da sind ganz viele losgeflogen. Ey, wenn du Lego Star Wars spielst, sind das richtig viele. Ja, das glaub ich. Aber ich glaube, wie ich das interpretiert hab in diesem Moment, war halt gerade vor allem an der Auslegung, dass halt die Folge so an diesem Duell, was sie im Jedi-Tempel hatten, so ein bisschen parallel lief, dass quasi so dieses ... Der Satz, den Obi-Wan ihm quasi dann sagt, als er verliert in dem Duell und sagt, solange wie du nicht deine Emotionen unter Kontrolle hast und immer überschnell und vorschnell bist, solange wirst du der Padawan bleiben und immer verlieren. Und irgendwann zwischendurch sagt er ja auch, ja, nee, wir müssen ihn jetzt austricksen, weil alles, was er will, ist gewinnen. Das ist alles, sein Fokus ist nur auf Siegen, Siegen, Siegen. Äh, und in dem Moment, wo er halt dieses Schiff runterzieht und zerreißt und sich so sicher ist, dass das das Richtige ist und dann sieht, wie das andere wegfliegt ganz schnell, wo du ja auch sagst, sehr schnell, fühlt er sich komplett defeated. Genau. Ja. Und darum geht's mir auch nicht. Mir geht's, wenn überhaupt, darum, dass das Raumschiff, das er runterreißt, nicht so geil aussieht, beziehungsweise die Perspektive wieder so komisch ist. Ich vergleich das jetzt mal mit der Szene in Episode 9, wenn Kylo und Rey sich um diesen Transporter auch betteln und aus Rey plötzlich die Blitze rauskriegen. Ja, ja, das war ja auch so. Das find ich von den Perspektiven und von den Verhältnissen einfach, sieht besser aus, meiner Ansicht nach. Es war ein ziemlich weiter Schott. Genau. Man hätte das anders framen können. Jetzt kurz, es ist auch wirklich egal. Ich sag nur, das war wieder so ein Punkt, wo ich denke, warum habt ihr da nicht noch ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt, damit es ein bisschen besser aussieht? Dass Obi-Wan dann abhaut mit dem anderen Schiff, darauf läuft diese Folge hinaus. Das haben wir ... Von Anfang an kriegen wir das gespiegelt mit eben diesem Kampf, den wir da im Jedi-Tempel sehen, wo Anakin und Obi-Wan trainieren. Und ich find halt noch den Moment doof, dass sie halt Reva einfach da liegen lassen. Wo ich mir halt denke ... Obi lässt Vader auch da. Aber das mit Reva, das hab ich jetzt so gesehen, weil ja auch dann der eigentliche Grand Inquisitor ja noch da so hingelatscht ist und dann irgendwie noch gesagt hat, so, ja, wir lassen dich jetzt da, wo du hingehörst. Und ich hatte das so gesehen, gerade nach dem Kampf Reaver Vader, der ja so wie so ein Tanz ... Der war geil. Der war richtig geil. Der war richtig geil. Und ich glaube, dass gerade danach ... Kreativ rumgespielt. Genau. Ich glaube, dass gerade danach so die Aussage von diesem Ding, wir stechen dich jetzt ab und lassen dich liegen, genau wie damals, schon eher so war, du bist keine Bedrohung. Selbst wenn du's überlebst, kannst du's überhaupt nicht anhaben. Kann ich auch mit leben. Und wie gesagt, ich kann auch mit dem schlechten Raumschiff leben. Mir ist nur aufgefallen, anhand der fünften Folge, ähm, plötzlich so, warum fühlt sich das alles besser an? Warum greift das alles irgendwie cooler ineinander? Warum haben wir hier nicht so irgendwie so eine Verwirrung wie zwei Speeder fliegen auf eine Wand zu und sind plötzlich weg? Und da stehen die Truppen davor und irgendwie gehen nicht rein, weißt du? Also, das ist alles viel besser gelöst. Es war alles viel dichter und alles viel stimmiger. Und dann ist mir zum ersten Mal aufgefallen, wer da eigentlich geschrieben hat. Und das war Andrew Stanton. Der Mann, der halt schon bei Wall-E und allen möglichen Pixar-Hits mit beteiligt war. Der nur die fünfte und die sechste skripttechnisch begleitet hat. Alle anderen waren davor. Und jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Punkt, was du gesagt hast. Sie haben keine Effektleute, oder die haben nicht genug Effekt, Leute. Ich meine, jetzt mal ehrlich, wie Obi-Wan in seinem kleinen Rettungsschiff vor dem Sternzerstörer hin und her eiert. Come on, das sah nicht schön aus. Vor allem bewegte er sich nicht, wie wir das kennen. Ja, das hat ziemlich gewummelt, ja. Das war so, und dann plötzlich gibt er Gas und ich hab genau das eben noch mal gesehen. Und das sah nicht schön aus. Und dann hab ich mir jetzt mal die Skriptautoren angeguckt, ne? Und vor allem verantwortlich sind diese Stuart Beatty und diese Hossein Amini, ja? Und jetzt muss ich mich halt echt mal fragen. Du machst eine Serie, Obi-Wan, ja? Disney sagt, ey, wir wollen Obi-Wan jetzt noch mal als Serie machen. Nicht als Film, sondern wir machen da eine Serie draus. Und du engagierst zwei Drehbuchautoren, die halt wirklich dann so graupen wie G.I. Joe, Rise of the Cobra. Oh! Ui. I Frankenstein. Oder jetzt halt auch diesen neuen Interceptor auf Netflix haben. So. Und diesen I Frankenstein, den hat der Stuart Beatty sogar noch inszeniert. Da hat er so noch Regie geführt. Ich will gar nichts sagen. Der hat auch bei Fluch der Karibik mitgeschrieben. Und der war auch an Collateral von Michael Mann am Drehbuch beteiligt, ja? Nichts, aber dieser Hossein Amini auch dann. Ja? Der hat auch Filme gemacht, da greifst du dir an den Kopf. Der, äh... Also... Pluspunkt Drive von Nicholas Winding Reffen. Will ich nix drauf kommen lassen. Aber... Dann kommt Snow White and the Huntsman. Dann kommt 47 Ronin. Ja? Und dann kommt noch dieser geile The Snowman mit Michael Fassbender. Dieser skandinavische Thriller, den sie so komplett verhunzt haben. Wenn ich so Leute an Drehbücher ranlasse, zu einer Franchise, wo ich weiß, ich hab ne Menge Menschen, die sich über jeden kleinen Scheiß aufregen. Ey, vor allem, wenn du Ewan McGregor und Hayden Cushenson da reinsteckst. Genau. Bei Endor wär das vielleicht nochmal so ein bisschen anders. Da frag ich mich, da frag ich mich doch wirklich, wenn ich jetzt feststelle, dass die beiden Folgen mit Andrew Stanton tatsächlich die wenigsten, sag ich mal, Dummheiten rein inszenatorisch und erzählerisch irgendwie aufweilen. Mit der Inszenierung haben die ja nichts zu tun. Mit der Inszenierung haben sie nichts zu tun. Aber von der Storyline her. Ich mein, du schreibst auch in die Storyline, ja, Obi-Wan packt sich Lea unter den Mantel und läuft damit durch die Halle. Und alle lesen das? Ja, das ist, glaub ich, ganz überzeugend. Ja, das könnte funktionieren. Und das mein ich, weißt du? Also du findest, ich find halt schon, dass in Folge 5 und 6 allein von der Schrift... Ist stimmiger. Ist stimmiger, ist einfach die Qualität viel, viel höher. Dass die auch ihre kleinen Dummheiten haben. Okay. Okay, pass auf, darf ich eine? Dann bin ich irgendwie auch ruhig. Dann sag ich jetzt nämlich nur eine Sache dazu. Wir können uns darüber streiten oder diskutieren, dass es Quatsch ist, wenn ein Raumschiff von einem Planeten ankommt und ein Sternzerstörer ist im Orbit, dass dann nichts passiert. Die können dann einfach wegfliegen und solche Sachen. Oder Laserschranken, die aufgeschossen werden, damit man durchgeht, auf wo man rechts und links einfach vorbeigehen könnte. Das könnte man noch als kleine Dummheiten einfach beiseite kehren und so. Was mich, was mein absolutes grundsätzliches Problem mit dieser Serie ist, ist... Laserschwerter sind nicht mehr tödlich. Du kannst jemanden durch den Körper bohren, durch den Bauch und diese Person überlebt. Und zwar nicht nur einmal, sondern sogar zweimal, wie bei Reaver das der Fall war. Stattdessen... Und auf der anderen Seite hast du lustige Laserschusskämpfe zwischen Tontauben, Sturmtruppen, die wieder alle einfach nur irgendwo reinlaufen und dann runtergeschossen wurden. Müssen sie. Ja, müssen whatever. Und da ist ein Schuss hier... Ah! Tot! Das steht in keinem Verhältnis zueinander. Und das ist nicht Star Wars. In Star Wars war die Laser... Das Laserschwert... Das Laser... Lightsaber... Ist mir egal, wie ihr das alle immer nennt. Ich kenn das nur so von früher. Ähm... War das immer die absolut mythischste, gefährlichste, beeindruckendste Waffe, die es gibt. An die man sich noch nicht mal... Ich mein, wenn ich das hier so an dich halten würde, würden die Leute so machen, ja. Das ist ein brutzelndes, heißes, brennendes, äh, Laser... äh, Gedöns. Und... Überleg mal, wie viel Respekt die Menschen auf der... in diesem Universum immer vor Laserschwertern hatten. Das kannst du nicht bringen. Normalerweise ist ein Hieb. Diese Person ist tot. Wir haben uns schon darüber aufgeregt früher, dass wir keine... Nicht genügend abgetrennte, äh... Gliedmaßen. Gliedmaßen sehen. Und hier werden alle Naslangenleute offensichtlich getötet. Und die laufen dann mit einem Loch im Bauch. Da hat sich doch schön hier ein Tuch umgebunden, um den Bauch. Und rumpelt dann ein bisschen durch die Gegend, durch die Wüste. Also ich mein, das ist doch Blödsinn. Das ist doch Quatsch. In den sechs Star Wars-Filmen sterben tatsächlich nur zwei Leute an einem Lichtschwert. Qui-Gon und Count Dooku. Alle anderen sterben nicht dran. Nö. Ach, du meinst die ganzen Leute auf Jabba's Bar Kasse nicht, oder was? Die werden gehauen und fallen dann in den Sarlacc und explodieren am Ende. Da siehst du nicht, dass da jemand abgestochen ist. Aber da haben wir damals immer gesagt. Natürlich. Warum verliert da niemand einen Namen oder so? Mit diesem heißen Ding, wo du durch alles durchgehend sitzt. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch... Folge vier ist, glaube ich, das erste Mal, dass du siehst, wie ein Lichtschwert gegen Nicht-Lichtschwert-Nutzer aktiv eingesetzt wird, dass sie dann vermeintlich daran auch aktiv sterben. Die Stormtrooper in dem Gang. Zumindest an das, was ich mich erinnere. Weil er haut zwar auf die Leute auf Jabba's Barke ein, aber ich glaube, die fallen einfach runter. Ja, weil sie das zu dem Zeitpunkt schon so entschärft hatten, weil das wollte ja jemand ganz anders offensichtlich. Das ist ja nicht das, was ein Leserschwert macht. Oh, oh, voll um. Sondern dann bist du zweigeteilt und bist sofort tot nach König. Aber in der vierten Folge, wo er gegen die Sturmtruppen kämpft, das hab ich auch noch gelesen, dass das erste Mal außerhalb von Videospielen und den Animationsserien, dass du das so tatsächlich siehst, wie ein Lichtschwert durch eine Sturmtruppler-Rüstung vorne durchschneidet und da dann wirklich diese Schmelzspuren drinnen sind. Auch wenn's natürlich nur vorne ist und der Kopf nicht einfach abgeschlagen wird oder so. Aber ich find das ganz interessant, weil wir jetzt auch schon bei dem Thema sind, und da hab ich gestern drüber geredet, hab ich vorhin auch hier drüber geredet. Und ich glaube, das kommt so ein bisschen darauf an, was Star Wars für einen ist, wie man die Serie auch so empfängt. Die Frage ist ja, wollten wir die Serie haben? Das Ding ist, ich war witzigerweise immer einer der größten Gegner dieser Serie, bevor irgendwas dazu kam, weil ich meinte, ich will einfach nicht sehen, was Obi-Wan 20 Jahre in der Wüste gemacht hat. So, das ist mir echt egal. Und ich hab immer gesagt, ey, es gibt so viel im Star Wars-Universum, was die Comics angeht, was vor allem diesen Legends-Bereich, der jetzt so ein bisschen rausgeschoben wurde, angeht, wo jetzt immer mal wieder Sachen reingeholt werden. Thrawn. Thrawn beispielsweise, es gibt so viele coole Sachen. Du musst nicht immer innerhalb dieser ... Ja, ja, Ahsoka, ja. Aber du musst halt nicht immer in dieser Skywalker-Saga so rumhängen und diese Folgen, diese Leute alle da irgendwie ausfleischen. Deswegen find ich tatsächlich auch Andor ganz interessant. Und deswegen find ich auch Rogue One, auch wenn's natürlich Teil, die Voraussetzung für die Skywalker-Saga ist, fand ich Rogue One auch sehr, sehr geil. Der könnte ja auch noch mal interessant werden. Oder Mandalorian. Ja, aber Rogue One könnte irgendwann auch mal richtig aufgewertet werden, indem wir die ganzen ... Ja, genau. Das ist halt zum Beispiel so was ... Aber ich fänd's halt auch mal schön, ich hab irgendwann auch mal genug vom Imperium. Zumindest von dem. Und ich hab irgendwann auch mal genug vom ... Die Jedi und Luke Skywalker und Anakin und so was. Das ist geil. Ich würd gern ne Vader-Serie sehen, wo er in jeder Folge drei Schiffe zerreißt. Hätte ich auch nichts gegen mittlerweile. Aber das ist so ... Ich war da vorher mal dagegen. Aber dann seh ich halt Ewan McGregor, der für mich Obi-Wan ist. Weil ich als allererstes ihn als Obi-Wan kennengelernt hab, bevor ich wusste, Alec Guinness ist eigentlich Obi-Wan. Und bevor ich verstanden hab, dass die Reihenfolge anders funktioniert bei den Episoden und so was. Ähm, und die Prequels waren halt für mich das Star Wars. Und dann hab ich die anderen Filme gesehen, die für mich ein bisschen langsam waren. Ja? Bisschen zu unaufgeregt. Du hast es als langsamer empfunden. Ich hab gestern mit einem Freund von mir, hat jetzt alle noch mal geguckt durch Obi-Wan. Und er meinte, ey, ich bin jetzt bei Episode 5, ich weiß nicht, ob ich mir 6 jetzt noch geben kann. Mein Sohn hat letztens mit seinem besten Kumpel 6 gesehen und meinte, ja, Papa, aber zwischendurch ist der schon ein bisschen langweilig. Und das ist halt, du, je nachdem, woher du kommst, du musst dir überlegen, ich hab Star Wars darüber über die Prequels über Clone Wars und über Videospiele kennengelernt. Okay, verstehe. Und die Videospiele sind halt Kalkatan und, ne, Jedi Knight 1 und 2 und die ganzen Geschichten, Jedi Academy, wo du halt Leuten mit dem Lichtschwert den Kopf abhackst. Und super krasse Macht Sith Lords in Knights of the Old Republic sind, die irgendwie Planeten aussaugen, nur mit der Macht. Und drei Lichtschwerte, die um sie herumschweben haben und was weiß ich. Und das ist für mich Star Wars. Interessant, ja, ja. Aber für dich ist Star Wars halt die Barke, wo Luke Skywalker die Leute haut und du dich fragst, warum ist, oder Alec Guinness, der halt sich durch den Totenstern schleicht und eben nicht. Ich hab's nur deswegen gesagt, weil das, als ich das damals, 83 das erste Mal gesehen hab, mir ist schon aufgefallen, dass ich so komisch, warum ist das Lizardschwert jetzt auf einmal nicht mehr so gefährlich? Aber das ist halt so, jeder hat halt so seinen anderen Ansatzpunkt an Star Wars. Und ich bin mir sicher, dass in 15 Jahren dann Leute da sitzen und sagen, ey, Kylo Ren ist der geilste Sith, den ich jemals gesehen hab. Und Snork, mega. Ich hoffe, dass sie nicht denken, dass die Trilogie eine gute Trilogie war, weil das ist sie nicht, aber ... Ey, das ist, glaub ich, auch das Ding. Wir dürfen ja nicht so tun, als hätte Star Wars noch nie Scheiße hervorgebracht. Ey. Also, das Weihnachts-Special ist legendär schlecht. Und wer's einmal wirklich gesehen hat, weiß, wie schlecht so was ist. Luke Skywalker bei der Muppet Show war jetzt auch nicht ... Ohne den hätte ich den Film nicht im Kino gesehen. Ja, siehst du. Deswegen bin ich ins Kino. Aber guck dir das mal mit 40 an und sag dann, oh ja, den Film muss ich sehen. Das guck ich mir an. Das will ich auf jeden Fall im Kino sehen. Auf jeden Fall. Ja, und dann, Karawane der Tapferen hab ich letztes Mal beim Sohn gesehen. Ja, ich mein, mal ehrlich, ne? Ich war riesen Fan von dem Film. Ja, als Kind warst du. Ja, genau. Und ich hab mich ja da immer echt gefragt, warum? Weil der Film ist schon Kraut und Rüben. Der wird echt ohne den Off-Text ... Und ich weiß auch nicht mal, ob der im Englischen existiert, aber ohne den Off-Text wär dieser Film überhaupt ... Der hätte überhaupt keinen Sinn. Du weißt überhaupt nicht, wer was ist, wo die alle leben. Ist das der zweite? Nee, der zweite kam vom Endur. Den kannst du ja noch gucken, weil du den ersten gesehen hast, oder? Ach, Karawane der Tapferen. Karawane der Tapferen. Ja, Karawane der Tapferen ist der erste. Und ey, wirklich, der sieht zum einen schlecht aus. Mein Sohn sitzt davor und sagt, wieso ist denn da jetzt eine Eule, die bei uns auch im Wald leben kann? Moin, moin, moin. Ja, also er meinte halt, da sind voll viele Tiere, die es halt auch bei uns gibt so, ja? Ja, natürlich. Und da denk ich dir, er hat recht. Er will ja eigentlich die Evox sehen, die auf einem anderen Planeten, auf Endur leben. Und die haben halt dann irgendwie plötzlich dann ja Pferde und Eulen und was weiß ich. Und du denkst dir, sind die bei uns im Wald? Gumba. Ja. Und ja, ey, ich glaube, Obi-Wan, die hatten ja eigentlich irgendwie vor, dass er da mit Luke irgendwie eigentlich zugange ist, ne? Also, dass er halt wieder so ein Lone-Wolf-in-Cup-Abendteuer erlebt hat. 2011 haben sie zum ersten Mal, wo Ewan McGregor angesprochen, hat er irgendwann mal im Interview gesagt und haben gesagt, hey, wir wollen jetzt anfangen, ähm, oder 2012, als Disney das gekauft hat, wir wollen anfangen jetzt, äh, einzelstehende Filme zu machen, die abseits davon laufen. Das war so diese erste Idee von diesen Star-Wars-Stories. Und sie haben ihn wohl angesprochen und haben ihm eben, das, was du gerade meintest, halt so vorgeschlagen, hey, Luke, Obi-Wan auf Tatooine, dadurch kennt er den alten Ben, dadurch hat er diese Connection, das haben wir jetzt natürlich anders kennengelernt, warum er ihn jetzt als diesen alten Ben kennt. Mhm. Ähm, und die sollten halt genau das halt machen. Und das sollte schon 2012 statt 2013 irgendwie entwickelt und stattfinden. Und dann ist das nie passiert. Und Ewan McGregor musste irgendwie bis 2017 oder 18, oder wann das angekündigt wurde jetzt, äh, musste die Leute anlügen, wenn sie ihn gefragt haben, ob er als Obi-Wan zurückkommt. Aber das war schon quasi kurz, ich mein, 2005 kam Episode 3 raus oder so, also es ist jetzt nicht so eine Distanz gewesen. Ähm, und da war die Idee schon da. Und dann hat es halt ewig gedauert, das jetzt zu verwirklichen. Ja, und ich finde, sie haben sich so ein bisschen ... Zu viel zugemutet. Sie haben diese Kinderstory mit reinbringen wollen, wahrscheinlich, um halt eben Kinder anzusprechen. Also du hast dieses kleine Mädchen, die halt das Kind, das beschützt werden muss. Die hat übrigens nicht mehr genervt in den letzten zwei Folgen. Irko war ja auch kaum vorhanden. Die kam ja auch nur zweimal vor, ja? Nee, nee, die müsste nicht viel sagen. Die konnte mehr mit dem Gesicht spielen. Ja, ich finde aber, sie haben sie nicht schlecht gecastet. Nö. Ich finde, es war ein gutes Casting. Ja, klar. Luke hat auch schöne spitze Nase und so, alles gut. Kleine Kinder nerven halt bei Star Wars. Mich nerven alle kleinen Kinder, also egal, ob sie alleine sind oder nicht. Also dementsprechend ist okay. Aber dann hast du noch Riva, die meiner Ansicht nach unterfüttert blieb. Ich finde, die hätten sie richtig geil aufbauen können. Noch mehr eigentlich. Die hätten sie auf mehr aufbauen müssen. Der Moment, wenn sie mit Obi-Wan an diesem Tor ist, ja, in Folge 5. Du meinst, wo sie durch einen Meter Stahl durchsprechen? Ja. Und das Tor, was sie dann aufmacht, nachdem sie eine halbe Stunde mit der Kanone darauf schießt und dann einfach mit dem Schwert aufmacht, das Tor meinst du, ne? Ja, sie hat aber zumindest genau die Schnittstelle, wo die beiden wiederhaken sind, hat sie ja... Aber das hätte sie doch ganz als erstes machen können, statt da rumzustehen... Sie hätten auch die Rettungskapsel in der zwei Druiden mit den Plänen der Todesstern, hätten sie zerstören können. Sie dachten ja, der ist keine Lebenszeichen. Ja, stimmt, warte mal. Wenn da keine Lebenszeichen drin sind, dann müssen wir es erst recht drauf lassen. Kennst du das Buch A Certain Point of View? Das ist ein offizielles Star Wars Buch, und da sind Kurzgeschichten drin, die Logiklücken in Star Wars erklären. Und das ist fantastisch. Oh, wie lustig. Wie heißt das? A Certain Point of View. Und die erklären teilweise Logiklücken, teilweise... Von einem gewissen Standpunkt aus habe ich dir die Wahrheit erzählt. Genau. Und das ist nämlich genau der Punkt. Von einem gewissen Standpunkt aus ergibt es Sinn. Ist das ernst gemeint oder satirisch? Das ist Kanon. Das ist 100 Prozent was. Boah, das muss ich haben. Und eine Geschichte davon, wenn ich mich nicht täusche, geht darum, dass da ein Offizier ist, der ganz viele Buchhaltungssachen klären muss. Und das ist halt so diese Bürokratie, und er kann den Schuss nicht rechtfertigen. So. Er kann nicht sagen, warum haben wir jetzt geschossen, das Imperium ist so durchstrukturiert, ich muss jetzt einen Bericht schreiben, warum ich schieße. Ich kann's nicht machen. Und das ist so, es ist richtig schön. Da geht's auch um Tijavas, wie die an die Droiden rankommen, was sie mit den Droiden machen. Aber das sind ja keine Plotholes eigentlich. Es sind nicht nur Plotholes, es sind auch so kleine Nebengeschichten über Charaktere und sowas. Aber trotzdem, da hab ich das, weil ich dachte, hoffentlich kommt da nicht wieder so ein Quatsch. Und als das mit der Panzerwander kam und sie da geredet haben, ich sag so, wie, was machen die denn da? Wie soll denn das funktionieren? Und dann macht sie mit dem Schwert die Tür auf. Und ich so. Und das dauert so drei Sekunden. Ich hab das so interpretiert, dass diese Geschichte, diese Rambock-Geschichte, sag ich jetzt mal, so mit dem Plasser, der da drauf feuert, halt schon primär was war, wo sie halt gesagt haben, wir sorgen es dafür, dass sie sich da in die Ohse pissen drin. Okay. Okay. Und das ist der einzige Zweck, warum wir jetzt hier sind. Weil, das hab ich vorhin auch gesagt, wenn sie das auslöschen wollen, Orbitalbaum mit der Maw fertig. So, also… Hatten wir nicht einen Schutzschild da? Du… Ich glaub nicht. Wir haben einfach nur dieses… Doch, doch, irgendwas? Oder war das das Wort? Wir haben halt nur dieses Dach, was sie aufschieben können, um halt abzuhauen, was sie ja leer dann irgendwie auch… Also das Ding ist, es gibt auf jeden Fall im Star Wars Universum Dutzende Dinge, wie sie diese Basis easy hätten auslöschen können. Äh… Und ich glaube, dass es halt… Also für mich… Ich hab's halt so interpretiert von wegen, okay, wir machen dir das Angst. Das ist auch das, was Vader gesagt hat, so von wegen, ja, wir wollen jetzt nicht so… In der sechsten Folge hat das ja dann auch nochmal, die sind mir egal, es geht um Obi-Wan. So, das ist halt so das… Oh man, ich hab so viele Fragen, weil ich so viel nicht verstanden hab. Und ich wollte euch fragen, weil ich dachte, oh, du sitzt ja super, perfekt. Dann hau ich dir einfach nur die Fragen auf. Aber wir müssen jetzt abmoderieren. Ich mein, ey, das… Ja, jetzt… Warum ist Obi dann plötzlich wieder so mächtig gewesen, unten in der Höhle? Äh… Was der ausbricht? Weil er an Luke und Leia gedacht hat. Weil er an Luke und Leia gedacht hat. Und die macht ihm quasi mehr… Die macht… Also… Er konnte gar nichts… Er konnte noch nicht mal hier ein Fläschchen bewegen. Und auf einmal… Brrrr… Ne, er hat halt seine… Auf einmal, das war jetzt im Lauf von Folge 1 und Folge 6. 4 oder 5 Folgen, ja. Hä? Was? In Folge 4 hat er das erste Mal… Was macht er da? Ne, in Folge 2 hat er zum ersten Mal die Folge… Ne, ne, aber wieder richtig intensiver, wo er das Glas aufhält. Das ist ja Folge 4. Ja, aber das ist ein Unterschied… Und davor hat er ja nur so versucht, dann ist es so ein bisschen zu ihm gekommen. Aber er wurde halt dazu gezwungen, weil er halt… Er hat ja die Message von Bail Organa in der Folge 5 gehört, dass… Äh… Ja… Übrigens, der Junge auf Tatooine bei den Lasis auf der Farbe… Das war ja auch ein bisschen blöd. Hab ich auch gedacht… Das ist nicht euer Ernst. Das war leider ein bisschen dämlich, aber da war halt eher dämlich, warum Reva überhaupt dahin geflogen ist, so. A, dass sie überhaupt noch dahin fliegen kann. Und B, was war ihr Plan? Schwer verletzt, den Jungen aufsuchen, den Jungen umbringen… Sich an Obi-Wan… An Obi-Wan recht. An Obi-Wan, weil sie ihn benutzt hat… Weil er sie benutzt hat. Reva ist runter… Ich dachte auch, das ist pure Rache. Pure Rache, ja, okay. Reva ist runter auf dem Planeten, um Obi-Wan zu benutzen, um an Vader zu kommen, weil das ist ihr großer Plan. Ja, ich hab mich halt gefragt, wen sie in dem Moment halt, an wem sie sich mehr jetzt rächen möchte. An Vader oder eben an Obi-Wan. Und ich glaube, weil ihr Plan halt versagt hat in dem Moment, weil sie halt genauso wie Anakin, und das hab ich schon von Anfang an gesagt, sie ist so ein Spiegelbild von Anakin. Sie ist so vorschnell, sehr emotional, schon in der ersten Folge, wo sie da in dieser Kantina sind und so. Und ist halt nicht… Hat nicht genug Kalkül, wofür sie auch immer wieder kritisiert wird vom Great Inquisitor und vom Fifth Brother. Und dann hat sie ihren Shot, diesen einen Shot, wo sie halt jetzt hinter Vader steht und der grad abgelenkt ist und sie will ihn angreifen, aber sie nimmt ihn nicht in dem richtigen Moment und versagt und wird so auch gedemütigt und nochmal genauso abgestochen. Ähm, und dann kommt noch der Great Inquisitor rein, wo sie dachte, sie hätte den umgebracht, aber er sagt, haha, ich hab zwei Mägen. Der lebt auch wieder, ja. Gut, der musste noch leben. Und dann sagt Vader ja zu ihr, äh, Obi-Wan used you, äh, and he did well. Ja. Und das hat sie so sauer gemacht und dann hat sie halt im Dreck das gesehen und dachte, ich, dummer Arschloch, mach ich jetzt, ich geh da jetzt hin und bring die Kinder um. Ja, aber wenn du mir vor drei, wenn du mir vor drei Wochen erzählt hättest, wir bekommen eine Szene mit Reva, Darth, äh, Dark Jedi gegen Ohn und, äh, gegen Onkel Ohn und Tante Beru, hätt ich gesagt, was? 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 Ich find das geil, dass sie dann so ein bisschen, wir haben ja versteckte Waffen. Ja, ja, ich fand das auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich will auch noch, äh, jetzt eine Minute noch, ich will nur nochmal sagen, dass es auch tolle Momente gab. Es gab sehr emotionale Momente. Ich bin deswegen mittlerweile der Überzeugung, dass die Regisseurin, ähm, Frau Cho, Deborah Chao, äh, sehr gut ist im Sinne von etwas aus einem, aus einer Figur oder aus einem Schauspieler, das nötiger herauszuholen, was sie sich vorstellt, was sie sich vorstellt. Und das kann sie gut Gefühle wecken, wenn, wenn Obi-Wan mit Leia spricht und ein bisschen was über deren Eltern erzählt. Ja. Das hat mich auch berührt, muss ich gestehen. Das war fast sogar ein bisschen peinlich, weil ich so oft mich so aufrege über diese Serie. Oder genauso Reva's Redemption am Ende. Ich meine, es war klar, dass das kommt, aber ich muss auch sagen, es hat mich auch berührt und da war ich auch neugierig zu sehen. Mal schauen, wohin die jetzt geht. Genauso wie, äh, Ice Cube Junior, der dann einmal im Close-up sich nochmal umdreht in die Kammer und sagt, ja, ich fang gerade erst an. Ja, alles klar. Ey, aber ist das nicht schön, dass wir Ice Cube eins zu eins durch seinen Sohn ersetzen? Es ist so geil, es ist so geil. Und er macht das total souverän. Ja, er macht's genau wie sein Vater. Ey, und ich muss sagen, der Kampf gegen Reva, wenn Vader irgendwie... Sie nimmt ihm das Schwert weg und er kickt sie dann noch so weg. Ja, er gibt ja noch das andere Schwert zurück. Und genau, und nimmt das Schwert so wieder. Da war ein Moment, wo ich wirklich geklatscht hab, weil ich so geil fand den Move. Und ich muss sagen, der Endkampf, ich fand den, also der letzte Kampf, der war außenrum, das war alles scheiße. Ja, diese CGI-Felsen da so. Ich hab, ich hab, ich bin jetzt satt mit Volume, ne? Also wirklich, die müssen jetzt erstmal wieder was bringen, dass ich dieses Volume akzeptiere. Das ist mir alles viel zu breit, viel zu flach, viel zu leer, viel zu leblos so, ja. Aber der Kampf an sich, der war Hammer. Wenn Obi-Wan mit dem, mit dem Griff hier vorne seine Armaturen irgendwie eindonnert und so, wo du mir halt richtig merkst, er ist sauer. Ja, er ist wirklich wütend. Er ist auch sauer. Und wenn er halt dann ihm hier den Schlitz verpasst und, ey, wie sie dann mit der Stimme wechseln. Das Spiel mit dem Licht. Das Spiel mit dem Licht, das mit dem blauen Licht und so weiter, das fand ich super. Auch positiv, genau. Ähm, ich hab früher mal gedacht, ich konnte mir das niemals vorstellen, dass dieser komische Junge, dieser Hayden Christensen, der sein soll, den ich die ganze Zeit damals in der alten Trilogie gesehen hab. Jetzt, nachdem ich diesen Bruch gesehen hab und seinen fiesen Blick da drin mit dem kaputten, wenn ich das richtig gesehen hab, kommt der, kommt die Kopfverletzung ja auch von Obi, ne, die er in Jedi am Ende hat, wenn er ihm die Maske aufnimmt. Aber das fand ich alles cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich muss auch sagen, dass Vader in dieser Serie, glaub ich, eines von den Dingen ist, wo ich sagen würde, das seh ich durchweg geil. Also, da hab ich eigentlich nichts, wo ich jetzt sagen würde, irgendeine, irgendeine, ja, aber das ist halt auch so ein bisschen, also, das kommt auch dazu, es sind sehr viele Referenzen auf Rebels, auf die Comics. Du merkst es halt immer wieder in jeder Folge, ist irgendwann mal Dave Filoni in den Raum gekommen und hat gesagt, mach mal das. Weil der Kampf jetzt am Ende vor allem mit der Maske, das ist halt Rebels Ahsoka gegen Vader. Das ist halt ein Spiegelbild zu diesem Kampf. Er sagt sogar die gleichen Sachen. Then you will die. Und halt so diese Geschichten, du hast so viele Referenzen auf das große Ganze, was halt noch so irgendwo drumherum existiert. und aber Vader, so sehr ich sagen muss, viele Entscheidungen von Obi-Wan sind vielleicht ein bisschen komisch und hier und da, dass irgendwie der Inquisitorius so erst so krass eingeführt wird und dann ist es doch nur Reaver eigentlich. So, der Fifth Brother ist die ganze Zeit sauer, aber mehr auch nicht. Hat nichts zu tun. Ähm, da kann man viele Sachen kritisieren, aber Vader ist von vorne bis hinten geil gewesen. Ich find das auch nicht schlecht. Ich fand den auch nicht schlecht. Ich muss halt sagen, mit fünf und sechs hab ich halt deutlich mehr Momente gehabt, wo ich gesagt habe, da hab ich jetzt Kribbeln, Star Wars Gefühl, bin ich emotional irgendwo erwischt so. Vorher, ich muss mir auch echt mehrfach an den Kopf greifen. Und ja, ich hoffe, es ist ein weiterer Fehler, über die sie hinaus wachsen so. Ja, das wär wirklich sehr schön. Ähm, sie sollten jetzt mal langsam wirklich darauf achten, dass die Qualität stimmen muss, weil sonst machst du die Fans ungeglücklich und dass es aber auch inhaltlich irgendwo alles ein bisschen passen muss. Und ey, ich hab die Serie nicht gebraucht, ich find sie jetzt auch nicht überragend, aber ich find sie jetzt auch nicht furchtbar schlecht oder scheiße. Ich find sie furchtbar divers, das ist das, was mich so nervt. Ich find sie divers im Sinne von, da gibt's so geile Momente. Reaver gegen Vader und so. Ja, ja. Oder Vader kommt ins Dorf und fängt dann rechts und links an, die Leute umzubringen. Ach ja. So. Und ich so, ah, geil, 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 geil. Und dann wirst du sofort, bist du obergehypt, weil ich bin neutral rangegangen, ja? Und dann wurde ich hochgehoben. Ich so, oh, gibt's hier tolle Momente? Und oh, Vader ist doch mehr, ne? Wir sind davon ausgegangen, dass der am Ende kommt. Ja, ja, ja. Und ich so, nee, den bringen sie schon die ganze Zeit. Und dann die rückblenden. Und ich so, ah, geil, geil, geil. Und dann sagen sie einfach, hier, dieses kleine Kind, dieses kleine Mädchen wird von Darth Vader durchbohrt und getötet und liegen gelassen. Nee, die überlebt. Und dann passiert das halt nochmal. Was sagst du dazu, dass Darth Maul überlebt hat? Das war eigentlich schon die ganze Zeit. Die Frage müsste heißen, was haben wir damals gedacht, als wir gehört haben, dass Darth Maul überlebt hat. Das war für mich ne, also, das war auch witzig, weil bevor ich, war das bevor ich den Film, ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber ich hab auf jeden Fall nicht Episode 1, sondern Episode 2 zuerst gesehen. Oh, da hast du den optimal rangehen. Ja, ja, ja. Besser kannst du ja nur werden. Episode 2 ist der schlimmste Star Wars-Film. Aber hat ein paar kalle Szenen. Optisch voll. Optisch. Ähm. Und, äh, ich hab, glaub ich, ein Comic davon gesehen, was so Darth Vader gegen Darth Maul war. Mhm. Und das war so ein Versus-Ding. Das war so ein einzelnes Ding. Irgendwie, ich glaub, von Dark Horse Comics oder so. Ähm. Und da geht's einfach darum, dass Darth Vader auf irgendeinem komischen Lama-Planeten ist. Das war noch vor Musterfahrer sogar. Und dann, äh, Raphos findet, Darth Maul lebt noch. Und er wurde halt in zwei geschnitten und hat überlebt, aber wegen der dunklen Seite. Und dann irgendwann haben sie diese Story ... Wegen seiner Rasse, oder nicht? Nee, einfach wegen seines Hasses. Mhm. Und dann haben sie das genommen, und das ist ja die offizielle Erklärung, wie er überlebt hat. Dass er so voller Hass war, dass die dunklen ... Das ist nicht mehr die offizielle. Das ist die offizielle Erklärung. Die offizielle Erklärung ist, er hat ... Er gehört zu einer Rasse an, die sich teilen können. Nein! Doch. Das ist auch der Grund, warum ... Frag mal die Nerds ... Was? Frag mal die ... Achso, du bist ja selber ein Nerd. Frag mal die richtigen Fachläufe. Ich hab das so oft gelesen in letzter Zeit. Ich hab aber das auch irgendwo mal gehört, dass es eine Rasse ist, die sich irgendwie ... Die kann sich teilen. Reproduzieren oder ... Also, die Beschreibung davon, wie er überlebt hat, ist, dass er sich so sehr an das Rachegefühl gegen Kenobi geklammert hat. Das ist ja in Clown Wars. Also, wie Reaver, ja. Wie Kenobi Reaver. Dass er halt ... Ja, die dunkle Seite ist halt ... Halfway to many abilities, some may consider unnatural. Und das ist halt der gleiche Grund ... Ich mein, beim Inquisitor war's halt auch so, dass Rupert Frant in den Interviews gesagt hat, ja, diese Raspezes hat zwei Mägen. Aber die Erklärung in der Serie ist halt ... Ah, Rache ist toll. Genau. Aber ich glaub, wir müssen noch abholen. Wir müssen jetzt mal zum Ende kommen, ja. Sonst wird jemand in der Regie langsam ... Aber wir werden auf jeden Fall noch ein paar Mal über Star Wars sprechen. Ich wollt grad sagen, wir sollten wirklich noch mal ein Special machen. Nur ne Stunde oder so. Und einfach noch mal alle Fragen auf den Tisch hauen und sagen, uns einmal austauschen. Weil ich glaub auch, ich hab bestimmt ganz viel völlig falsch verstanden. Und die Serie ist eigentlich ganz gut. Naja. Deswegen ... Weißt du, ich hab das auf dem Thumbnail geschrieben und dann hab ich alle angemeckert. Hahaha. Hey. Aber guck mal, wir haben's hier. Wir haben hier zwei unterschiedliche Positionen. Wir haben drei unterschiedliche Positionen, ja. Ich glaub von ... Wir sind alle gar nicht so weit auseinander. Ja. Ne, genau. Und eigentlich sind wir gar nicht so weit auseinander, ja. Ähm. Und ich hoffe, das könnt ihr da in den Kommentaren vielleicht auch beibehalten. Bleibt freundlich, Freunde. Wir wissen, Star Wars, niemand hasst Star Wars so sehr wie Star Wars Fans. Star Wars ist Licht und Schatten, liebe Freunde. Star Wars ist Licht und Schatten. Genau. Und trotzdem, äh, ja, kommen wir immer wieder dahin zurück. Trotzdem, äh, schaffen wir's schon wieder eine Dreiviertelstunde, uns nur über dieses Thema zu unterhalten. Ja. Und trotzdem gehen wir hier alle mit, äh, ja, einem freundlichen Gesicht aus dieser ganzen Geschichte raus. Ich hoffe, ihr auch. Äh, lasst uns gerne wissen, was ihr von Obi-Wan haltet oder ob ihr euch für den ein oder anderen Film in dieser Woche interessiert. Wer von uns ist doof? Von uns dreien. Ich. Das ist die einzige Frage. Ich bin der Neue. Ihr seid doch immer vorbereitet. Ihr habt doch alle schon tausend Sachen beschrieben über irgendwas. Ich tue nur so etwas. Ich tue nur so etwas vorbereitet. Und dann kommt Daniel und sagt, ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Ich bin nie vorbereitet. Ich bin nie vorbereitet. Ich bin nie vorbereitet. Was soll ich denn jetzt großartig geschrieben? Ja, aber du bist ein Schreiber. Du weißt, wie man schreibt. Ja, ja, gut. Und? Ich sitz da hinten und sag das Erste, was mir im Bauch, was mein Bauch mal im Kopf sagt. Ich sag auch viel zu oft das, was mir zuerst in den Kopf kommt, ohne einmal drüber nachzudenken. Egal. Machen wir nochmal ein Special, oder? Genau. Machen wir. Und das machen wir gerne mit dir, Luke. Ja, sehr gerne. Also, danke fürs Kommen. Gerne. Danke, Andi. Danke euch da draußen. Danke, liebe Regie, dass ihr so lange durchgehalten habt. Es tut uns leid. Aber ihr kennt das ja. Ja. Ihr könnt es auch nicht nachvollziehen. Meine Recaps zu den Folgen sind auch eine Stunde lang. Also, was soll ich sagen? In diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein. Macht's gut. Tschüss. Wu-Tang forever.